watching wir spielen jetzt gleich Hogwarts Legacy weiter ich habe die ganze nacht geträumt von dir du Du schönes Schloss, du geiles Spiel, du herausragendes, legendäres Spiele-Film-Umsetzungs-Konstrukt, das aber auch mal so gar nichts zu tun hat mit Jackie Rowling und ihren bizarren Ideen. Wir werden jetzt dieses Spiel weiterspielen. Hogwarts Legacy von Portkey Games, Warner Brothers hat hier tatsächlich mal was abgeliefert, was mich total beeindruckt hat. Grüße an der Stelle, auch an Untermann und an Todesborg. Ich habe schon die frevelhafte Behauptung aufgestellt auf Twitter, dass, Zitat, fuck, Hogwarts Legacy richtig gut geworden ist. Und das hat auch 110.000 Leute erreicht und nur, das finde ich sehr interessant, ein winziger, ein winziger, also vielleicht wirklich nur, wir reden hier von 0,1% der Leute, sind so ein bisschen so, äh, nee, und hier, und du weißt doch die Kontroverse und ich kann dir das gerne alles nochmal erklären und so. Äh, also es hält sich relativ in Grenzen, ist mir aufgefallen, dass die Leute gar nicht so, das gar nicht so schlimm empfinden und weil die Leute eben auch sehen, dass es vor allen Dingen ein Spiel ist, das uns Gamern Spaß machen soll und uns aus der, aus dem kulturellen Diskurs, den wir jetzt gerade in der Welt überall haben, uns auch mal in eine Fantasiewelt entziehen will. Das ist der Plan und das macht das Spiel ganz legendär gut. Jetzt wurde hier gerade gebeten, dass wir mal den, ähm, äh, Dingsmodus einstellen. Hier, was war das denn? Also, dass wir auf jeden Fall nochmal an der Grafik irgendwas umstellen. Äh, muss ich selbst gucken, welche Geschichten das waren. Alles steht auf Ultra bis auf, ach genau, das war RTX, ne, das waren die hier, die Raytracing, Schatten, Raytracing, Reflexion mache ich an, Schatten mache ich an, Raytracing, Umgebungsverdeckung mache ich an, Einstellungen anwenden, Neustart erforderlich, raus, raus und wieder rein. Alle, die jetzt gerade gucken, viele haben noch gerade das WOD, äh, WOD fertig geguckt, ihr könnt hier direkt einsteigen, es wird, äh, viel ist auch noch, mal erklärt und wir sind ja auch noch am Anfang, ich glaube, das wird ein richtig langes Spiel, ich glaube auch, dass das, äh, enorm spaßig werden kann. Ich hoffe, dass es jetzt mit Raytracing auch läuft, wenn es ruckeln sollte, würde ich dann nochmal neu starten, äh, aber ich hatte auch gestern, äh, versprochen, dass ich das mal mache. Eine Sache, die ich jetzt nicht einstellen konnte, ich werde es aber gleich nochmal gucken, ob man es auch kurz, ich sage extra kurz, auf Englisch mal spielen kann, damit man so ein bisschen, ähm, die Vergleiche hat, wobei ich davon ausgehe und auch nur Gutes gehört habe, dass die englische Version auch richtig gut, äh, klingen soll. Das würde mich auch überraschen, wenn es nicht so wäre. Meistens sind es ja eher die deutschen Fassungen, die so ein bisschen, äh, abfallen, die so leicht die Kellertreppe runtergefallen sind, weil einfach keiner die Tür verschlossen hatte. Aber in diesem Fall schaffen sie es sogar in den ersten Stock, äh, weil es einfach wirklich okay ist. Es gibt auch hier wieder Ausfälle, aber keine, die so gravierend sind, dass man sagt, ah, da spiele ich doch fast lieber nur noch auf Englisch. Jetzt sagen alle, es wird ruckeln mit Raytracing. Ja, ihr habt aber nicht meinen Hardcore-Rechner des Todes. Ich werde es mal ausprobieren. Wir werden es einmal ausprobieren, wir sind ja gerade am Anfang. Dann kann ich es zur Not nämlich auch aus dem Video rausschneiden. Und jetzt übrigens versuche ich gerade rauszufinden, ob man hier irgendwo auf Deutsch stellen, äh, also auf Englisch stellen kann. Ich weiß natürlich, dass es irgendwo geht, aber vielleicht auch nicht im Menü. Vielleicht muss ich das dann über Steam einstellen. Das gibt es hier auch manchmal. Oder muss mein Steam auf Englisch stellen. Ähm, die haben sich da, glaube ich, noch, noch haben sie keine übergängige Methode gefunden, die für alle Spiele funktioniert, habe ich das Gefühl. Mal macht man es im Spiel, macht man es außen. Äh, so, ich werde auf jeden Fall jetzt Peter Penner. Peter Penners Abenteuer. Im, äh, Spikuspuckuland. Spikuspackuland. Ey, so, das ist jetzt mal echt voll mit dem Raytracing, Junge. Sieht gar nicht so anders aus, wenn ich ehrlich bin. Es ruckelt aber auch nicht. Ah, ich bin nicht, ich selbst, wenn ich nicht den Globus drehen kann. Das ist der Beginn aller Weltbeherrschungspläne. Ein Globus, der sich meinen Händen hingibt. Hat die da gerade Staub aus ihrem Buch gepustet? Guck mal. Kann man gar nicht lesen. Was genau liest sie da, was sie dann versucht nachzumachen? Da ist ja gar kein Schaubild drin. Das ist ja einfach nur Text. Bitte wedeln sie mit ihrem Zauberstab in kreisenden Bewegungen. Da kannst du doch nicht zaubern lernen. Naja. Okay. Ich mach mal gerade das Spiel wieder lauter. Das sieht richtig aus. So, also sagt mal gleich Bescheid, ob es ruckelt. Bisher ist es... War das jetzt von mir? Oder von ihr? Ähm. Ja, bisher läuft es eigentlich ganz gut. Gut, 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 gut. So, wir haben natürlich noch Aufgaben. Wir haben eine Hauptaufgabe. Wir haben aber vor allen Dingen die Aufgabe, hier erstmal klar zu kommen im Spiel. Klar zu kommen in dieser Welt, die wir ja nur aus Büchern und Filmen kennen. Und die sich uns hier nach und nach entblättert. So, ich hab übrigens mit meinem Bild im Bild. Ihr seht das ja jetzt gerade. Ich bin jetzt über der Karte. Ich hab aber keine andere Möglichkeit, das irgendwo anders hinzupacken. Das ist im Moment wirklich die einzige Chance. Äh, also seht ihr entweder nicht die Zauber. Unten rechts oder unten links die Karte. Ich weiß nicht genau, was euch mehr irritiert. Das Ruckeln hier ist übrigens relativ normal. Also normal in dem Sinne, dass es, wenn man neu startet, passiert, dass immer mal, sobald man in neue Bereiche kommt, das ist dann aber, sobald man einmal alles vorgeladen und im Cache hat, ist das dann eben auch weg. Das ist hier jetzt, äh, ein bisschen undankbar. Aber ich kann wirklich nur bestätigen, dass das eigentlich schnell aufhört. Und dann erstmal, naja okay, aber das ist natürlich schon... Vielleicht ist das jetzt das Raytracing-Problem, weil es hört gar nicht mehr auf. Sagt ihr mal Bescheid? Motion Blur ausmachen, das ist auch ein guter Punkt. Wo sind die denn? Filmkörnung, äh, schärfen die Bewegungsunschärfe aus. Filmkörnung finde ich persönlich auch nicht so geil. Okay, ich seh schon. Ja, ja, okay. Also Raytracing ist scheinbar noch buggy. Dann lassen wir das mal. Also ich wollte es ja einmal ausprobieren. Die Leute wollten auch, dass ich es einmal ausprobiere. Leute, ich hatte im Vorfeld schon gehört, dass es da Probleme gibt. Deswegen empfehlen alle, die sich quasi auskennen mit beiden Versionen, empfehlen euch im Moment die... Jetzt muss ich natürlich nochmal neu starten. Empfehlen euch im Moment die, äh, Konsolen-Version. Weil die wohl ein bisschen besser läuft, optisch auch. So, ich will doch nur neu starten. Äh, Einstellungen. Zurück zum Hauptmenü. So, also keine Sorgen, Leute. Das war jetzt wirklich nur die Raytracing-Problematik. Da wisst ihr zumindest jetzt, woran ihr seid, wenn ihr eine PC-Version habt. Ich muss aber sagen, ich habe ja gestern die ganze Zeit ohne RTX gespielt. Und das hat, äh, für mich super funktioniert. Es wird natürlich wie immer optimiert. Ich will jetzt aber auch nicht für die Entwickler reden. Aber ich nehme mal an, dass das ein Problem ist, von dem die Bescheid wissen. Und es ist ja sicher auch... Also es ist ja immer so. Also ich meine leider immer so, dass bei Spielen am PC am Anfang immer noch irgendwas nicht ganz Sahne ist. So, hier sieht man aber auf jeden Fall, dass da schon ein Unterschied besteht. Allerdings hat es jetzt halt auch so ein etwas... Also es sieht nicht so viel schlechter aus. Aber man sieht ein bisschen, dass es so eine Farb... So eine gewisse Farblosigkeit, Kontrastlosigkeit hat. Die man aber auch nicht immer sieht. Hier zum Beispiel sieht das ja einfach nur top aus. Auch der Boden und so. Da glaubt man eigentlich nicht dran, dass man RTX braucht. So, ich lasse euch erstmal kurz alleine mit dem Spiel. Kommt erstmal rein. Ich find's lustig, dass die Magier, also in dieser magischen Welt, trotzdem unsere klassische Musik gespielt wird. Weil wir Muggel ja eigentlich nicht ernst genommen werden in dieser Welt. Aber trotzdem kommt hier die kleine Nachtmusik. Da kann man sich ja fragen, habt ihr keine eigenen Künstler, der irgendwie magische Violinen verzaubert hat, die seit tausend Jahren im Orchestersaal spielen. Und alle hören sich das an, weil es einfach noch besser ist als diese Muggelmusik. Frag ich mich dann immer. Oder war Mozart vielleicht einfach ein Magier? So, Quest gestartet. Wälzer und Widrigkeiten. Ich frag mich, wie der Switch-Release wird. Ja, höchstwahrscheinlich problematisch, lieber Pi Maikai. Ich kann's mir eigentlich schwer vorstellen. Das kann ich dir ernst sein. Kobolde und Rockwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal, wenn ich das hier rausfinde. Hm. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich zu und zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach, ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung. Wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh, nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrakes Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Reckham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat. Wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Hm. Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George's Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osric's Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Renog überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Also natürlich soll das jetzt der, ich sag, er ist nicht Voldemort, er ist nicht Voldemort, aber er ist auch nicht Dumbledore. Er ist ja auch nicht der Schulleiter, der Schulleiter ist ja einer von den Blacks und ein ziemlicher Arsch. Aber er hat was Suspektes an sich, also er lässt mich so ein bisschen die Arbeit machen, er weiß auch viel über die Hintergründe, er ist auf der Suche nach etwas, er weiß mehr als er uns sagt. Habe ich das Gefühl und ich bin mir nicht sicher, ob man ihm vertrauen kann. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich... Peter Penner ist skeptisch. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Rebellion. Ich habe mir gestern ein Tutorial, nicht ein Tutorial, aber ein Video angeguckt, wo es unter anderem darum ging, wie man in diesem Spiel relativ leicht an Geld kommt und an welche Sachen wichtig sind. Ja, das machen wir also gleich. Aber vorher wollte ich jetzt noch schnell meine... Ist das hier die Mission? Ah, okay, man kann die ja auch so noch bewegen. Das ist ja sehr gut. Ich kann ja... Ja, ich will... Achso, ich muss die Weltkarte auswählen. Ah, das ist doch schon interessant. Hier sehen wir jetzt nämlich zum ersten Mal das große Areal, was wir ja eigentlich bisher nur von den Demo-Videos kennen. Das ist so typisch Zaubererwelt. Die Professorin Feig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Haha, da hat er die richtige Einstellung. Das ist, was in seinem Kopf die ganze Zeit abgeht. Das erinnert mich sehr an meine Schulzeit. Was ich eigentlich sagen wollte, war diese Kisten hier. Oder ist das eine? Nee, das ist nicht die, die ich meine, aber die mit dem großen Auge drauf. Die sind sehr, sehr wichtig, weil man da am Ende seine... Genau, auch seine Schlossfähigkeiten aufwerten kann. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, um die aufzuleveln. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass ich mir immer diese versteckten Geschichten anzeigen lasse und sammle. Es gibt ein paar Elemente, die man da wirklich verfolgen sollte und beachten muss. Die werde ich euch aber nennen... Jetzt muss ich mal gucken, wo geht es denn raus? Die werde ich euch aber nennen, sobald ich sie sehe. Dann geht es hier raus. Und wenn es darum geht, Geld zu generieren, dann kann man das auch sehr gut machen, indem man Tiere jagt und die dann verkauft. Da scheint es wohl viel Geld dafür zu geben. Das mache ich aber auch erst, wenn ich Geld brauche. Das Mädchen aus Ouagadou. Oder die Unterrichtsstunde in Kräuterkunde. Ich muss ja alles irgendwie machen. Also, Übe, Angriffe... Ja, komm, machen wir erst mal das. Machen wir erst mal das. Muss ich gerade nochmal rauskriegen. Ich suche gerade den... GPS-Zauber. Ist es das? Ach, kein Pfad für offenes Auftragsziel. Vielleicht muss ich dann einfach... Hochlaufen. Oh, was ist das denn? Hallo. Kannst du mir helfen? Mäh. Ähm, hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Hm, nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hacketts Klassenzimmer anzufangen. Das ist ganz gut, da wollte ich doch eh hin, oder? Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut. Wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Also da muss ich kurz was sagen, weil es über die Synchro gerade geht. Es ist eigentlich eine sehr gute Synchro. Es ist nicht jeder von diesen NPC-Nebencharakteren perfekt synchronisiert und manchmal wirken die auch ein bisschen gestelzt. Aber die Hauptsynchros sind fantastisch. Also zumindest, was ich bisher gehört habe, war durch die Bank weg gut. Oh, Katze! Es ist mein erklärtes Ziel, jede einzelne dieser Hogwarts-Katzen zu streicheln. Dreckige Piefs! Ein Kampf? Wie mutig und keck. War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Lass das, Piefs, wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Piefs putzt du nicht weg. Sie nennt's Boot, er nennt's Fleck. Piefs, es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hesfestusgort. Und ein Fleck, ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor Black. Was für ein nerviges Arschloch dieser Piefs ist. Das muss man sich mal reinziehen. Da haben die Schüler eh schon genug zu tun. Müssen sich mit tödlichen Gefahren auseinandersetzen. Und dann hast du da noch so einen nervigen Geist, der die ganze Zeit allen auf die Eier geht. Wer hat denn das erlaubt? Warum ist denn das okay? Gibt's da keine Lehrerversammlung oder einen Elterntag, Elternabend, wo man mal sagt, hier, Geister in allen Ehren, wir sind ja auch hier alle Zauberer und so. Aber dieser Piefs, der ist doch eigentlich ein bisschen unangenehm schon. Der ist doch schon belästigend. Das sind auch irgendwelche Rätsel, die auch wieder hier wahrscheinlich mit dieser Tür zusammenhängen. Oh ja, hier, da sieht man es ja auch, ne? Hier sind nämlich die Symbole. Und ich nehme an, ich muss halt die richtigen Symbole überall an diesen Stellen aktivieren. Und dann kann ich das hier enthüllen. Zu blöd! Also man lässt die schon sehr leicht hier irgendwie von der einen auf die andere Seite irgendwie ablenken. Auch hier, ach, man guckt sich das manchmal einfach nur gerne an, ne? Diese verzauberten Decken. Hier in dem Fall mit dem Sternbild. Okay, so, wir suchen uns jetzt eine Aufgabe. Und damit meine ich nicht diese lächerliche Nebenquest mit der Schatzkarte. Ich meine schon richtige Aufträge. Also, Zauberkombination, äh, Zauberduelle, ja, das könnte man natürlich machen. Gekreuzte Strebe, da wird gekämpft. Koboldsteine suchen, geheimes Lager im Schloss, habe ich ja gerade erst gesehen, will ich aber noch nicht machen. Da, eigentlich will ich ja das. Äh, dass ich über Angriffe mit Hilfe einer Ausweichrolle zu entgehen. Sie möchte auch, dass ich in Zendo auf einige Gegner wirke. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese Ausgabe führen, aber meine Karte könnte dennoch nützlich sein. Ich habe keine Ahnung, wo ich das dann machen soll. Aber dann kriege ich einen der wichtigsten Zauber, nämlich Expelliarmus, mit dem man den Gegner seinen Penis sehr klein schrumpfen lassen kann. Das mag niemand. Äh, besuche den Kräuterkundeunterricht. Ja, komm, machen wir den. Komm, Schule. Auch wenn da keiner Bock drauf hat, wir lernen jetzt. Ehrlich gesagt, möchte ich gar nicht mehr. Und dann kriege ich einen Mann, Hoh-Fisch, Hoh-Fisch. Scheiß an, du Schwein. Mozart, was soll ich sagen? Der Mann war seiner Zeit voraus. Ich sag's nur noch mal, ne? An solchen Stellen ruckelt's, weil er halt nachlädt und jetzt seht ihr, geht schon wieder alles. Man muss sich ab und zu auch mal die Zeit nehmen, hier diese Bilder anzugucken. Dieses Jahr alles, wofür man gewöhnlich in die Winkelgasse geht, auch in Hogsmeade finden. Wenn ich Saatgut brauche, gehe ich immer in die magische Hübe. Ich hab Madame Green jetzt schon zu oft verärgert. So schnell lässt sie mich nicht wieder an Wasserwege rechnen, die neuen Blätterpilz ran. Ich hätte es besser wissen sollen, als in Hogsmeade etwas von einem Kind auf der Straße zu kaufen. Dieses Balk. Gold. Toll, oder? Einfach nur das Rumlaufen ist schon für viele wahrscheinlich ein Traum, der wahr wird. Also wenn man Bock hat auf Harry Potter. Ich glaube, und das wird häufig gefragt, kann man das Spiel denn auch spielen, wenn man mit Harry Potter überhaupt keine Berührungspunkte hat? Wichtig ist, dass man keine Berührungsängste hat, weil es ist nun mal halt doch sehr viel Harry Potter in dieser Welt. Aber ich meine die Welt an sich, das Worldbuilding ist perfekt. Da gibt es so viele Details und auch die Geschichte ist so dicht, dass man meiner Ansicht nach hier auch als Nicht-Fan seinen Spaß hat. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Äh... Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Mein Gott, wie unangenehm. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Pentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Die kennen wir ja schon. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Was hauen die sich denn da rein? Marshmallows? Alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Schnell! Wer pflanzt denn sowas an? Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Wie der Chat. Erstmal eine warme, schmutzige Decke. Das tut mir sehr leid. Ich fürchte, Ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben Sie alle toll gemacht. Das war's schon. Als nächstes werden wir Diptam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Sie habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen. Wusstest du, dass du die Alraune zur Verteidigung nutzen kannst? Stell dir das mal vor. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man die rauszupft und dem Gegner ins Gesicht wirft zum Beispiel. Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Das stimmt. Fast wäre ich taub geworden. Nun ja. Und der Schrei einer ausgewachsenen Mandragora kann sogar tödlich sein. Also schützen Sie stets Ihre Ohren. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem. Das ist jetzt meine Chance, lieber Chat. Das ist jetzt die Möglichkeit, einmal alles nochmal neu zu machen, was in meinem Leben schiefgegangen ist. Ich bekomme die Möglichkeit für einen schulischen Neuanfang. Dieses Mal werde ich das nicht verkacken. Dieses Mal. Klar. Weiß ich alles. Habe ich alles schon gelesen. Dieses Mal werde ich das richtig machen. Mit der Schule. So, also in neun Minuten habe ich dann den Diptam. Die Blätter dieses Heilkrauts werden für den Mega-Power-Trank verwendet. Diptam-Samen können bei die magische Rübe erworben und den Töpfe jeglicher Größe gepflanzt werden. Ja, okay. Habe ich aber alles noch nicht. Gut gemacht. Sobald er geerntet werden kann, ist Ihr Diptam für den Mega-Power-Trank einsatzbereit. Professor Sharp wird Ihnen das erklären. Nun strecken wir unsere Zweiglein etwas aus und sehen uns eine andere Pflanze an. Den chinesischen Kaukohl. Einige Pflanzen sind besser für die Verwendung außerhalb des Kessels geeignet. Ohne etwas zum Kauen sind die Kohlköpfe wirklich reizbar. Zum Glück habe ich eine Puppe, an der Sie nagen können. Lassen Sie sie ordentlich hineinbeißen. Ja, Professor. Sie sind im anderen Gewächshaus, gleich am Ende des Weges, der aus diesem Raum herausführt. Ihr Klassenkamerad, Mr. Pruitt, wird Sie netterweise begleiten. Dann kommen Sie zu mir zurück, wenn Sie fertig sind und passen Sie auf Ihre Finger auf. Sie beißen. Hallo. Ich habe dich neulich auf dem Weg nach Hogsmeade gesehen. Freut mich. Ich bin Leander. Ich zeige dir den chinesischen Kaukohl. Er ist gleich die Treppe da hoch. Aber du gehst vor. Normalerweise wäre ich suspekt, aber ich bin ja Slytherin. Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verzeihung? Dein Duell mit Sebastian. Er ist gut. Er hält sich für richtig gut. Aber du hast ihn regelrecht vernichtet. Genial. Oh. Das war so. Danke. Ich hätte Sebastian fast selbst gezeigt. Ich meine, wenn Hackett mich nicht aufgehalten hätte. Aber hat sie dich nicht vor dem Drachenschädel bewahrt? Pff. Typisch Slytherin. Andere im Kampf mit Drachenschädeln bewahrten. Wir Gryffindors kämpfen ehrenhaft. Äh. Nichts für ungut. Tut mir leid. Ehrenhaft und arrogant. Das sind Gryffindors. Hier wären wir. Die Heimat des chinesischen Kaukohls. Und Slytherin sind unehrenhaft und arrogant. Los. Siehst du die Übungspuppe? Wirf einfach den Kohl auf sie. Er macht den Rest. Nee, das nicht, ne? Kohl. Wie werfe ich den Kohl? LB? Oh. Schau dir das an. Die kauen alles, was sie in den Mund bekommen. Mama hat letztes Jahr welche im Garten gepflanzt, um die Gnome fernzuhalten. Entgnomen musste sie nicht, aber ihre hupenden Narzissen waren hinüber. These, kleine Mistkerle, was? Solche Pflanzen mag ich. Keine dummen Bubotubler oder springenden Knollen. Pflanzen, die dir im Kampf den Rücken stärken. Es geht doch allein. Aber, naja, stell dir vor, das wäre keine Puppe. Nur weil die Kohlköpfe eine Puppe anknabbern, heißt das nicht, dass sie das auch bei, sagen wir, einem Kobold tun würden. Da draußen herrscht Chaos. Trolle in Hogsmeade und so. Wenn es sein muss, muss man eben auch mal Kruziferen werfen. Bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz gibt's mehr davon. Und Pflanzen, die deine Eltern nicht im Garten pflanzen würden. Du verstehst schon. Naja, wir sollten wohl zurück in den Unterricht. Kurz mal die Frage, weil immer gefragt wird, wie denn die Steuerung ist. Die Steuerung ist perfekt für den Controller abgestimmt. Ich spiele jetzt hier nicht mit Maus, das wäre Maus. Ist sicher auch okay, aber ich bin ja bei solchen Spielen ein erklärter Freund der etwas gemütlicheren Controller-Steuerung. Und vor allen Dingen hier das Kämpfen mit diesen Zaubern, die man sich so auf die Buttons legt. Das ist schon ganz cool. Und hier halt kann man sich neue Zauber drauflegen. Also das läuft. Es erinnert mich ein bisschen an Fable gerade. Allerdings natürlich an ein besseres, neueres Fable mit den Möglichkeiten, die die Controller heute bieten. Und ja, es funktioniert einfach super gut. Also ich kann wirklich kaum was Negatives finden. Ich bin zwar offen für negative Erfahrungen hier, aber bisher... Ah, ne, ich bin natürlich großer Pflanzen-Fan. Haha, schnack, schnack. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Zauberpflanzen. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Hm, das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer von meinen neuen Schülern zu hören. Dafür komme ich wahrscheinlich in die Hölle. Aber ich muss es fragen. Diese Alraunen... Die fangen also an, wenn man sie raus holt, ihren Mund auf und zu zu bewegen und zu schreien und... Es sind Jugendliche. Ich sag's einfach nicht. Ich sag's einfach nicht. Aber ich wette, dass da schon eine Menge Dinge passiert sind, wo Leute auch dann entweder Körperteile verloren haben oder aus Hogwarts entfernt werden mussten, weil das einfach moralisch nicht tragbar ist. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit den Alraunen. Aber die sehen ja, siehst du so aus... Die haben ja keine Zähne, wenn ihr wisst, was ich meine. Nein, beende die Frage nicht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie Unschwein... Ihr wisst ja überhaupt nicht. Ich wollte natürlich darüber reden, ob die Flöte spielen können. Ob die flöten können. Ihr perversen Schweine. Woran habt ihr denn gedacht? Oh. Falsche. Falsch gegangen. Hier ist halt auch wirklich einfach jeder Raum schön, ne? Das kann man... Also, ob euch der Art-Style gefällt, sag ich mal, oder manche Leute haben jetzt ein bisschen über die Beleuchtung gesprochen. Das liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen an dieser PC-Version, die halt nicht zu 100% perfekt ist. Ich glaube, das hat damit was zu tun. Ich weiß es aber auch nicht. Ich habe die Konsolen-Version noch nicht gesehen. Und die hat ja auch zwei verschiedene Modi. Nämlich diesen Leistungsmodus, der wahrscheinlich so aussieht. Und den Qualitätsmodus, wo da noch ein, zwei Sachen dazu sind. Aber, also man kann sich eigentlich, finde ich, schwer über die, über den Detailgrad der Welt beschweren. Aber es gibt sicher Leute, die sagen, das ist mir irgendwie zu Fantasy. Andere sagen vielleicht, das ist ihnen zu kindisch. Andere sagen, es ist zu viel Harry Potter. Er hier zum Beispiel. Er ist ein Streber, ne? Trägt 20 Bücher und hat dann noch drei fliegende Bücher. Die brauche ich unbedingt auch noch. Hex, Hex. Ihr fliegt jetzt hinter mir her. Quer durch den Raum. Ein Angeber. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht Auroren oder Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Black würde das nie erlauben. Das ließ sie ihn ja völlig unfähig aussehen. Zu Recht natürlich. Ich mag es, diese kleinen Gespräche zu belauschen. Weil das auch in den Büchern sehr häufig vorkommt. Dass über andere Schüler gesprochen wird, die sich über etwas unterhalten. Oder man sieht oft so kleine Nebenschauplätze im Buch, die angedeutet werden. Wo was passiert, wo Leute über irgendein Thema reden. Oft geht es ja auch darum, wie die Leute auf Harry Potter reagieren. Also was gerade wieder Gossip ist. Und das finde ich schon cool, dass man das hier einfach so mitkriegt. Weil das für mich eine ganz wichtige Stimmung ist, die man eben in den Filmen gar nicht so mitbekommen hat. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zu sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen. Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Hat er ein Holzbein oder ist er besoffen oder was ist sein Ding? Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Hast du die Bücher gelesen? Ja, klar. Hast du Herr der Fliegen gelesen? Interessanter Verweis, aber ich hab's gelesen, aber vor allen Dingen erinnere ich mich an den Film, weil der mich echt verstört hat. Aber das hat nicht so viel, finde ich, mit Harry Potter zu tun, aber es ist ein gutes Buch. Guter Film auch. Aber ist auch hart, also hat mich echt irgendwie ein bisschen verstört, wenn ich ehrlich bin. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Jawohl, Sir. Ich hab einmal links gedreht und einmal rechts gedreht. Und angesichts Ihrer jüngsten Rezutaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu Jay Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige erhalten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Interessant. Professor Scharp sagt, der Mega-Power-Trank heilt Wunden. Hoffentlich brauche ich ihn nie. Trank heilt alle Wunden. Wenn der Gerücht über einen Kobold-Aufstand hätten meine Eltern... Hat Professor Scharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, ein Büro zu betreten? Das hat er gesagt. Er will, dass ich mehr Zutaten für noch einen Zaubertrank hole. Genial! Du, mein Freund, bekommst jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Moment. Bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Stift zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau, wie erhofft. Ich brauche nur eine Fubafeder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Schaps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Das wäre aber Diebstahl. Ich bringe dir die Fubafeder. Wenn du sicher bist, dass Schaps sie nicht vermisst? Das wird ja garantiert nicht. Fubafedern sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich brauche. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Ja, das wird schon klar gehen. Danke, Lou Easy an dieser Stelle. Hat mir eben gerade ein Prime-Abo gegönnt. Und auch Mr. Salador. Der schönste Chat-Name in der englischen Sprache. Straßenköterfell? Da liegt einfach ein abgetrennter Hautlappen von einem Straßen. Das finde ich unangenehm. Das finde ich bisher das unangenehmste an dem ganzen Spiel. Was hat denn der Köter euch getan? Bei Borgen & Burks kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein. Zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Vom Auroa-Büro an Borgen & Burks. Ne, über Borgen & Burks. Wir sind ja hier bei den Tränken. Oh. Ah ja. Tja. Weg sind sie. Auch schönes Detail. Es gibt ja diese Kerzen in den Büchern, in den Filmen, meine ich. Erstmal ist das geil, sich hier das alles anzugucken. Kragenarme, alles mögliche. Ich weiß bei der Hälfte nicht mal, was es ist. Aber die Kerzen kenne ich aus den Filmen und da fand ich die schon ziemlich cool. Weil die so morbide sind, weil das so eine Wirbelsäule ist als Kerze. Aber finde ich schön, dass sie solche Details eben übernommen haben. Sie haben sich da einfach wirklich bedient am reichhaltigen Fundus der Filme und natürlich auch der Romane. Toll. Was man da alles sieht, könnte ich mir die ganze Zeit angucken. Natürlich kriegt der Feuerwehrfachmann in mir ein bisschen Panik. Aber zum Glück kann Stein ja nicht brennen. Da ist die Feder. Hey, danke, Stollkoloss. Stollkoloss hat gerade fünf Abos rausgehauen. Und Taka F1 hat auch sein Prime-Abo gefettfingert, wie man so schön sagt. Wer gut vorbereitet sein will, hat stets ein paar Tränke zur Hand. Hier ist die FUPA-Feder für dich. Großartig, danke. Das Braun wird eine Weile dauern. Du solltest weiter in deinem Idurus-Trank braun. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Kompetenz und Tränke sind zwei Dinge, die Zeit brauchen. Seien Sie geduldig und gründlich. Da fehlt noch Horr-Klump-Saft. Aber den kann ich brauen. Jetzt muss man einfach nur warten. Hier wäre es ein bisschen spannender, wenn man eben so, naja, Minigame-eske Geschichten machen müsste. Einfach nur, damit man jetzt nicht die ganze Zeit nur 20 Sekunden warten muss. Das ist ein bisschen lame. Vielleicht kommt es später noch, wenn die schwieriger werden. Und jetzt lassen wir mal den Kraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Gareth, du bist da. Brachendunner. Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder, Punktabzug für Gryffindor. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Ich war's! Oh, Führer, äh, Lehrer. Ich habe den Edu-Stahl hier mit gebraut, Professor. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte immer daran, dass Sie noch kein Meister der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind. Man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Danke, Susan666. Das Zeichen des Abos. Schade. Aber jetzt haben wir das. Also wir lernen hier so langsam auch, wie die einzelnen Unterrichtsgruppen ineinander greifen. Weil man, wie gesagt, erst die Zutaten pflegen und hegen muss, bevor man sie dann verbrauen kann. Und das ist auch tatsächlich wichtig. Also entweder man hat Geld durch die Jagd nach Tieren zum Beispiel und benutzt das dann, um sich die Waren zu kaufen. Oder man nutzt die Zeit, um die Geschichten anzulegen und wachsen zu lassen. Ich scheiß auf die Steine. Deine Steine sind Schweine. Steine. Niemand interessiert sich für die Steine, Alter. Hör auf, mir das zu empfehlen. Es interessiert mich nicht. Scheiß Steine. Ich glaube, es hackt. Ich bin hier einfach zu Höherem geboren. Ich bin Slytherin. Genial, oder? Da ist irgendwas Spannendes. Okay, das hatten wir schon. Okay, gut. Ich sehe schon. Wir müssen einfach erstmal weiter die Hauptmission machen, bevor wir dann irgendwann auch die ganze Karte erobern können. Wir haben ja schon ein bisschen was gesehen. Aber es dauert noch eine ganze Weile, bis wir da. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Seht ihr, es ist ein weiter Weg. Das ist aber ganz geil eigentlich, weil den möchte ich jetzt auch mal gehen und mir ein bisschen die Welt angucken. Ich finde es immer sehr schön, hier durchzulaufen. Ich finde es auch toll, dass man nicht einfach nur abgeschlossene Areale hat, sondern dass man wirklich von einem ins andere kommen kann. Danke, Cheguelara. 808. Die Eidechse der Freiheit. Cheguelara. Oh, was ist das denn? Ich meine, diese Umrandungen sind immer wichtig, aus irgendeinem Grund. Was kann ich denn da machen? Ah, seht ihr? Man kann immer was damit machen. Muss man sich merken. Leere Porträts sind hier so ein kleines Rätsel. Eins davon habe ich schon gelöst. Was war hier nochmal? Hier wird doch auch was angezeigt. Ah, okay, auf der Seite. What? Einfach so? Das ist ganz schön geil, ne? Einfach mal so ein Extraraum. Kannst du direkt, ich würde sagen, Airbnb, 450 Euro, darf natürlich keiner erfahren, aber ein nettes kleines Nebensalär. Kann man als Slytherin ein paar Hufflepuffs bullieren. Also man kann ein bisschen böse sein, aber nicht wirklich böse. Es ist kein Bully. Und es ist wirklich auch, sag ich mal, ein Spiel, was eher das zusammen feiert. Und ich glaube nicht, dass es so eindeutig gut, böse, plakativ ist, wie zum Beispiel in den Filmen, wo ja alle Slytherins eigentlich Arschlöcher sind. Und hier kam es mir bisher nicht so vor. Aber who knows? Wir sind ja auch erst am Anfang. So, jetzt laufen wir mal querfält ein. Und gucken wir uns die ganze Pampa an. Danke Optimobi. Und danke auch Big Lebowski. Bisi Lebowski. Vom Clan der Lebowskis. Und Masquerade. Auch du bist hier willkommen. Jetzt, also. Jetzt quatschen einen schon die Steine an. Einfach alles, ne? Die Vögel, dieser leichte Regen, der leichte Nebel, das Grün, die Farbwahl, die Lichtstimmung, der wippende Schal, der schöne Mantel. Es ist ein Traum. Ich höre jetzt auch auf, über die Optik zu gaisen. Mein Male Gaze ist heute ausschließlich für Spiele reserviert. Aber es ist halt wirklich toll. Also ich sehe ja auch diese ganze Umgebung zum ersten Mal immer. Deswegen bin ich froh, dass ich da auch authentisch begeistert sein kann. Weil ich echt Angst hatte, dass das vielleicht nicht... Ah, da brauche ich einen Hammer wahrscheinlich. Obwohl, kann ich die nicht einfach... Ich bin doch Magier. Ah, seht ihr? Achio. Ich bin doch eher чемgeist. Achio. Viele haben gesagt, mein Hauptcharakter sieht aus wie ein offizieller Hauptcharakter, weil er aussieht ein bisschen wie der Typ von Fantastische Tierwesen. Ne, ich habe mir den so ausgesucht, tatsächlich jetzt wo ihr es sagt, erkenne ich es ein bisschen, aber ich fand einfach die Frisur lustig. Ich kann aber gerne, vielleicht kann man sich ja später noch umstylen und irgendwie verzaubern lassen, dann würde ich da auch nochmal dran rumfriemeln und gucken, ob ich noch ein bisschen was Blöderes finde, ein bisschen was Peinlicheres, weil er sieht einfach zu gut aus. Da nimmt ihn keiner ernst in dieser Welt. Hat Simon schon Hagrid besucht? Um zu visualisieren. Das finde ich schon sehr gut gemacht. Es gibt ja auch Nebel, der einfach nur kaschiert, aber hier ist es wirklich eher ein Grafik-Bonus-Element, ein Feature. Oh Mann ey, und da freue ich mich tierisch. Ich bin ja wirklich kein Fan von dem Quidditch in den Büchern und den Filmen, finde ich alles irgendwie eigentlich ein bisschen blöd. Aber ich glaube, dass das als Spiel super funktionieren könnte. Aber ich lass mich dann beim DLC gerne mal überraschen. So, ich weiß, dass ich hier nicht hoch muss, aber ich will mir das natürlich erstmal angucken. Ja, hier sieht man wieder das Problem. Sobald man schneller ist als die Ladezeiten, dann kommt das große Ruckeln. Harald Töpfer und die verlorenen Framerates. So, hast du dich? Jetzt haben sie sich. Ne, auch noch nicht. Ne, es ist eine harte Ecke hier oben. Irgendwas ist hier, was denen nicht gefällt. Eieieiei, was ist hier los? Aber wir haben ja auch gesehen, dass es besser läuft, aber hier läuft es halt wirklich nicht gut. Der Eulenturm. Ah, jetzt läuft es schon wieder ein bisschen besser, ne? Achso, da gibt es gar keinen Text zu. Also ihr seht schon, ne? Das ist kein generelles Engine Problem, sondern es ist einfach in diesem Preload der Grafik ist irgendwas noch nicht richtig und deswegen ruckelt es eben, sobald er was Neues sieht. Das soll natürlich nicht sein, aber ich möchte auch nochmal hinzufügen, dass das hier wirklich halt manchmal passiert, sobald man in neue Gegenden kommt, aber es halt wirklich auch immer weniger wird, wenn man einmal alles gesehen hat und wenn man genug Speicher für den Cache hat. Hier sieht man es ja ganz gut, jetzt läuft alles wieder. So, wir gehen aber trotzdem weiter Richtung Hauptaufgabe. Kann man in dem Spiel Adava Kedavra, Evada heißt das, glaube ich, Evada Kedavra, aber ja, ne, ich weiß es nicht. Ich glaube, man kann, man kann die verbotenen Flüche lernen, also man kann auf jeden Fall lernen, diese, ähm, also die dunkle Seite sozusagen, die Slytherin-Seite auszuleben. Das gehört allerdings nicht zum Hauptpfad, ne, ich bin hier völlig falsch gelaufen, das gehört nicht zum Hauptpfad, sondern das muss man in Nebenmissionen machen und da geht's dann eher um die dunklen Künste. Das gibt's also, aber ob man jetzt, Evada Kedavra, kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass man das lernt, aber kann natürlich gut sein, dass das Spiel später noch ein bisschen härter wird, äh, ich weiß es nicht. Vielleicht heben sie sich auch auf, ähm, für den nächsten Teil, der ja eigentlich unweigerlich für das Schuljahr 6 und dann auch 7 kommen wird. Danke, Lila Larsemann. Du hast eben noch mal schön Abos verschenkt, äh, rechte Pfeiltaste, ist der Zauber schon aufgeführt? Oh, ist das so? Alter, da sind sie alle, ne? Imperio, Crucio und Evada, ne, Avada, du hattest doch recht im Chat. Avada Kedavra. Krass. Das ist aber hart. Unverzeihliche Flüche. Bin ich ja mal sehr gespannt, wo das noch hinführt. Ah, das wird die Goblins wahrscheinlich am Ende alles treffen. Das Setting ist ja so ein bisschen Goblins gegen Menschen oder Goblins gegen Zauberer. Ähm, auch wenn ich das nicht ganz lore-technisch nicht ganz zusammenkriege, ist das schon, glaube ich, hierfür ganz sinnvoll, als jetzt nochmal diese Voldemort-Geschichte in einer anderen Version, in einer kleineren Version oder in irgendeiner anderen Variante nochmal durchzuexerzieren. Ich glaube, das ist ganz gut, jetzt mal was wirklich anderes anzubieten, als das, was man eben schon kennt. Äh, Lokulade, vielen Dank auch für dein Abo. Ja, das kennen wir natürlich, ne, diese lange, große Holzbrücke, die auch so schön im letzten Teil dann zerstört wird. Ach. Also der letzte Harry Potter ist auf jeden Fall mit einer der Besten, auch wenn natürlich vorherige auch richtig reinhauen. Aber, ähm, also es gibt auch schlechte, aber ich finde wirklich gerade so die Letzten, wenn es wirklich auch mal um Kämpfe geht und wenn es um alles geht und Voldemort wieder da ist und seine Verbündeten hinter sich hat und sie einfach offen angreifen und man einfach dieses dystopische Element langsam merkt. Das war mir immer das Liebste. Hier ist die Hütte von Hagrid. Noch gehört sie ihm nicht. Aber die Kürbisse sind schon da. Seht ihr? Da ist es noch eine Scheune. Da sieht man mal, der arme Hagrid, ne, muss in der Scheune leben. Also Geld ist hier übrigens ein echtes Problem, weil man einfach nie genug hat, gerade als Schüler. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, sollte man am besten in den Wald jagen gehen. Obwohl Poaching hier ja eigentlich nicht sonderlich populär ist, muss man es dann eigentlich doch machen, weil das Geld lockt. Hm, bevor ich da lang gehe, gehe ich erst nochmal hier. Also die Welt auch drumherum ist wirklich schon groß genug. Also man hat nicht das Gefühl, dass da einfach nur das Schloss und ein bisschen Grün drumherum gemacht wurde, sondern hier ist der See. Hier sind alle wichtigen Elemente. Ich frage mich, ob man ins Wasser auch kann. Und was ist denn der Grund dafür? Im See zu tauchen klingt nach einem tollen Abenteuer. Erzähl mir mehr. Toll. Genau die Antwort, die ich mir erhofft hatte. Was soll ich denn genau für dich finden? Vor Jahren segelte mein Großvater, der sich selbst für einen Astronomen hielt, vom Bahnhof Hogsmeade aus los, um mit meiner Großmutter nur ein wenig die Sterne zu beobachten. Sie kehrten nie zurück. Das tut mir leid. Das ist mit ihnen geschehen. Das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass weder sie noch ihr Boot ans Ufer zurückgekehrt sind. Sie sind vermutlich ertrunken. Vater war so verzweifelt, dass er unserer Familie verbot, je wieder einen Fuß auf oder in den großen See zu setzen. Ein wertvolles Astrolabium der Familie verschwand in dieser Nacht mit ihnen. Wenn du es bergen könntest, würde das meinen Vater bestimmt freuen. Was genau ist ein Astrolabium? Es ist ein erstaunliches, uraltes Navigationsinstrument. Im Grunde ein tragbares Modell des Universums. Es wird hauptsächlich für das Studium der Sterne benutzt. Aber es gibt fast tausend Verwendungsmöglichkeiten. Faszinierendes Gerät. Leider ist es bestimmt so verrostet, dass es nicht mehr zu reparieren ist. Aber ich hätte es gerne wieder. Es hat schließlich meinen Großeltern gehört. Du dachtest anscheinend, ich hätte von den Bath Pinch Smedleys gehört. Warum sollte ich deine Familie kennen? Das ist wie die Frage, warum der Himmel blau oder das Gras grün ist. Der Name Pinch Smedley ist gleichbedeutend mit großer Wissbegehrde. Wir sind bekannt für unsere Beiträge zu Wissenschaft und Kunst. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von uns gehört hast. Und bei allem, was ich noch entdecken werde, werden diejenigen, die den Namen noch nicht kennen, ihn sicher eines Tages kennenlernen. Ach, du bist fertig. Okay. Hm. Klingt gefährlich. Besonders für etwas, das lediglich sentimentalen Wert hat. Ach, verstehe. Aber ich wäre dir ewig dankbar. Es kann natürlich sein, dass du noch viel mehr als das Astrolabium entdeckst. Alles, was du sonst findest, gehört dir. Ich habe die letzte bekannte Position des Boots mit der Topografie des Sees, den Tiefenkarten und dem Gezeitenplan abgeglichen. Ich vermute, dass es dort drüben ist, etwa einen halben Kilometer vom Hafen. Es wäre wunderbar, das Astrolabium meines Großvaters wiederzuhaben. Ich hoffe, du findest das Astrolabium. Es bedeutet unserer Familie sehr viel. Es klingt, als wäre ihr Astrolabium nordöstlich des Docks. Ich sollte dort danach tauchen. Ja, aber wie? Kann ich denn überhaupt schon tauchen? Tauche auf den Grund des großen Sees? Ja, wie geil eigentlich. Eben noch gefragt und jetzt plötzlich kann ich es machen. Frage von Mittenmeng. Würdest du die Deluxe empfehlen? Startzeitpunkt ist mir egal, aber was ist mit der dunklen Arena? Ich kann beides gar nicht so beantworten. Ich weiß, dass man hier einen neuen Anzug hat und so ein paar Klamottenkram, vernachlässigbar. Und auch ein neues, dieses Reitpferd. Ich habe vergessen, wie die Rasse heißt, aber ein Reitpferd hat man auch. Das hat man aber normalerweise auch. Es sieht hier nur jetzt anders aus. Dunkle Künste, also dass da irgendwas Dunkles, Eigenes in der Arena nur hier mit der Deluxe möglich wäre, weiß ich gar nicht. Ich kann es dir leider nicht so hundertprozentig sagen. Ich würde es gerne. Aber ich weiß es auch nicht. Interessant, dann schwimmen wir halt jetzt einfach mal. Ah, so ein schöner Abend-Schwimm-, äh, eine kleine Schwimmstunde abends. Hier muss das Astrolabium der Familie Pinch's Medley sein. Es ist so, auf Steam steht der zehnte zweite als Release, das ist wahr, aber man hat, ähm, als, ähm, Vorbesteller der Deluxe-Version hat man die Möglichkeit, schon drei Tage vorher zu spielen. Also auch jetzt schon. Kann man sich überlegen, aber man kann auch einfach warten, ne? Äh, das war's ja wohl nicht. Äh, okay, ich sollte dort schwimmen gehen. Ich weiß nur nicht, wie kann ich denn überhaupt ins Wasser, also ich meine, wie kann ich tief tauchen? So nicht. Er, L. Er hat doch die ganze Zeit ein Buch in der Hand. Er ist ja wahnsinnig. Ähm, okay, ich hab keine Ahnung, ob und wie ich hier tauchen kann. Das wurde mir noch gar nicht gezeigt. Wahrscheinlich muss ich gerade mal gucken, ob es hier einen Tauchzauber gibt. Schweben, Verschwörung, Änderung, Verwandlung. Man sieht nicht so aus, als ob hier auch einer ist für Luft. Kraft, Kraft, Kraft. Kraft, der hier sieht am ehesten noch so aus, ne, von dem Logo her. Aber nee, ich glaube, wir haben, wir haben keinen für Luft. Nee. Okay, gut, aber dann wissen wir das halt auch. Ich bin gerade getaucht, ja, aber das war ja nicht das Tauchen, was wir wollen. Wir wollen ja hier runtertauchen, oder? Also ich meine, wir haben doch jetzt nur einen Hut gefunden. Das ist ja nicht das Astrolabium. Oder, ach man, soll ich wirklich nur da immer dann tauchen? Okay, das ist natürlich ein bisschen lame. Da habe ich mir mehr erhofft. Okay, ich hab's. Aber ihr versteht schon, ne? Ich dachte, man kann auch unter Wasser sich das alles angucken. Sieht auch diese mehr jungen Menschen und, äh, die Nymphen und irgendwelche anderen Wesen, aber leider nicht. Na gut. Könnte man aber auch noch in einem DLC nachliefern. Vielleicht mit einer Pflanze, ja genau, das könnte echt noch, das könnte echt noch sein, ne? Wenn ihr Bescheid wisst, vielleicht von anderen, ähm, Streams, sagt mal gerade, ob es dabei bleibt oder ob es auch noch richtiges Tauchen gibt. Das würde mir auf jeden Fall, äh, würde mich interessieren. Das würde mir auf jeden Fall, äh, würde mich interessieren. Eine Person hat schon 18 Stunden, bisher kein Tauchen. Schade, aber gut, dann lieber gar nicht als schlecht. Aber ich hätte mir das schon gewünscht. Ich, ich hab mich wirklich gerade schon tierisch gefreut, weil ich ja so Unterwasserwelt noch immer feiere. Oh, da ist noch was. Äh, und ich hoffe fast, ich hoffe fast, dass man da vielleicht, zumindest beim nächsten Teil, vielleicht in einem DLC nochmal so eine Unterwasserwelt nachliefern kann. Meiner Ansicht nach könnte ein ganzer DLC nur in dieser Unterwasserwelt spielen, weil da gibt es so viel geilen Shit zu entdecken. Kurz noch zu den Koboldsteinen. Äh, wenn dein Charakter darüber redet, dann bist du in der Nähe von einem. Okay, ich werde die mir merken und auch gerne mal suchen. Aber ich bin nicht so der Fan von, äh, von diesen ganzen Suchspielen. Gibt es auch Animagus-Fähigkeiten? Ich glaube nicht, dazu müsste man ja ein Animagus sein. Und unser Charakter ist das nicht. Ja, aber nicht umsonst. Auch geil ist, ja! Und ich behalte es. Kann ich nicht machen. Ich suche nur mögliche Rauchplätze. Hier ist doch noch was. Genau, da liegt doch irgendwas Wichtiges. Ah, okay. Wer sagt das? Ach, das sagt hier. Das sagt das Gesicht. Es tut so gut, dich zu sehen. Hallo Natti, wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Renrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sie wollen etwas, das Professor Fick und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fick sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Sirona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, Selbststellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabele-Land. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Rookwood und Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wilderei-Aktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Nati. Sei auf der Hut. Okay, das ist... Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Was höre ich denn da? Da gehe ich natürlich direkt hin. Der Meisterspionierer. Er hört alles. Er sieht alles. Er will bei allem dabei sein. Er ist der Fokus dieser Geschichte. Wen soll ich umhauen? Ich war mit meiner Forschung beschäftigt. Ich habe keine Zeit für... Victor Rookwood schert sich kein Stück um ihre Zeit. Eui, wenn man vom Teufel spricht. Mr. Rookwood würde sich gerne unterhalten. Von der Schule? Das kann doch nicht... Jetzt reicht's mir. Lasst sie in Ruhe. Super. Gut, kein Problem. Ich gucke zu, wie das Licht aus deinen Augen verschwindet. Schick, da hätte ich jetzt Protego besser benutzen müssen, ja? Also das, äh... Das Zaubern mit dem Stab ist doch wirklich immer wieder spaßiger, als ich's erwartet hätte. So wurde ich noch nie angegriffen. Und das so nah an Hogwarts. Alles in Ordnung? Ja, vor allem auch dank ihrer exzellenten Verteidigungskünste. Warum nur wollten zwei Erschwinderinnen mich erledigen, um an sie zu gelangen? Erschwinderinnen? Victor Rookwoods Diebe und Erpresser, seine Handlanger. Sie schienen an ihnen interessiert zu sein. Das ist eine lange Geschichte, aber danke für die Hilfe. Nun, für den Moment sind sie sie los. Priya hat mich gewarnt, dass sie gefährlich werden. Dann sollte ich lieber weiterforschen, bevor sie wiederkommen. Leute, ihr macht mich fertig. Gehen Zauberer, die noch zu jung sind für Hogwarts, eigentlich in den Volde Hort? Danke, Alex. Sie erwähnten jemanden namens Priya? Ja, meine Frau. Sie weckte mein Interesse für Merlin, schenkte mir ein Buch, als wir noch in Hogwarts waren. Klassische Hufflepuff, geniale Trankmeisterin, hat einen Laden in der Nocturngasse. Sie ist eine reisende Händlerin, sie weiß immer, was im Hochland vor sich geht. Sie sind Forscherin? Nora Treadwell, zu ihren Diensten. Historikerin, Archäologin und Spezialistin für das Leben und Werk Merlins. Ich dachte, Merlin, Arthus und die Tafelrunde wären nichts als Märchen. Mythos? Seien Sie froh, dass Sir Carl Duggan sie nicht hören kann. Er erzählt in seinem Bild in Hogwarts ständig von seinem guten Verhältnis zu Merlin. Merlin war Schüler in Hogwarts. Und ich untersuche seltsame Objekte, die er vor Jahrhunderten hinterlassen hat. Objekte? Diese rankenbedeckten Säulen, Dutzende von ihnen. Sie stehen überall. Ich nenne sie die Prüfungen Merlins. Ich vermute, er hat sie als Ablenkung für seine Kameraden in Slytherin erschaffen. Er war ein großer Liebhaber von Rätseln. Verständlich, dass Sie sich für Merlin interessieren. Ich wüsste gern mehr über die Prüfungen. Dann werde ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Bisher weiß niemand genau, wie sie funktionieren. Aber ich glaube, ich habe einen wichtigen Hinweis entschlüsselt. Malvenkraut scheint mir eine wichtige Komponente zu sein, um die Prüfungen auszulösen. Malvenkraut? Ein vielseitiges Kraut. Merlin erwähnt es mehrfach in seinen Schriften. Ich wollte gerade meine Theorie ausprobieren, als ich so je unterbrochen wurde. Jede Wirbelmitte in Merlins Schrift ziert ein anderes Symbol. Das hat mich ins Grübeln gebracht. Was, wenn... Das Malvenkraut in der Mitte der Symbole platziert werden soll. Genau. Würden Sie mir die Ehre erweisen? Dann sehen wir, ob unsere Theorie hält, was sie verspricht. Okay, hier sind die Säulen. Ich habe eine Kiste mit Malvenkraut mitgebracht. Die ist dort drüben, bei meinem Zelt. Und nun ist sie mir. Diese Truhe? Ja, greifen Sie zu, auch wenn Sie schon welche haben. Ich habe das Malvenkraut. Wunderbar. Jetzt sehen Sie sich die Ranken an den Säulen und den Steinwirbel auf dem Boden an. Jede Prüfung hat diese Merkmale. Setzen Sie das Malvenkraut auf den Wirbel, dann sehen wir, was passiert. Meine Frage ist jetzt, wie ich das Malvenkraut aktiviere. Ach, hier ist der Wirbel. Meine Güte, haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Was soll ich jetzt tun? Hm, das ist Neuland. In Central. Was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Kann ich da wieder weg? Ja, okay. Ich nehme mal an, ich muss diese Pötte entzünden, weil das ist irgendwie das Einfachste. Ja. Ja, wer hätte das gedacht? Merlin war ein großer Geschwindigkeitsvernatiker. Ja, ganz viele Informationen. Merlin ist einer der Slytherin. Das ist schon mal eine Information, die ich auch nicht wusste. Die Antwort auf die Frage, wann spielt das Spiel? 100 Jahre ungefähr vor Harry Potter. Oder vor unserer Zeit. 1900, paar 90 oder so. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier eigentlich alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Lösen Sie sie so, wie Sie ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich, dass Sie in Hawksmeet finden, wenn Sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Also es gibt natürlich noch viel, viel mehr Merlin-Prüfungen. Wir haben jetzt nur einmal beigebracht bekommen, wie das am besten dann funktioniert. Hier der, genau, der Goblin ist da auch noch da. Mit dem würde ich auf jeden Fall gerne mal reden. Und das wirkte schon interessant. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Randrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Randrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich. Schlugen mich fast bewusstlos. Nahmen meine Karren, mein Hab und Gut. Selbst das Allerwertvollste. Meine Bilder. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Randrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Haben Randrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Randrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Randrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Werter Slytherin. Scrope weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fick gefunden haben. Scrope kann Ihnen helfen. Und Sie helfen Scrope. Gehen Sie am Pendel vorbei in den Hof. Keine Sorge, Sie können es nicht verfehlen. Aber sagen Sie niemandem etwas. Und direkt sind wir mittendrin in ganz vielen Verstrickungen rund um Hogwarts und seine Geheimnisse. Mir wurde gerade gesagt, ich soll auf jeden Fall noch mal eine zweite Merlin-Prüfung machen. Dafür gibt es dann nämlich besseres Inventar. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo die nächste Merlin-Prüfung auf mich wartet. Aber wenn ich sie sehe, werden wir sie machen. Kraut habe ich ja noch. Rivelio. Hier sind aber auch noch einige Kisten für mich. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Möchte ich auch noch haben. Kann ich nicht. Okay, na gut. Nach dem, was Renrock dem Kobold-Bankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. Okay. Du kannst die Aufgabe von dem Goblin machen. Dort gibt es dann die nächste Prüfung. Sehr gut. Sehr gut. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Ein Kobold namens Pergit macht reichlich Ärger. Seine Bande greift reisende Händler an. Darunter leiden die Geschäfte in der Gegend. Wäre schön, wenn jemand etwas dagegen unternehmen würde. Aber niemand will sich mit einer Bande von Kobolden anlegen. Also kann er in den Ruinen von Kauro tun und lassen, was er will. Ja, Zutaten lieber nicht. Aber die Tränke kann ich schon sehr gut gebrauchen. Zauberschaden, Verteidigung. Ah, kauf mal einfach nur davon. Drei. Ah ja, eine sehr gute Wahl. Die sind halt in den Kämpfen wirklich schon echt wichtig. Also ich habe die zumindest... Trinke ich die die ganze Zeit zwischendurch. Ist schon nicht ohne. Okay. Koboldlager. Okay, da sind wir richtig. Bevor wir jetzt zum Koboldlager gehen, muss ich kurz auch mal mein Lager aufschlagen. Und zwar auf dem Klo. Ich gehe kurz urinieren. Ich lasse den Zauberstab seine magischen Wirkungen verteilen. Und ihr könnt das auch machen. Könnt zusammen mit mir zaubern. Und nicht zaudern, denn gleich geht es bei uns weiter. Danke auch an Holy Puppy und Crow Bakery, die beide hier am Ende nochmal schnell den Abo-Zauber haben wirken lassen. Ich freue mich darüber. Ich bedanke mich. Danke auch Bisi Lebowski, die jetzt gerade eben nochmal Abos verschenkt hat. Auch vielen Dank. Wir sind in drei Minuten wieder da. Ich freue mich auf euch. Bleibt einfach dran. Es geht gleich weiter mit Hogwarts. Wir sehen uns. Stuhl Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Drehstuhl Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Nicht nach Stuhl, nicht zum Sitzen da! Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich nach Stuhl, nicht zum Sitzen da! Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Jawohl! Stuhl? Stuhl? Jawohl! 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 Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? 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 Stuhl? Ja, und was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Ich nach Stuhl, nicht zum Sitzen da! Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, und was für ein Stuhl dachten Sie? Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl Jawohl Stuhl Stuhl Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl Mann ist der Stuhl glatt Das ist korrekt der Stuhl ist zum Sitzen da Falls ihr euch fragt was ist das Warum Ich lese das immer wieder im Chat Das ist ein Meme Das in meinem Stream Entstanden ist weil ich rausgegangen bin Und der Stuhl dann hier Dieser MSI Stuhl die ganze Zeit Alleine stand Und dann haben die Leute irgendwie gesagt Ach es war eigentlich viel besser als der Stuhl noch moderiert hat Ach nee jetzt ist der Simon wieder da Dann kann ich ja gehen ich bin nur wegen Stuhl hier Und so wuchs in mir Ein Song Mit Zitaten aus bekannten Schnipseln der Filmgeschichte und der TV Geschichte Und zusammen mit Chicken Wing Joe haben wir dann diese Songs gemacht Das ist die sehr kurze Geschichte dazu Moment Feinde Ah Spinnen Okay aber man erkennt sie kaum als Spinnen Das finde ich sehr gut Also die sind schon eklig Aber zum Glück Nicht so eklig Wie sie sein könnten Der Sieg kam keine Sekunde zu früh Und diese Viecher Die sind hier einfach Am Wegesrand Stellt euch das einfach mal vor Du bist am Wegesrand mit deinem Hund Kommt so ein Viecher Hund weg Und keiner macht was Kann man die HOD Elemente weiter Reduzieren Das ist eine sehr gute Frage Ich probiere es mal aus Ich mache das manchmal auch ganz gern Ich mag es sogar wenn man es schafft Sich so einzuspielen Dass man die überhaupt nicht braucht Moment Könnte das sein Grafiken vielleicht Nebelqualität Bearbeitung Qualität Ne das nicht Hier vielleicht Ne Auch nicht Auch nicht Auch nicht Hier kann man die wahrscheinlich an und ausstellen Minikarte könnte man ausmachen Text mit hohem Kontrast Gameplay mit hohem Kontrast Also Ich habe das Gefühl Als ob man hier schon was einstellen könnte Aber man muss es sich wirklich nochmal suchen Weil jetzt gerade habe ich nicht Da hier Zauber HOD Hier sind die Sachen Komm wir machen mal Ach ja ja Das wird nicht klappen Nachverfolgungssymbole Basis Wir machen mal alles aus Und gucken uns das einfach mal so an Für eine Weile Aber ich werde es so nicht lassen Aber wir machen es mal ein bisschen Ne Ist doch irgendwie auch ganz geil Ich weiß ja wo ich lang muss In diese Richtung Und vor allen Dingen habe ich ja zur Not auch mein Zauberbuch Ne Das müsste man eigentlich nochmal Ich werde nie rauskriegen Ah da Digital oben Okay Hier immer noch voll kalt bei mir in der Bude Hast du schon die neuen Folgen von Physical 100 geguckt? Ja Bin total der Physical 100 Junkie Nicht nur weil ich ja jetzt auch Sport mache Und mich da angesprochen fühle Sondern auch weil es total gut zu gucken ist Ich gucke es echt gerne Physical 100 Koreanisches Wettmuskeln Von starken Männern und Frauen Rund um Die Frage A la Squid Game Wer ist der stärkste? Nur einer Darf überleben Hier bin ich richtig Korte Stufrund Ich finde es gut Dass es solche Spinnen sind Die so ein bisschen Enteklicht wurden Also die sind natürlich noch ekliger Aber dadurch sehen sie weniger aus wie Spinnen Ein Lager Das muss es sein Magst du auch den MMA Meister am liebsten? Der ist ein bisschen crazy Der ist ein bisschen verrückt Aber ich Also ich mag ihn nicht Aber ich finde ihn unterhaltsam Offenbar gibt es mehrere Wege hinein Wie wäre es denn einfach mit dem ersten Erstbesten Fass in die Fresse Was wirst du? Nebenbei sammle ich ein bisschen Pilze Das kämpfen mit euch ist einfach nicht spektakulär genug Okay das war ein Fehler Ja Ich werde dich truhen Ich truhen Ich truhen Ah, jetzt habe ich Block gemacht, aber da hätte ich jetzt natürlich ausweichen sollen, ne? Scheiße. Gegner auf höheren Stufen als du sind schwer zu besiegen. Das habe ich gemerkt. Verfluche es erneut. Ja gut, man kann ja auch mal... Oh, ich wollte gerade... Genau. Was? Ich will den einen! Ich habe keine Zeit dafür! Ich komme hier nicht weg. Incentrum! Lidioten! Geh dich nur ab! Nein! Schwer ist halt schwer. Aber ich finde es ganz gut, weil so kann man echt mal lernen, wie das Kämpfen wirklich geht. Ich habe jetzt gerade den Fehler gemacht, dass ich immer wieder zugelassen habe, dass Leute von der Blind-Side auf mich zukommen. Ich muss die wirklich entweder in die Luft jagen oder oder oder. Ich kann aber auch, und das ist auch noch interessant... Nein. Wie viele sind denn hier noch? Kann mich auch unsichtbar machen, ne? Das werde ich mir auf jeden Fall in Zukunft erweitern. Wenn ich viel oder dieses Kind wieder sehe, bekommen sie, was sie verdienen. Und hochleveln. Was für ein bedauerliches Ende für dich! Oh! Okay, das hat nicht geklappt. Da haben sie mich entdeckt. Aber normalerweise geht das schon. Du wirst mich nicht aufhalten! Protego! Mediose! Auf! Noch ein Fall erledigt! Ich muss reinkommen. Es ist zum ersten Mal so ein krasseres Gefecht, wo ich auch nicht nur einfach irgendwelche Steinstatuen habe, sondern eben auch Gegner, die so ganz schnell auf den Zug kommen. Okay. Ach, jetzt haben sie mich schon wieder gesehen. Ja gut. Okay. Die sind das Problem. Ach, jetzt haben sie mich schon wieder gesehen. Ich bin schon wieder gesehen. Mediose! Oh! Mich das überstehen. Mediose! Spänk ich doch Fahrzeug auf den Boden! Akio! Mediose! Kämpf bevor du geboren wurdest. Nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz. Der Typ hier ist einfach mega stark. Der Typ hier ist einfach mega stark. Du kannst uns nicht aufhalten. Du hättest dich für so klug. Du hättest dich für so klug. Du hättest dich für so klug. Gegner. Aber das hat jetzt zum Glück ganz gut geklappt. Aber ein bisschen mehr Energie wäre schon nicht verkehrt. Ja, hier kommt man irgendwo nicht anders lang. Ich will am liebsten erstmal nur gegen einen immer kämpfen. Gegen drei, vier ist schon hart. Ach, ich hab ja auch die Kohlköpfe. Ja, du hast recht. Die hab ich jetzt natürlich nicht gesehen. Na, ich überlege, ob ich vielleicht von schwer einfach runterstellen soll, weil es ist ein bisschen... Das Schwere macht nicht mehr Spaß. Schwer ist nicht mehr, sondern schwer ist einfach nur weniger Energie. Ist oft dann immer, also... Bisschen knifflig. Äh, ich mach noch einmal einen Kampf. Wenn ich jetzt auch wieder verliere, werde ich das wahrscheinlich einfach runterstellen. Weil es hat bisher keine große Veränderung erzeugt. Kurgar ist nicht mehr, people. Jörgla frühe, Leitte, blirUN! kung. Stück. 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 Das meine ich, ne, du kommst halt gar nicht hinterher bei all diesen Angriffen und du kriegst ab und zu eine, eine ab. Das meine ich, ich war doch mitten im Kampf, ne, ne, ich bin kein Fan von dem Schwierigkeitsgrad, der ist halt einfach nur, also schwer ist ja nicht immer gleich schwer, manchmal ist halt schwer auch einfach nur weniger spaßig, ne, brauche ich nicht den Scheiß hier. Also es gibt gute, schwere Schwierigkeitsgrade und dann gibt es welche, die einfach nur doof sind und der ist nicht gut. Okay, komm. Äh. Äh. Ah, wo wo dieulse. Okay, welcher ist denn... Ah, rot ist es bei ihm. Nee. Protego, Incendium. Akhirn. Erregulierung. Akhirn. Fuchte, Incendium. Dafür wirst du bezahlen. Ach, ich bin nicht mehr. Das war wenig bei uns. So macht es doch gleich viel mehr Bock. Und da halten die nicht so viel aus. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Weil es ist halt... Also sie sind jetzt nicht klüger auf schwer. Es ist irgendwie auch nicht... Ja, es ist natürlich schwerer, aber es ist nicht wirklich kniffliger. Es ist nur... Es dauert einfach länger und man stirbt häufiger. Das ist irgendwie... Ich mag ja wirklich auch schwere Schwierigkeitsgrade, aber das ist mir irgendwie dann... Gib mir zu wenig. Was mache ich hiermit? Hm, wie könnte ich die Kiste aufkriegen? Einmal noch mal kurz... Da. Ich will dich an die Kiste dahinter. Ja. Geil. So. Und hier ist noch ein weiteres Merlin-Rätsel. Oh. Oh. Also kurz zur Erklärung, ähm, einfach, äh, um es einmal, äh, gesagt zu haben. Was ich an einem schweren Schwierigkeitsgrad mag, ist, wenn der dazu führt, dass man zum Beispiel mehr Gegner hat, die Gegner smarter sind, vielleicht bessere Taktiken benutzen und man einfach generell das Gefühl hat, okay, jetzt ist es auch irgendwie, ähm, ja, schwerer ist es halt natürlich auch, wenn man einfach nur den Schaden erhöht. Aber das ist halt irgendwie, das führt halt dazu, dass man häufiger stirbt. Okay, ja. Aber da, da sehe ich den Spaß nicht so drin. Ich habe lieber das, das ist, dass man mehr die, die Zauber nutzen muss, ein bisschen mehr vielleicht, ähm, taktisch sich verhalten muss. So, das empfinde ich als eine coole Geschichte. Ähm, einfach nur, ähm, statt fünf Schlägen hältst du drei aus oder so, ne? Irgendwie, irgendwie gibt mir das nichts. Aber das ist völlig okay, wenn ihr das, äh, anders seht und, ja, hat mich ja keiner gezwungen, mit schwer anzufangen. Aber, ne, bevor ich mich damit jetzt, ich sehe schon, dass ich mich sonst die ganze Zeit damit rumplage und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Äh, so, hier war doch jetzt eben Merlin. Warum ist denn da nichts passiert? Jetzt müssten eigentlich die Säulen entwuchert worden sein. Aber hier sind ja auch gar keine. Was haben wir hier noch? Da war ja auch... Da, diese Kugel. Da war noch mal was. Da war irgendwas mit. Ah, hier vielleicht. Ah, jetzt sind die für immer verwachsen. Jetzt muss ich neue Kugeln finden. Da. Hier oben war noch eine, genau. Das ist genau die Formulierung. Man muss für schwer nur mehr grinden. Ich finde halt nicht, ähm, das ist jetzt eine interessante Diskussion, aber Kaidahai schreibt, stärkere Gegner, gleich taktische Spielen, das geht halt nicht immer, würde ich jetzt behaupten. Es kommt ja auch aufs Areal an, es kommt darauf an, wie viele Gegner da sind. Wenn die dann fünf Gegner sind, die eh schon schwer sind und dann noch, halten die noch mehr aus, dann habt ihr das Gefühl, dass das sich nicht so, äh, es ist nicht so schön skaliert, wie man es eben bei anderen Spielen hat. Das wäre jetzt meine Aussage zu dem Schwierigkeitsgrad. Aber hey, es ist, ich habe jetzt nur fünf Stunden oder so in dem Schwierigkeitsgrad gespielt, da geht sicher noch mehr. Aber für mich ist es, glaube ich, nichts. Zumindest nicht so, wenn ich gemütlich Spaß haben will. Ich will mich nicht die ganze Zeit abfacken und anstrengen. Ich will einfach nur diese Welt genießen und Challenges haben, aber nicht... Ey, was soll denn diese Duelleistung? Geh doch mal weg. Wie kriege ich die weg? Hab doch schon alles ausgestellt. Danke, Ben! 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Und Gerwain. Und natürlich Holy Puppy. Und Crow Bakery. Jetzt haben wir sie alle. Danke. Okay, gibt es hier noch eine weitere... Ballansammlung? Nee, ne, aber da ist irgendwo noch... Aber es ist auch kein Platz mehr für eine. Ich nehme mal an, hier müsste ich noch zwei weitere finden, denn es sind ja vier Kreise und Symbole. Aber ich sehe auch keine Plattformen mehr. Aber die kommen sicher gleich noch. Hier hatten wir... Da hatten wir... Und da ist wirklich nichts drin. Ich habe es ja eben schon aufgemacht. Ja. Da! Okay. Okay. Nee, ich suche die Kugeln, die da reingehören. Wirkt die Open World lebhaft oder leer? Also ich kann nur sagen, dass die... Ich meine, jetzt bin ich ja hier auch gerade an einem Ort, wo natürlich wenig Leute sind. Deswegen wirkt sie hier leer. Aber es ist schon sehr lebhaft. Es passiert enorm viel. Immer laufen Leute rum, reden. Es passiert viel. Auch wenn man nur rumsteht und sich alles anguckt, sieht man eben, dass die Welt ihren Lauf nimmt. Und das ist schon gut gemacht. Das war gar nicht schlecht. Kommt der auch nochmal runter? Ha! Hui! Da war er weg. So, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass hier jetzt noch irgendwo Kugeln rumliegen. Vielleicht gucke ich nochmal genauer drin. Nö, hier sind keine Kugeln. Dann gehe ich da einfach nochmal rein. Irgendwo wird schon was sein. Was zeigt zum Beispiel dieses Zeichen da unten an? Dieser kleine Kessel, der manchmal kommt. Das ist ja nicht unwichtig, nehme ich an. Irgendwie denke ich, in dieser Kiste könnten doch auch nochmal Bälle sein. Was kann man damit machen? Es passiert. Noch nicht. Wir haben das gleiche. Wir Know, die wir verlieren. Wir haben noch mal kein Karschen. Das war nicht. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Wir haben hier. Das war nicht. Wir haben hier. Ah, okay, das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ich kann über die Kisten, kann ich ja auf diesen Turm kommen. Dafür ist es gleich da. Ja, auf so einen Plattformen-Gedanken bin ich noch gar nicht gekommen, aber ja. Hier vielleicht nicht, aber generell kann das klappen. Glaube ich auch, ja. Na gut, vielleicht ist es nicht. Hier wahrscheinlich. Nice. Man hätte sich selbst auch schwebend... Ah, nein. Dumm. Dumm. Okay, aber jetzt habe ich ja immer noch keine Kugeln hierfür. Nimm das, Kiste. Achso, ich kriege es nicht angezeigt. Das hier sind aber nur Pilze. Nee, nee. Ich dachte, man kann da vielleicht was zerstören und dann kommen da nochmal welche raus. Noch irgendwelche Bälle. Also, vielleicht muss ich auch da hoch nochmal. Irgendwie hier hoch. Dibiuso, Achio. 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 Ernsthaft? Ja gut, vielleicht ist da auch nichts, ne? Aber er kann also scheinbar hier auch nicht hoch. Komisch. Irgendwie, oder? Wo finde ich denn jetzt diese läppischen drei Kugeln? Riebelio. Ja, dann höre ich jetzt hier auf mit der Suche, weil ich nicht weiß, was ich jetzt hier noch machen soll. Vielleicht ist das auch für später gedacht. Ich komme ja auf jeden Fall auf diese Gucktürme nicht drauf. Ich sehe auch nirgendwo, wenn ich Reveglio mache, müsste ich ja eigentlich zumindest diese Kugeln sehen. Da hinten die Kiste wird ja auch angezeigt. Kiste, Pilze, aber sonst ist hier eigentlich nichts mehr. Und diese Kiste halt. Aber es gibt nichts mehr zum Hochklettern. Das kann eigentlich alles gar nicht so schwer sein. Eigentlich müsste das ja ein sehr simples Rätsel sein, weil mir das ja eh gerade erst beigebracht wurde. Vielleicht muss ich auch nur was hier mit den beiden erstmal machen oder so. Nö, bringt nichts, ne? Kugel vor dem Lager bei der Plattform. Ach, ne. Das ist ja lustig. Okay. Dass es so weit rausgeht, hätte ich nicht gedacht. Okay, ich verstehe. Jetzt verstehe ich es wieder. Okay, okay, mal gucken, ob noch ein vierter gebraucht wird oder ob die drei schon reichen. Merlin. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Na ja, es war schon schwer. Schön, jetzt kriege ich nämlich Inventar. Also wenn ich es nicht schon habe, habe ich es jetzt. Denk schon. Wenn ihr euch fragt, warum habe ich die HODs ausgestellt, der Chat wollte das so. Und jetzt finde ich es eigentlich auch ganz angenehm. Bisher war es noch kein Problem. Ich weiß ja, was meine Belegung ist. Y Feuer. XX ist Axio. Und B ist dieses In-die-Luft-Heben. Und was ist A? Unsichtbar. Der übrigens sehr mächtig sein soll. Sobald man die volle Unsichtbarkeit gefunden hat, kann man eigentlich in jedem Kampf damit quasi gewinnen. Spuck sie aus. Ja. Wie ist das Kampfsystem so auf einer Skala von Witcher 3 bis Dark Souls? Oh. Ich würde es auf jeden Fall eher in Richtung Witcher einordnen, weil es doch sehr eingängig ist. Und bei Witcher hat man ja auch nur seine paar Tasten, mit denen man dann eben um sich haut. Und hier ist es allerdings schon so, dass natürlich die Zauber sehr wichtig sind, um zum Beispiel die Defensivblasen der Gegner aufzulösen. Das heißt, man muss da so ein bisschen Stein, Papier, Schere. Ist es eine rote Bubble? Feuer ist es eine gelbe? Machst du irgendwie, glaube ich, B. Ich weiß gerade nicht mehr genau, welche Levi. Levi? Weiß ich nicht. Aber es gibt halt dann jeweils auch verschiedene Farben. Das heißt, man muss die Zauber auch ausgerüstet haben. Man muss sie auch benutzen. Und das macht es dann, finde ich, eben doch schon einen Ticken strategischer, als man es jetzt bei Witcher vielleicht kennt. Es ist aber auch kein Dark Souls. Man kann aber wegrollen. Gute Neuigkeiten, Arm. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Meine Gegner wollten mir das Leben schwer machen. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut. Vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern. Und sie haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Gute Idee, Arm. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Ach, wunderschön. Jetzt nochmal zur großen Truhe. Damit meinst du... Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, bitte ich gerne meine Waren an. Ja. Du meinst die... Ja, jetzt gehe ich aber nicht nochmal hin. Aber du meinst, da war noch was? Weil die Truhe habe ich doch auch schon benutzt. Die Truhe, die man so mit Accio immer bewegt hat. Aufmachen konnte ich die nicht. Aber sagt Bescheid, wenn da noch was Krasses drin ist. Dann werde ich das natürlich gerne schnell noch machen. Okay, Karte. Wir suchen uns... Ne, wir suchen uns eigentlich einen Auftrag. Danke, Tarantino 040. Danke. Du hast gerade nochmal vier Abos verschenkt. Einfach so. Die Truhe mit den Augen kannst du nur öffnen, wenn du unsichtbar bist. Ah, ich dachte, ich muss diese... Diese Zauber dafür erst gelernt haben. Aber ja, das werde ich mir merken. Die Truhe mit den Augen kannst du nur aufmachen, wenn du... Sehr interessant. Wenn du unsichtbar bist. Das sollte ich untersuchen. Ist das eine Open-World-Spiele-Welt? Ja. Hier ist wieder so eine, ne? Von diesen Kisten. Wo man nicht genau weiß, was mache ich mit dieser Kiste? Sie kann mich offensichtlich irgendwo hinheben. Oh, kann ich das auch so machen? Ne, leider nicht. Doch! Und dann kann ich dann auch mich damit bewegen? Ne, leider nicht. Ah, okay. Aber an sich ganz geil. Ich würde nur noch auf einer großen Kiste herumschweben. Okay, zwei Kisten. Das ist doch eindeutig ein Rätsel. Aber vielleicht nicht für jetzt. Irgendwie hier hoch, ne? Würde ich jetzt als erstes denken. Aber vielleicht auch nicht. Hat die Open-World auch Magic-Walls bisher? Ist das komplett frei. Man hat auch zivile Kleidung. Aber es ist alles schon so diese... Es geht schon in die Richtung Schuluniform. Aber es sind verschiedene Klamotten. Du kannst selbst entscheiden, ob du eine Fliege oder eine Krawatte haben willst. Scrope weiß von dem Buch, das sie gefunden haben. Fehlt etwas daraus? Scrope glaubt, dass wir nicht... Das ist ja... Wie heißt denn? Wie heißt die Rasse? Diese... Ne? Ihr wisst, was ich meine. Mann, ey. Scrope glaubt, dass wir nicht in der Öffentlichkeit darüber sprechen sollten. Denn Scrope hat hinter der Brücke beim Steinkreis eine weitere Notiz hinterlassen. Passen Sie auf sich auf und zu niemandem ein Wort hiervon. Hinter der Brücke beim Steinkreis... Scrope? Wer ist Scrope? Ach, die, äh... Elfen halt. Elfer, ne? Also, ne. Hauself. Hauself. Das war's. Genau. Hauself. Ich musste gerade an Hermines Helfer denken. Oder wie das heißt? Diese Organisation zugunsten der Hauselfen, der sie versucht zu befreien. Was immer voll schade ist in den Büchern, weil sich niemand dafür interessiert, dass sie eigentlich genau das Richtige macht. Aber gut, diese Zaubererwelt ist jetzt auch nicht unbedingt die nachahmenswerteste. Okay, hier. Hier ist das Ende der Brücke. Vielleicht meint sie aber auch das andere Ende der Brücke. Was könnte das bedeuten? Drei von diesen Kisten. Und nichts, um sie übereinander zu stapeln. Belfer, genau. Entschuldigung, sei nicht Helfer. Belfer. Helfer fände ich aber eigentlich besser. Zumindest in der deutschen. Also wenn, muss das auf einer anderen Ecke sein. Und nicht hier. Hier ist nichts. Obwohl, da ist eine Sache, die ist interessant. Aha, das ist die Nachricht, ne? Na okay, da muss man die halt jetzt echt da mitmachen. Fast da. Suchen sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. In einem von ihnen werden sie fündig. Vielleicht können sie den Amtscrobe mit dem gebrochenen Herzen helfen. Okay. Werners Salfrits Einjahn. Danke für deinen Namen. Und Erlebnisfrei-Karte natürlich auch. Schön, dass ihr die Prime-Abos gefunden habt. Suchen sie nach den Kürbissen gleich unter dem Steinkreis. Ah, jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Bei Hagrid? Eigentlich gibt es ja immer Ärger, wenn man vor der Schlafenszeit oder nach der Schlafenszeit noch außerhalb erwischt wird. Ich weiß nicht, ob das hier auch so ist. Ich weiß noch nicht mal. Wahrscheinlich hat er die gar nicht gemeint, ne? Weil da ein Steinkreis. Hier ist ja kein Steinkreis. Doch, doch, war doch richtig. Die junge Schlange muss inzwischen unglaublich neugierig sein. Triff Scope am Rande des Wassers bei den zerbrochenen Stegen. Runter zum Wasser? Hm. Ich hoffe nur, das ist kein Trick. Wo sind zerbrochene Stege? Da. Alle Wege führen zum Stege. Ich mach mir mal gerade, weil es einfach zu dunkel ist. Ein wenig Licht. Danke, PrimeHunterTV. Wenn jemand fragt, warum ich so spät noch hier bin, dann sag ich aber, ich will diese Blutbeutelschnecken. Die sind nachts besonders gut. Blutegelsaft brauche ich für meine Tränke. Und weil man, wenn man sie leckt, lustige Sachen sieht. Blutegelsaft brauche ich für meine Tränke. Ach hier. Lumos. Rebellion. Lumos. Danke, Goktor Donzales. Dobbys Opa. Ihr Opa. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Hat der nur ein Ohr? Scrub ist der Name. Scrub dient dem Schulleiter. Er dient seit Jahren der Familie Black. Verzeihen Sie die vielen Notizen. Scrub wollte sicher gehen, dass sie nicht verfolgt werden. Was hat es damit auf sich? Die Notizen erwähnen das Buch aus der verbotenen Abteilung. Scrub sagt Ihnen mehr, wenn Sie ihm helfen. Aber niemand, vor allem nicht der Schulleiter, darf es erfahren. Okay, naja. Den mag ich eh nicht. Ich untergrabe gerne Autoritäten, wenn es mir nützt. Ich helfe gern. Vor allem, wenn du mir mehr über das Buch sagst. Scrub ist dankbar. Scrubes verstorbene Herren Apollonia Black, möge sie in Frieden ruhen, war vor über 50 Jahren Schülerin in Hogwarts. Vor ihrem Tod sprach sie leidenschaftlich von aus einem Buch gerissenen Seiten. Scrub vermutet, dass sie diese in ihre private Grotte brachte. Am Ende war die Arme im Delirium. Verwechselte Holunder mit Tollkirschen. Scrub hat versucht, sie zu warnen. Tut mir wirklich leid. Aber was hast du davon, wenn ich die Seiten finde? Scrub glaubt, dass sich in der Grotte auch ein kostbarer Ring der Familie Black befindet. Scrub möchte ihn dem Schulleiter geben. Apollonia verbot Scrub vor langer Zeit, die Grotte zu betreten. Scrub hält sich nach wie vor an ihren Wunsch. Scrub würde es nicht wagen, einen Schüler um Hilfe zu bitten. Doch als Scrub erfuhr, dass sie diese Seiten suchen, dachte er, sie könnten vielleicht auch den Ring suchen. Woher wusstest du, dass ich ein Buch gefunden habe und dass Seiten fehlen? Scrub und die anderen Hauselfen sind gut darin, nicht gesehen zu werden. Scrub hört und sieht viele Dinge im Schloss. Scrub weiß, wie man Geheimnisse bewahrt. Wie hast du dich am Ohr verletzt? Bei den Blacks hat es Tradition, ihre Hauselfen zu köpfen, wenn ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. Einmal hatte die gute Apollonia eine berechtigte Wut auf Scrub und wurde etwas zu eifrig mit einem Beil. Scrub konnte das nette Mädchen von seinem Wert überzeugen und sieht diese kleine Verletzung nun als Erinnerung an ihr gutes Herz. Mein Gott! Das ist ja... Also du bist ja offensichtlich schon komplett unter der Fuchtel. Erzähl mir mehr von dem kostbaren Ring. Ihnen zieht das Wappen der Familie Black. Der Schulleiter würde sich freuen, wenn Scrub ihn zurückholt. Jetzt muss ich mal fragen. Scrub ist aber nicht dieser ganz Alte, der im Haus der Blacks später auch in den Büchern stattfindet, oder? Das ist nicht der. Weil die leben ja recht lang, die Hauselfen. Und hier wirkt aber die Figur auch noch, wenn das dieselbe ist, wirkt die hier noch ein bisschen normaler. Scrub wirkt ja wirklich wie so ein alter, grantiger Hauself, dem man nicht trauen darf. Creature! Genau, das ist Creature. Er ist ja auch schon ein bisschen älter. Griecher ist ein Nachfahre von Scrub. Okay. Wie machen das denn die Hauselfen? Wie machen das die Hauselfen? Müssen die um Genehmigung bitten, wenn sie schnackseln wollen? Oder vermehren die sich durch Einpflanzung in der Erde? Oder was ist deren... Werden die durch Zauberei erschaffen? Das frage ich mich schon. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen weiblichen Elfen gesehen zu haben. Was sollte ich nochmal tun, Scrub? Scrub würde sich nie anmaßen, einem Schüler etwas aufzutragen. Scrub dachte nur, dass sie die gesuchten Seiten vielleicht in Apollonias Grotte finden. Und, dass sie, wenn sie schon dort sind, auch den Ring der Blacks suchen könnten. Okay. Das hilft uns wohl beiden. Ich mache es. Scrub ist erleichtert. Oh, Winky! Okay. Es gibt also auch weibliche Elfen. Wie gesagt, ich bin mir nicht... bin in meiner Harry-Potter-Lore nicht so 100% zielsicher, aber ihr helft mir ja immer wieder gerne. Und ich finde es auch super interessant, weil man kann gar nicht alles wissen. Ich maße mir auch nicht an, alles zu wissen, aber ich finde es schon super spannend, darüber zu reden. Über all die Möglichkeiten, die auch dieses Universum bietet und die offenen Fragen. Twinkie war eine weibliche Elfe. Krass! Da passiert ja gar nichts! Ja! Oh! Ah! Wir erkennen uns nicht ja nur das. Wir erkennen uns nie. Wir erkennen uns nicht. Ui! Wir sehen uns nicht. Also die sind richtig heftig, ne? Die Sumpfkradler. Ich habe das Gefühl, dass ich für die noch gar nicht bereit bin. Muss ich an denen vielleicht vorbeilaufen? Okay, den Lumos brauche ich natürlich jetzt hier nicht. Aber den hätte ich jetzt auch, kann ich jetzt auch nicht mehr. Ne. Ich kann die jetzt noch nicht besiegen. Muss einfach schnell sein. Da komme ich einfach nicht durch. Ach, okay, dann mache ich jetzt den Unsichtbarkeits. Shit, die sind Level 14, 15. Ja, ich habe es natürlich jetzt nicht, weil ich kein HOD habe. Habe ich gar nicht gesehen. Mal gucken, ob ich da überhaupt hochkomme. Äh, ob ich da überhaupt durchkomme, wenn ich unsichtbar bin auf die Art. Ne, 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 ne. Ja, das, also kämpfen kann ich mit denen nicht, aber eben vielleicht. Ich bin halt auch nur ein Fünfklässler. Soll ich mit meinem Stück Toast? Ich glaube, das gehört wohl dorthin. Da ist es. Nur der Kopf? Achso. Alter, wie lustig. Haben sie dich mit dem Hauself verwechselt? Mein Name ist Richard Jackdaw. Vor einem Jahrhundert war ich ein Schüler. Genau wie du. Wie in aller Welt hast du diesen Ort gefunden? Ein Hauself namens Scrope schickt mich. Ich suche hier einen Ring der Familie Black. Ah, leider habe ich den Ring schon vor langer Zeit verkauft. Armer Scrope. Schwärmt er immer noch für Apollonia? Ich könnte es ihm nicht verübeln. Ich habe all diese Schätze gestohlen, um sie zu beeindrucken. Leider vergeblich. Ich dachte, eine geheime von Piefs stibitzte Karte würde ihr Interesse wecken. Aber sie hat nur die Augen verdreht. Was soll ich mit vergebten alten Seiten aus einem Buch? Nicht gerade meine Sternstunde. Ich hätte diese Seiten gerne, wenn es dich nicht stört. Hier sind sie nicht. Ich dachte, wenn Apollonia nicht an der Karte selbst interessiert ist, führt sie mich ja vielleicht wenigstens zu etwas, das ihr Interesse weckt. Also bin ich der Karte gefolgt. Zu einer Art verzauberten Höhle. Und, tja, du siehst ja, was dann geschah. Puh, ich hätte da eine Idee. Hey, warum treffen wir uns nicht am Rand des Verbotenen Waldes und ich zeige dir, wo die Seiten sind? Ich kann mir denken, wie du gestorben bist. Aber wer hat dir das angetan? Beim Umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende Brise gespürt. Danach war ich ganz, nun, benommen. Mehr weiß ich nicht. Daher solltest du die Höhle nicht unvorbereitet besuchen. Warum genau, kann ich nicht sagen. Aber du wirkst scharfsinnig. Vorsicht, vor einem leichten Lufthauch. Ah. Der bußfertige Mann besteht, denn er kniet. Wie ist es möglich, einen Poltergeist wie Piefs zu bestehlen? Ich habe die Seiten nicht seiner Geistergestalt geklaut. Ich fand sie nur auf seinem Pfad der Zerstörung. Er neigt dazu, Sachen kaputt zu machen. Bücher, Flaschen, Rüstungen. Was auch immer das meiste Chaos verursacht. Er hat sie nach einer besonders heftigen Rauferei in der Bibliothek verloren. Warum brauchte ich Toast, um hier reinzukommen? Das war Apollonias Idee. Manche Tintenfische lieben wohl Toast. Das hätte man dir in Hogwarts beibringen sollen. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, die Seiten zu bekommen, treffen wir uns im Wald. Die Seiten sind bestimmt immer noch in meiner Weste. Wenn dir der Anblick meines, nun, enthaupteten Gerippes nichts ausmacht, gehören sie dir. Das könnte ja hier damit zu tun haben, ne? Hier mit Luminos die Kerzen entzünden. Hier ist eine Steinbrücke. Hier ist so ein... Das ist dieses alte Haus, ne? Dieses am meisten von Geistern heimgesuchte Haus. Und das ist natürlich der Wald. Eine Karte scheint nicht zu den fehlenden Seiten zu gehören. Aber ich sollte sie mitnehmen. Revedio. Na gut. Dann wieder zurück. An den Kröten vorbei. Scheiße. Jetzt erst recht, ne? Jetzt sehen die mich ja. Ja, mal gucken. Hier wäre jetzt tauchen auch nicht schlecht, um so ein bisschen unter denen vorbeitauchen zu können. Mann. Hallo, Scroo. Dank dir konnte ich Apollonias Grotte betreten. Der Toast war der Schlüssel. Ich habe dort einen Geist getroffen. Richard Jackdaw. Er wird mich zu den Seiten führen, die ich suche. Tja, der Junge war nie gut genug für Apollonias. Äh, was ist mit dem Ring der Familie Black? Leider hat Jackdaw ihn schon vor langer Zeit verkauft. Wie schade. Nun braucht Scroo etwas anderes, um den Schulleiter zu beeindrucken. Scroo tröstet sich damit, dass zumindest der junge Slytherin gefunden hat, was er brauchte. Das habe ich. Danke, Scroo. Du machst den Hauselfen alle Ehre. Oh, der arme Kerl. Aber eigentlich würde ich jetzt gerne noch die eine Aufgabe natürlich erfüllen. Ein Hauch von Liebe. Ja, das mache ich ein andermal. Das sind Zenobias Steine. Schatzkarte. E-Cuts Aufgabe. Verteidigung. Besuchen. Machen wir. Zauberkombination. Sprich mit... Das ist alles wichtig. Aber nicht das, was ich gerade haben will. Wo ist denn diese Waldgeschichte? Das muss eigentlich das sein, ne? Ne. Okay, gut, dann ist es so. Dann werde ich kurz mal in meinem Inventar schauen, beziehungsweise meine Ausrüstung erneuern. Ich habe bestimmt wieder Sachen, die ein bisschen mehr schützen. Da zum Beispiel. Okay. Aktuell habe ich Offensive 12. 8, 13, 9, 13. Nehme die. Die anderen werde ich verkaufen. Kopfbekleidung will ich eigentlich nicht. Aber Verteidigung 12, 15, 16. Mein Gott, sieht der Typ doof aus. Also, ne? Du siehst halt dafür aus wie ein Idiot. Aber... Ach, schwierig. Ja, das ist doch ein bisschen besser. Hat ein bisschen Style. So. 20 in der Offensive. Ist schon mal nicht schlecht. 16. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall stärker. Das war natürlich auch ein Problem, dass ich einfach zu schwach angezogen war. Oh, jetzt ist hier schon so Quidditch, ne? Style. Ähm, haben wir alles. Halsbekleidung haben wir ja. Das ist das. Hier können wir offensichtlich auch noch Eigenschafts, äh, anwenden. Also, ich zeige es mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Ne, kann ich nicht. Aber man kann ja auch noch Eigenschaften definieren. Wie so, ja, wie Kristalle, die man manchmal ja auch, kennt man ja, von Elden Ring, irgendwo noch reinpacken kann. Um die Werte zu erhöhen. Und hier ist einfach egal, ne? Ist einfach nur, wie es aussieht. Ne. Peter Penner. Ein angehender Zauberer. Dann gehen wir doch jetzt einen der Aufträge machen. Ah, das ist es. Entwaffnungszauber erlernen. Expelliarmus. Den kriege ich aber wiederum erst, wenn ich den anderen Kram gemacht habe. Hier nämlich. Okay, dann machen wir das. Dann haben wir ja jetzt eine klare Aufgabe. Okay. Hey, Simon, du kannst auch die Hüte und, äh, Dings anlegen und die unsichtbar machen. Ah, okay. Also, ich kann quasi, ich kann die Werte tragen, aber man sieht sie dann nicht, die dazugehörigen Kleidungsstücke. Das ist ja ganz interessant. Aber, ich meine, er sieht ein bisschen doof aus jetzt. So ein bisschen, als hätte er sich einmal durch die, äh, Kleiderspende gewühlt. Aber, solange es, äh, funktioniert. Wer darüber lacht, wird fertig gemacht. Bin ja schließlich Slytherin, muss ja auf meinen Ruf achten. Ehre intakt. Wenn ich schon hier bin, kann ich auch die kleine Nebenaufgabe machen. Jetzt wird wieder ein bisschen gekämpft. Hallo, Lukin. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja. Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, recht so. Krass. Vier, ne? Zwei gegen vier. Okay. Erstmal meine Zauber richtig machen. Das und den haben wir. Den haben wir auch. Was könnte ich denn noch hier unten packen? Na gut, das hilft alles nicht, ne? Den vielleicht. Aber der hilft mir jetzt auch nicht. Okay, gut. Und alles kriegt er ab. Stupor. Ah, shit. Ich kann ja auch getroffen werden. Ich hab aber Y gedrückt gehalten. Deswegen dachte ich gerade, es läuft. Aber da war ich ein bisschen zu ehrgeizig. In dieser Runde hast du's wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Du wirst vom Bock gleich die Hörner kriegen, wenn du weiter so redest. Sehr schön. Vielen Dank, Mushroom Head. Ah. Stupor. Was hält die denn aus? Also diese ganzen Partikeleffekte und so sind schon schön gemacht. Ich finde, es sieht noch spektakulärer aus, das Zaubern, als es in Harry Potter selbst aussieht, weil es da ja eigentlich relativ unspektakulär ist. Wenn man jetzt mal vom Kampf Dumbledore gegen Voldemort absieht, ist es halt eigentlich eher ein bisschen unspektakulärer als hier. Aber sieht gut aus jetzt. Macht Spaß. Ja, aus irgendeinem Grund kann ich den gerade nicht anvisieren. Konfringo! Ich brauche so dringend mehr Energie. Was für ein Sieg! Du hast das Turnier gewonnen! Ich bin eigentlich nur froh, mich gut geschlagen zu haben. Und wir sind froh, so einen gnädigen Champion zu haben. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Ein Eis. So habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Ergebe es mir. Ich bin geschmeichert, ein wenig falsche Bescheidenheit noch. Komm schon! Du bist der unbestrittene Sieger! Du solltest deinen Erfolg genießen! Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht? Ich habe mich lange nicht gekümmert. Schade, all die Sachen kann ich nicht machen. Aber den Spiegel kann ich vielleicht machen. Ah, wie komme ich da hin? Rein wahrscheinlich. Hier links um die Ecke. Ich mache gleich noch die eigentlichen Aufgaben, aber... Achso, hier ist gar... Okay, dann komme ich über die Tür halt einfach nicht rein. Entzendet! Achio! Mediose! Ich bin ja wirklich der Einzige, der so dämlich aussieht. Du bist unschlagbar, was? Wenn du so fragst. Ich will jetzt endlich nochmal den Auftrag machen. Entwaffnung, genau. Ich brauche immer noch diesen Entwaffnungszauber. Da ist er. Oh, jetzt lernen wir den mal. Ach, ich wünschte, ich könnte das alles weggängig machen. Grüße Tarantino, mach's gut. Gut, wir sehen uns. Das sieht ein bisschen obszön aus, oder? Hier, die Figur. Na, willst du den Stern in meiner Hand haben? Na, komm in meinen Zauberer-Van. Tut das nicht. Es gibt keinen echten Zauberer. Ah, ein Nashorn-Skelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Ach ja, stimmt. Wir suchen ja auch noch was anderes. Aber jetzt, sorry, ich muss auch mal irgendwann die Schule besuchen. Ich bin auf der richtigen Spur. Was? Das war's? Das war's? Ernsthaft? Ich hoffe, Sie haben alles geschafft, was ich Ihnen aufgetragen habe. Professor, ich habe Ihre letzten Aufgaben alle abgeschlossen. Gut gemacht. Dann sind Sie bereit für Expelliarmus. Geben Sie Acht. Mit dem Entwaffnungszauber können Sie selbst die Mächte, der wichtigsten Hexen und Zauberer entwaffnen, mit denen Sie es zu tun kriegen. Zaubern erfordert Konzentration und einen ruhigen Zauberstab. Ja, aber hat die Puppe auch einen Zauberstab? Ja, aber hat die Puppe auch einen Zauberstab? Ob die Puppe irgendwann sauer wird, dass sie immer nur benutzt wird? Ist es ein richtiger Zauberstab oder auch nur einfach ein Holzstäbchen? Jetzt habe ich vier Zauberstäbe von ihm. Oh stimmt, ich habe ja noch gar keine neue Aufgabe. Wir haben jetzt Expelliarmus. Das heißt, wir gehen jetzt zum Wald. Direkt in den verbotenen Wald. Direkt in der ersten Woche. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Mir wurde ja gesagt, wann immer ich das höre, sollte ich Reveglio machen und mir diese Steine angucken. Da ist ja einer. Ich komme immer näher. Ach hier. Neginose. Ach hier. Ja, und jetzt? Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Atomarbeschossene Butter. Das ist mein Name. Du kommst hier rein wie eine Bombe. Ja, ähm, ich werde dich nicht essen, aber, ähm, du bist trotzdem herzlich willkommen. Und auch Igotcha und Mushroomhead und Holy Freaks und Dr. Gonzales. Ihr alle seid nichts in Relation mit atomarbeschossener Butter. Ich mag, dass das diese Ritter irgendwie auch in ihre Rüstung die ganze Zeit abhängen. Wir sind alle atomarbeschossen. Das ist nichts Besonderes, ne? Ja, ich weiß, wegen den radioaktiven Strahlen aus dem All und der Sonne. Aber bist du auch Butter? Kantsche. Ich denke nicht. Oh, danke, auch Didalion. Didalion. Das erinnert mich an Witcher. Wo ich, äh, ja, ich hab den Offtext natürlich geschrieben damals, äh, für Ingo. Und der hat Dandelion geschrieben. Und ich wusste auch nicht, wie es, wie es wirklich heißt. Dandelion. Oder halt, äh, Löwenzahn. Oder was ist das im Deutschen? Aber auf jeden Fall Dandelion. Ja, ja, Englisch ist schwer. Meine liebste Apollina, würdest du zu mir, würdest du dich mir zu einem Picknick anschließen? Ich weiß, dass du eine hervorragende Pastete aus Cornwall fast so sehr magst wie einen guten Krimi. Ich hoffe, dich bald wiederzusehen. Dein Richard. Warum sind alle scharf auf diese eine Frau? Ist das so wie Star Wars, dass es nur eine Frau gibt in diesem Universum? Was haben Sie hier? Dangerous! Das höre ich, wann immer diese ganze J.K. Rowling Diskussion in meinem Chat losgeht. So. Aber zum Glück ist das Thema abgeschlossen. War nämlich gestern schon. In meinem Chat gibt es kein großes Interesse dafür. Das finde ich gut. Hier stehen die Spiele im Vordergrund. So, jetzt sind wir, Alter, jetzt sind wir halt echt mal im verbotenen Wald, ne? Geil. Liebe Tasche, kannst du mir eventuell geben, was du willst? Ja, aber was heißt denn Nö? Du bist doch eine Tasche. Du hast doch gar keine eigene Wahrnehmung. Keine Ahnung, was ich jetzt... Naja, ich lass die mal so. Hier bin ich. Wie versprochen. So sieht man sich wieder, Richard Jackdaw. Es überrascht mich nicht, dich hier zu sehen. Es braucht die Gerissenheit der Slytherins, diese Seiten aufzuspüren. Schön gesagt. Wie geht es jetzt weiter? Folge mir. Ich werde dich so weit bringen, wie ich kann. Aber ich fürchte, es widerstrebt mir, den Ort meines Ablebens aufzusuchen. Halte Ausschau nach einer Vogeltränke. Wenn du sie findest, sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Er wurde geköpft, bevor er das lernen konnte. Bevor er das große Latinum hatte, hatte er eine große Kopfwunde. Oh, nein. Ich dachte, das hat der Hagrid gemacht. Warum sind denn jetzt schon wieder diese Spinnensymbole? Heißt das also, dass Hagrid eine größere Gefahr in diesem Wald losgelassen hat und die Spinnen, quasi die anderen Spinnen, alle umgebracht haben? Ist das die tiefere Geschichte dahinter? Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Hm. Ich mag den Geist. Ich mag den Typen sehr. Tut mir leid, dass er tot ist. Aber er kann dem Ganzen immer noch was abgewinnen. Oh, ist das ekelhaft, Leute. Zum Glück sind es diese Ekelspinnen. Die meiner Ansicht nach nicht so ganz so schlimm sind. Oh. Expelliarmus brauche ich hier natürlich nicht. Die haben keinen Zauberstab. Brauchen wir noch. Ja, reicht. Ah, okay. Die können also auch von hinten kommen. Geil. Also nicht geil, aber gut zu wissen und cool. Macht Bock so, dass jeder Gegner so verschiedene Tricks hat, um einem dann doch trotz Zauberei auf den Sack zu gehen. Oh. Aber habt ihr gesehen, wie gerade sein Gesicht aussah? So sieht man jetzt die ganze Zeit aus, wenn ich diese Viecher bekämpfen muss. Getze Flammenwerfer. Ja, vorher gab es heimische Spinnen und Hagrid hat eine südostasiatische Art ausgesetzt, die die Anna verdrängt hat, wie bei unseren Marienkäfern. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Das ist ja, es ergibt total Sinn auch. Das ist halt voll gemein. Wir müssen zugucken, wie ich ihre Kinder vor ihren Augen erledige, ne? Ich brauche so dringend neue Tränke. Ach, ich habe ja den noch nicht umgestellt. Also ich brauche dringend, ich brauche dringend mehr Energie. Ich habe einfach nicht genug Energie. Das ist echt krass. Ich versuche die gar nicht so richtig hinzugucken. Ich versuche nur die am Rand, um mir anzugucken. Ich versuche nur die ganze Zeit, um mir anzugucken. Alter, das Ding muss aber sterben jetzt mal hier. Oh, Unholde. 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 Unh Matthew. Unwaktu. Unwatu. Unwaktu. Unwaktu. Was? Warum wollen die mich alle umbringen? Entzendet Nebiosum Das ist kein Pferaton Das reicht Ach hier Milder als ein Fliegenstieg Expelliarm Protego Not ist flüchten Ja Deine Nervensegel Du Halt still du kleiner Ich bin gerade hochgeklettert Was für tragische Leichen Ja die waren zu stark ne Aber ich wollte unbedingt Expelliarmus mal an denen ausprobieren Ah ok Jetzt werde ich mich von allem fern halten Ich bin aber nicht stark genug Aber gut dass das jetzt hier weg ist Das finde ich sehr angenehm Ich muss einfach weitermachen Der Wasserfall Für einen Dieb ist Jektor überraschend verlässlich Hinter dem Wasserfall Gehts weiter Da ist immer was Ich nehme an ich musste jetzt einfach hinterher Oh danke Oh danke Aero Duna Max Schön Dich hier zu haben Keine Ahnung Ich denke die ganze Zeit das Ding bewegt sich nach vorne aber ich bewege mich nach hinten Ja seht ihr Ja seht ihr Aber ich finde hier ja gar nichts Vielleicht muss ich da noch irgendwas vorher machen Es ist halt wirklich nichts hinter dem Wasserfall oder Das finde ich ja richtig schlimm Was fällt Was fällt dem Wasserfall eigentlich ein Was fällt dem Wasserfall eigentlich ein Shit Danke Nuss Nougat Creme Dich schmier ich mir heute An Stellen An denen ich geschleckt werden möchte Danke Kannst du dich unter Wasser bewegen? Leider nicht Man kann nicht tauchen Man sieht keine Unterwasserwelt? Leider nicht Ich finde es auch traurig Mal gucken ob da vielleicht später was kommt Das ist eine gute Idee Ausrüstungsplatz Vielleicht kann ich aber auch mal ein paar Sachen benutzen Ach ne Ausrüstung ne nicht Inventar Das ist eine gute Idee Ausrüstungsplatz Seht ihr da habe ich nämlich noch genug Platz Aber die Ausrüstung die ist ein Problem Na gut den Rest werde ich verkaufen Bringt wenigst Kohle Seltsam feierlich dieser Ort Hirsche sind so majestätische Wesen Ihr wisst natürlich welche Ecke das ist ne und was hier später passieren wird Ja haben sie schön gemacht Da genau wie Jektor es beschrieben hat In Tramuros Das ist traurig Ok Ok Feuer oben Unten unsichtbar Das ist natürlich Quatsch Unten Zauberstab Jaja man muss echt aufpassen Ne das ist ja der ne Oh das war's schon Aber da seht ihr mal Das ist ganz interessant Da seht ihr mal was der Schwierigkeitsgrad Unterschied ist Zwischen schwer und normal Das hat jetzt schon deutlich kürzer gedauert Ok Leute jetzt geht's rein Aber vorher muss ich noch kurz pinkeln Es tut mir leid aber ich muss wirklich noch mal kurz pinkeln Hast du den Reward der Merlin Prüfung schon unter Herausforderungen eingelöst Wie kann ich das machen Hier Ich muss das noch einlösen Achja Ich verstehe. Geil, mehr Platz für Ausrüstung. So ist es also. Moment, habe ich da noch unten, war da noch mehr? Ja, aber habe ich nicht. Sehr interessant. Sehr interessant, wie das hier funktioniert. Merke ich mir. Haben wir alles, oder beziehungsweise müssen wir alles noch machen. Wir haben Erkundung, gerade mal 1%. Das zeigt euch schon mal ganz gut, was hier in dem Spiel noch alles steckt. Traum der Wünsche haben wir noch nicht mal gefunden. Okay, jetzt haben wir endlich auch die Sachen aufgelevelt. Das finde ich gut. Einmal nochmal kurz, weil ich es einfach wissen will, die anderen Ausrufezeichen mir angucken. Ah, okay, das ist der Kram, den man bekommen kann. Ja, ja, so, 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 so. Es macht mich irre, wenn da immer so. Ich mag das nicht. Ausrufezeichen. Ach ja, das sind übrigens hier die zusätzlichen Inhalte. Das sind die Sachen, die ich bekommen habe. Ich weiß aber nicht, sind die wirklich, sehen die besser aus? Ja, aber geben die mir Werte? Ich glaube nicht. Boah, wenn wir den sowas anziehen. Okay, die Sachen haben wir auch abgehakt. Was ist hier noch? Eulenpost. Einer noch. Es zeigt dein Duellier. Haben wir doch, haben wir Duellier, haben wir längst gelöst. Okay, hier haben wir jetzt alles. Dann machen wir ganz kurz ein Päuschen. Danach geht's in Jackdaws Grab. Das sieht mysteriös aus. Und wenn wir schon so ein Tempel haben, dann muss da auch jemand mit einem großen Hut davorstehen. Da freue ich mich drauf. Das machen wir gleich. Die Exkursion von seinem letzten, seiner letzten Stätte. Der alte Jackdaw. Wir sehen uns gleich. Drei Minuten. Bis dann. Das ist faktorisch. 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 Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Das ist ein Stuhl zum Sitzen Das hier ist ein Stuhl Mann ist der Stuhl glatt Das ist ein entsetzlicher Stuhl Das ist ja Stuhl Das hier ist ein Stuhl Das ist ja Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl Das ist ein Stuhl 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 So wissen Sie nicht, was ein Stuhl ist Stuhl? Jawoll Das hier ist ein Stuhl Mann ist der Stuhl glatt Ja an was für einen Stuhl dachten Sie? Von draußen zum Sitzen Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Sie setzt sich auf einen richtigen Stuhl Die machen einen Fernseher ab Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Da kann man drauf Sitzen Sie hat nicht ein Stuh zum Sitzen Und was für einen Stuhl dachten Sie? Oh, warum sitzt das nicht? Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Nein Nein Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl Das ist ja Stuhl 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 Kasprow Das ist ja Stuhl Das ist ja Stuhl Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du bist Zauberer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der alte Duke Nukemove. Oh, ist das ekelhaft. Es werden immer mehr! Es werden immer mehr! Es werden immer mehr! Kiste! Der Feind einer jeden Spinne! Schuh! Ja! Danke, alte Mann! 80! Uiuiui! Puh! Warum wird sowas von den Zauberern nicht ausgeräuchert? Warum ist sowas direkt neben dem Schloss, wo Kinder sind, erlaubt? Der hier war mal ein vielversprechender Schüler. Er hier war wahrscheinlich ein ganz toller Lehrer. Kann mir doch keiner erzählen, dass das denen nicht bekannt ist. Hier! Das war die, die, äh, Kantinen-Lady. Die hat immer so gute Pommes gemacht. Keinen interessiert's! Was für eine Wahnsinnswelt! Vielleicht ist das der Nachsitzraum! Hahaha! Melden Sie sich hier in der Spinnenhöhle zum Nachsitzen! 15 Jahre! Bis sie jemand befreit! Und dann laufe ich einfach nur dran vorbei. Tja! Wärst du mal besser nicht nach 23 Uhr rausgegangen? Selbst schuld, würde man sagen, bei Hogwarts. Oh, das sieht gut aus. Deswegen gehen wir erstmal woanders lang. Ah, ne, wobei. Hoch oder runter. Ich geh erstmal kurz nochmal hier lang. Ich wette, die Hogwarts-Leute, die Schulleiter, die zählen das gar nicht mehr genau. Die Leute. So Pi mal Daumen, tausend Schüler. Kann auch mal mehr sein. Wir zählen da nicht so genau mit. Wir verlassen uns einfach auf die Warnschilder. dass niemand in den verbotenen Wald geht. Es sind Kinder. Die werden sich ja wohl an Regeln halten. Und wenn nicht? Todesstrafe. Okay, das Ding. Wie könnte das nur gehen? Alter, und überall diese Viecher, ne? Fuck you! Nein! Alter, warum ist eigentlich jedes Spiel im Moment mit Spinnen-Content? Weil sie endlich acht Beine gleichzeitig darstellen können, ne? Das ist das Ding. Endlich eine neue Errungenschaft in der Videospiel-Technologie. Acht Beine. Bisher zu schwer. Ach ja. Ach ja. Das ist ja geil. Okay, so zieht man sich dann auch rüber. Sehr schön. Gute Mechanik. Aber. Eigentlich wollte ich doch die andere Ecke mir noch angucken, ne? Aber gut, jetzt sind wir erstmal hier. Hier ist zwar nirgends ein kopfloses Skelett, aber dafür kann ich mich wenigstens hier bedienen. Revelyon. Oh. Da muss ich lang, ne? Ne, warte mal. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen vergessen, wo ich nochmal langen musste. Noch ein Rätsel. Nun, wenn Jacktoys lösen konnte, kann ich das auch. Das nächste Symbol könnte versteckt sein. Revelyon. Ach da. Ach so. Oh. Ich dachte schon, es wäre ein Endboss. Kann man hier für seine Drops gleich Fortschritt sammeln? Leider nicht. Ich habe die Drops nicht aktiv, weil ich nicht weiß, wie Drops funktionieren. Tut mir leid. Ich gehe erst nochmal hier hoch. Oder ist das... Komme ich da her? Ich weiß es gerade. Ja, da kam ich her, ne? Ja. Die neue RTX 5070 kann bis zu 9,5 Beine gleichzeitig darstellen. Oh mein Gott. Das wird nur noch schlimmer. Komisch. Da haben sie sich noch nicht überboten. Alter. Meine... Meine Spinne hat 12 Beine. Meine Spinne hat 15 Beine, ein schnelles Auto und mehr Geld auf dem Konto als du. Meine Spinne hat 25 Beine, hat einen Abschluss bei Yale und kennt das Geheimnis, wie man nie Käsefüße bekommt. Weil sie so viele hat, ne? Muss sie kennen. Ist ja klar. Sonst kommt die ja in keinen Fitnessclub rein. Damit kommt direkt meine Tropophobie. Ekelhaft. Ekelhaft. Okay, da geht es weiter. Dann gehe ich erstmal hoch. Genau. Meine Spinne ist aus Gummi. Meine Spinne hat 12 Beine. An jedem ihrer 12 Beine. Ihr versteht schon, was ich meine. Spider. Never skip black day. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Ah! Oh! Ah! Gut, dass Jackdaw da nicht runtergefallen ist. Erstmal, immer erstmal an die Seite gucken. Ah. Zotego! Zotego! Ich weiß halt nicht genau, was hier jetzt am Ende auf mich wartet. Das könnte auch wieder nur eine Kiste sein, aber ich hab schon das Gefühl, dass ich da letztendlich lang muss. Zotego! 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 Die ist aber ganz schön quälend gerade einfach da verstorben. Ja, okay, ich sehe schon, die wollen unbedingt, dass ich dieses Menü anklicke. Mache ich doch gleich. Komm, dann machen wir es jetzt. Danke auch, Jang. 02865. Und wie fühlt es sich so an, dieses Spiel zu bewerben? Es ist ein Spiel. Ich bin ein Gamer. Ich spiele es. Ich habe da nicht die geringsten Probleme mit. So, die beiden. Waren das alle? Ja. Ich bin froh, dass Richard Jackdaw mir etwas hinterlassen hat. Aber wo kann er sein? Simon, kannst du schon ein kleines Fazit geben? Oder ist noch zu früh? Es ist schon noch zu früh. Aber ich bin bisher total begeistert, weil du wahrscheinlich jetzt wissen willst, welche Sachen mir nicht gefallen. Da kann ich zumindest auch ein, zwei Sachen sagen. Es ist ein bisschen... Also ich mag schon, dass da viel geredet wird. Ich mag die Dialoge. Ich mag die Figuren. Aber die sind schon alle... Es ist alles so ein bisschen... Also ein bisschen Standard. So ein bisschen belanglos. So ein bisschen... Ja, hier, ich bin der Lehrer. Ja, hier, du bist der Schüler. Dies und das. Gelaber hier. Gelaber da. Ich bin Schüler. Ich habe ein Problem. Ich bin ein Geist. Ich habe ein Problem. Das wirkt alles so... Das dröppelt so dahin. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, weil es ja eigentlich auch alles normale Figuren sein sollen. Aber es fühlt so ein bisschen... Führt dazu, dass das alles so ein Brei ist. Die stechen nicht besonders aus der Masse heraus die Figuren, die wichtig sind. Und die Figuren, mit denen man eigentlich eine emotionale Verbindung eingehen soll. Die reden hier halt auch genauso wie alle anderen. Da fehlt mir so ein bisschen der Humor. Da fehlt mir eine Persönlichkeit. Da fehlt mir, dass die Figuren charakterisiert werden durch das, was sie sagen. Da kann man jetzt nach so kurzer Zeit wahrscheinlich noch nicht genug dazu sagen. Aber es wirkt, als wären so alle so irgendwie so... Mäh. Also es ist irgendwie... Es fehlt mir so ein bisschen noch das Fleisch bei den Charakteren. Aber es ist ein tolles Spiel bisher. Und ich mag eigentlich, abgesehen von diesem Kritikpunkt, mag ich eigentlich alles daran. Es ist halt wirklich gut gemacht. Es ist sicherlich kein 10 von 10, aber im Moment würde ich sagen, 8 von 10 kann es easy erreichen. Mal gucken, wo wir da am Ende landen. Bist du happy als Slytherin? Ich fühle mich durchaus wohl in meiner Schlangenhaut. Aber es fehlt so ein bisschen das Slytherin-Feeling. Also die sind jetzt nicht alle böse und die planen den ganzen Tag den Umsturz. Ist ja im Original eigentlich auch nicht so. Es ist ja nur Malfoy und seine Dödel. Aber hier erwartet man das und das fehlt. Aber ich finde es auch okay, weil, wie gesagt, es sind ja eigentlich nur die Häuser, die auf die Eigenschaften der Schüler zurückzuführen sind. Also es ist jetzt nicht so... Eigentlich nicht so, dass man sagen muss, da sind jetzt alles Dreckschwein. Aber ich bin gerne bei Slytherin tatsächlich. Okay, ich habe mich gerade ein bisschen verlaufen, aber irgendwo hier geht es lang. Dann fange ich einfach mal rechts an durchzulaufen. Das mit den Charakteren wird. Es gibt einige Quests, die sie und ihre Geschichte ausarbeiten. Ja, aber genau sowas... An sowas habe ich halt gedacht. Irgendwie... Es ist alles anständig. Es ist anständig geschrieben und jeder verhält sich so, wie man es erwartet. Aber irgendwie fehlen die Ecken und Kanten. Noch. So in der Story, aber auch in den Figuren. Ich glaube, das trifft es zumindest, was ich so empfinde, ganz gut. Aber es ist auch nicht so tragisch. Es ist ein Spiel für Kinder, nehme ich mal an, größtenteils. Also da ist es jetzt auch schwer zu sagen. Ich will jetzt aber, dass die total auf Krawall gebürstet sind oder extra lustig sind. Das ist dann vielleicht, passt vielleicht nicht zu jedem. Aber man hat ja bei Harry Potter auch immer was zu lachen, weil da auch einfach ein paar Trottelcharaktere dabei waren und so. Hier ist es so ein bisschen reduzierter. Ja, sowas zum Beispiel finde ich auch interessant, dass jetzt hier fünf, sechs Mal derselbe Text kommt. Ich meine, kann auch ein Bug sein oder eine kleine Fehleinschätzung der Entwickler, aber ich habe es jetzt verstanden. Irgendwas ist komisch daran. Vielmehr kann ich da jetzt aber auch nicht mit anfangen, mit dieser Information. Okay, ich glaube, ich habe noch eine Kiste gefunden. Ich muss aufhören, alle Kisten. Hallo Simon, jemand postet in deinem Namen und dem von Game2. Kommentar auf YouTube, er verwendet dein Logo und das von Game2 und meldet, es gäbe was zu gewinnen. Ich habe davon Screenshots gemacht und es dann Lisa vom RKTB gemeldet. Sorry, dass ich damit deinen Stream belästige. Tust du nicht, ist auf der einen Seite ein gutes Zeichen, weil es zeigt, dass man relevanter wird, aber ist natürlich scheiße und keiner will das, weil es scheiße ist und keiner will das. Ich kann sie jetzt direkt nichts dran ändern. Ich kann nur hoffen, dass alle Leute das verstehen und sehen und dass niemand sollte irgendwo irgendwas anklicken. Jarjector mir etwas hinterlassen hat, aber wo kann er sein? Aber es ist schon mal sehr gut, das an Lisa zu schreiben. Also Game2 habe ich ja nicht damit nichts zu tun so. Mein Logo, klar, kann natürlich theoretisch jeder benutzen. Oh, hier kam ich her. Aber ich kann es nicht verhindern, aber solche Leute muss man natürlich dann als Betreiber der Seite einfach löschen. Also, stummschalten. Da kenne ich mich mit aus. Da habe ich schon so einige Leute stumm geschaltet. Wo geht es denn weiter? Ich dachte, ich brauche hier diese Plattform, aber wenn ich hier rausgehe, lande ich da. Okay, dann muss ich doch hier runter. Ja, was hast du denn gedacht? Zu langsam. Oh, oh. Zum Glück sehen die nicht ganz so spinnig aus. Also, die sind schon schlimm, aber nicht so schlimm. Also, wenn die echte Vogelspinnen zum Beispiel aussehen würden, hätte ich da mehr Probleme mit. Einfach, weil mich das mehr triggert. So, dieses Krebsartige kann ich noch besser mit. Ich will diesen Schützen entzünden, bevor er sich, bevor er schießt. Ich weiß aber natürlich nie, wer jetzt hier gerade der Schießer ist. Er vielleicht, er war noch nicht dabei. Ich schaue schon gar nicht mehr so genau hin. Das ist ein Schütze, okay. Nee. Hm, wieder nicht. Bist du ein Schütze? Es wird nicht so einfach mit diesem Schützen. Entzünde einen Schützen, der sich auf einen Angriff vorbereitet. Ja. Es ist halt auch nicht einfacher mit der großen Spinne noch irgendwie dabei. Ja. Ja. Auch nicht. Jetzt greif doch mal an! Das war. Das war's. Ernsthaft? Das war's nicht? Für die Spinne war's das auf jeden Fall. Da! Du bist ein Schütze! Das Problem ist, mit dem Feuer muss ich halt nah dran sein. Und sonst treffe ich nicht. Ja. 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 Da war's schon wieder. Das ist wirklich nicht einfach. Ich muss wahrscheinlich wirklich einen menschlichen Schützen oder so nehmen. Oder einen der Kobolde. Schieß doch mal! Ja. Hat es gesehen? So. Die Mutterspinne ist weg. Ihr könnt aufhören. Ihr werdet nicht weiter kontrolliert. Ich weiß, ihr seid in Wirklichkeit ganz friedliche Angestellte. Ihr tut nur, was der Chef will. Ich verstehe das. Hört auf. Hört einfach auf jetzt. Er ist weg. Er ist im Urlaub. Inzendium. Mach's gut, Monster. Seit Jettdor hier war, haben sich diese Spinnen sicher rasant vermehrt. Jetzt muss ich einmal diesen Angstschub also durch... Puh. Rebellion. So langsam werden diese ganzen Spinnen in Spielen zu einer echten Therapie für mich. Ich meine, das machen ja Therapeuten. Ich bin ja nicht so arachnophob. Ich bin jetzt nicht so mega schlimm, aber ich mag es überhaupt nicht. Und man macht dann ja so eine Konfrontationstherapie, indem man, so kenne ich das aus Talkshows wie Ilona Christen, wo man dann irgendwann auch eine echte Spinne auf die Hand kriegt oder so. Und da meinte ich immer, habe ich keinen Bock drauf. Würde ich nie machen. Ich muss mich nach dem Symbol umsehen. Aber hier, so ein bisschen, kann man sich damit... Ah, vielleicht ändert sich durch dieses Uhrwerk jetzt hier irgendwas und es kommt eine andere... Ah. Und da oben. Ich frage mich allerdings auch, ob es hier so eine Anti-Spinnen-Option gibt, weil das ist ja schon ziemlich früh. Eine ziemlich miese Geschichte für alle Leute, die wirklich richtig, richtig arachnophie haben, die es dann halt nicht spielen können. Und da gibt es ja meistens immer noch irgendein... irgendein Workaround. Ich weiß nicht genau, ob das hier auch so ist. Aber es ist... Grounded hat mir schon viel geholfen. Muss ich echt sagen. Grounded hat enorm geholfen, diese Angst so ein bisschen einzudämmen. Ja, wenn ich hier höre, dass du so gut klarkommst damit, Gratulation. Ich weiß nicht, ob es so gut ist. Ah, da ist er. Na gut, immerhin hat er nicht gelogen. Er wurde geköpft. Okay, der hat zwei von den Dingern in den Kopf bekommen. Ich habe mir das anders vorgestellt, aber der wurde gar nicht so geköpft. Der ist einfach nur... richtig scheiße gebaut. Oh, der Marker. Ärger. Ah, nicht aufgepasst. Ah, okay. Geht also. Also, es sieht schon schön aus, da passiert einfach was. hast du aber eine schöne Waffe. Wäre eine Schande, wenn jemand sie dir wegnehmen würde. Wird die eigentlich immer größer, wenn ich sie wegnehme? Ja, das kann ich auch. Scheiße, zwei. Da ist es. 7. 8. 8. 8. 10. 10. 10. 10. 12. 10. Was macht? Achio, ins Händen! Das ist unheimlich. Was war denn das? Das habe ich schon mal gesehen. Bei Gringotts und in der verbotenen Abteilung. Komm! Wo bin ich? Handhabung, Steuerung ist Sahne. 10 von 10, man hat die volle Kontrolle, man kann kämpfen ohne groß nachdenken zu müssen. Und das mag ich besonders. Wie werde ich beschützt? Was für eine Art von Magie ist das? Sämtliche Blubberblasen blasende Babys werden besinnungslos durch die Bar geboxt. Ich kann nur hoffen, dass diese Magie mich schützt, bis ich hier rausgefunden habe. Danke, Wolf 6... 6... 7... Ne, 6, 7, 7, Entschuldigung. Wo bin ich hier? Da werden die Subs verschenkt in meinem Chat. Kommt rein, holt euch auch eins. Der Wulf ist für euch da. Kann das sein? Sie sind es. Hat endlich jemand unsere Kartenkammer enttägt? Ich kenne sie aus dem Denkarium. Sie sind Professor Rackham. Der bin ich. Ich bin offengesagt überrascht, eine so junge Person vor mir stehen zu sehen. Ich bin genauso alt wie Sie und Isadora Morganock, als Sie in Hogwarts anfing. Gut aufgepasst. Und ich nehme an, dass Sie unsere Fähigkeit teilen? Dass ich Spuren alter Magie sehen kann? Ja, Sir, das stimmt. Wie Sie vermutlich schon wissen, gewährt uns unsere Fähigkeit eine besondere Beziehung zu Magie aller Art. Wir haben Zugang zu seltenen Formen der Magie. Möglichkeiten werden sich auftun, um dieses Talent zu stärken. Diese sollten Sie nutzen. Werde ich, Professor. Danke. Dann haben wir viel zu bereden. Doch zuerst... Eine Karte aus einem bestimmten Buch führte Sie her. Legen Sie es auf das Podest. Ich habe das Buch nicht bei mir, Sir. Hm, das ist ungünstig. Ich fürchte, wir können unser Gespräch erst fortsetzen, wenn Sie das Buch dabei haben. Nein, Blinksy, da muss ich dich leider korrigieren. Ich zocke es nicht auf der Play, sie am PC spiele ich. Ich bin etwas verwirrt, Sir. Warum heißt dieser Raum Kartenkammer? Ich versichere Ihnen, dass sich Ihre Frage klärt, sobald das Buch auf dem Podest liegt. Nein, nein. Nein. Das Buch an seinem Platz ist. Auch schön, wie dieser Pinselstrich-Filter über dem Bild liegt. Und wie man das... Also trotz der Bewegung dahinter vorne immer noch diesen Filter sieht, in dem man diese Struktur des gemalten Bildes erkennen kann. Ist einfach geil. Ist einfach geil. Einfach gut gemacht. Ähm, also optisch... Topnotch, finde ich. So. Kann ich hiervon was kaufen? Ja, kann ich. Wirf die Waffen von entwaffneten Gegnern. An sich cool, ne? Aber... Neues Zauber-Set wird hinzugefügt. Was bedeutet das? Ähm... Achso, ich kann mir mehrere Sets dann zusammenbauen. Dafür habe ich noch nicht genug Zauber. Bessere Heilwirkung nehme ich auf jeden Fall. Ich habe sogar noch mehr. Okay. Ja, das finde ich auch gut. Schnell ausweichen. Das ist natürlich fantastisch. Erfolgreiche Protége erhöhen. Die alte Magieanzeige. Ja, alte Magie mag ich. Und... Basis... Zaubertreiber reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Also wenn ich treffe, kann ich schneller die anderen einsetzen. Genial. Ja, okay. Ich sehe schon, sie wollen, dass ich alle drei benutze, ne? Okay, komm. Dann mache ich's. So. Und, wird das jetzt freigeschaltet? Ach ne, da muss ich erst Stufe 16 erreicht haben, nehme ich an. Interessant. Oh, hätte ich jetzt hier auch machen können, ne? Ah, okay. Kann ich hier eventuell auch wieder zurückdingsen? Nein. Na gut, egal. Haupttalente sind natürlich am wichtigsten. Dunkle Künste kommen in den Nebenmissionen. Die werde ich mir holen. Zaubersprüche, gute Frage. Die muss ich wohl auch so bekommen. Ah, Ring aus Feuer. Gegner in der Nähe. Ja, sehr schön. Livioso werden eh... Das sind eigentlich gute Sachen. Die sollte man haben. Schleichen, das will ich langfristig haben. Diese weiteren Stufen will ich alle haben. Das ist nämlich richtig gut. Da muss man eigentlich mindestens bis 16, aber wahrscheinlich bis 22. Geil. Das ist nämlich der krasseste Move. Wenn du halt hinschleichst und diesen Pacificus Petrificus Totalus benutzt. Schon richtig gut. Ist eigentlich imbar. Ist total OP. Danke an der Stelle an mehrere Leute. Bisi Lebowski. Du hast doch gerade erst gestern welche verschenkt. Chill dich mal weg, Alter. Ne, aber vielen Dank natürlich Bisi Lebowski. Auch für dein Abo nochmal. Danke auch an TheWonderlander und Don Fanucci mit den besten Scalopini Italia der Stadt. Und Phoenix Gnu und Django und Miles und Killer. Eine Menge Leute. Danke für euer Vertrauen. In mein Verhauen von Spinnen. Ja okay, hier kann ich mich nicht auf mein Buch verlassen. Das Ding ist, ich muss jetzt eigentlich zurück. Aber ich habe jetzt schon gehofft, dass es hier eine Art Schnellreisesystem auch an diese Location gibt. Sonst muss ich da ja später wieder komplett hinlaufen. Da muss ich ja die ganzen Spinnen wieder alle töten. Danke auch an alle anderen. Was war beim Raum der Wünsche? Ja, Raum der Wünsche ist der Raum der Wünsche. Den kann man finden und da sind dann neue Aufgaben, die ich euch aber nicht nennen kann, weil ich es einfach noch nicht weiß. Ich habe noch nicht so viel freigespielt. Wie viele Stunden hast du gespielt? Fragt Swagger Mike. Ähm, jetzt bin ich bei vier mal vier, acht Stunden. Ja, ungefähr acht Stunden. Ich habe die Seiten- und die Kartenkammer gefunden. Was soll ich mit dem Buch? Ah, da ist immerhin... Das ist ja wirklich praktisch! Ich freue mich! Schwall ins All! Das war schön, das war so eine richtig schöne kleine Runde. Ah, jetzt können wir mal eine Sache ausprobieren. Ich glaube nämlich, dass ich... Genau, den mache ich mir mal nach oben. Okay, und zwar kann ich diese Kisten, wenn ich mich anschleiche, kann ich die öffnen. Ha! Ausgetruht! Oh, die arme Truhe, tut mir richtig leid. Die war richtig traurig, ne? Das ist ihr Lebenszweck, auf diesen Scheiß aufzupassen. Und dann sitzt sie da jahrhundertelang mit dem großen Auge in alle Richtungen gucken und plötzlich ist alles weg. Ich kann das total verstehen, das macht eine Truhe doch total depressiv. Und dann werden sie irgendwann verschlossen. Und müssen zu Therapeuten, damit sie irgendjemand öffnet. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fick wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studie nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Professor Fick kommt weder zu früh noch zu spät. Sondern immer dann, wenn man einen Fick braucht. Da unten ist auch wieder irgendwas Verschlossenes, ne? Muss man echt immer wieder mal gucken. Übrigens, wenn ich die Kisten aufmache, man sieht nichts von dem Inhalt, weil ich das alles ausgestellt habe. Und diese Dinger da sind wichtig, sehr wichtig sogar, um das Schleichen zu erhöhen. Ja, habe ich alles nicht. Diese ganzen Dinger, alles nur Lockteasing. Man sieht was, man kommt nicht hin, man braucht ein Schloss. Danke, Full Metal Chrissy. Danke. 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 Okay. Konzentration. Ist der hier relevant? Was willst du? Ah. Das Motto von Hogwarts Draco Dormiens Nunquam Titalandos bedeutet. Kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Hohohohoho. Reven. Aschenurne. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge einst folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Weil er nur noch Asche ist, deswegen. Naja, gut. Das ist so gemein, man sieht wirklich ständig Shit. Aber glaubst du, man würde ihn finden? Weil hier alles so verwinkelt ist. Ne, man muss hier ein paar Geheimnisse auch noch für den Harald Töpfer übrig lassen. Aber das haben sie echt gut umgesetzt, dass dieses Schloss einen komplett überfordert mit all seinen Geheimnissen. Gerade wenn man diesen Spruch benutzt, ist man so völlig... Und alles ist verschlossen. Verschlossen. Er hier. Kann man da eigentlich... Und er kann nix dagegen machen. Simon, kannst du ne Kaufempfehlung geben? Bin so hin und her gerissen. Also ich würde es mir kaufen. Ich kann natürlich jetzt nach 8 Stunden bei einem 40-Stunden-Spielen noch nicht zu 100% sagen, dass das nicht irgendwann vielleicht langweiliger wird oder sich irgendwie schlechter spielt. Aber bisher habe ich wirklich ein sehr gutes Gefühl dabei, dass das einfach was ist, was euch Spaß macht. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme. Die sich majestätisch über eine Schlucht in Agilshire erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft und genervt und haben bereits diverse Petitionen beim Bürgeramt für Lärmstörungen eingereicht. Doch die Zauberer, sie halten sich für etwas Besseres und lachen die ganze Zeit darüber, während sie die drei Glocken der drei Schwestern häufiger läuten als jemals zuvor. Eigentlich finde ich, jetzt wo ihr am Platz frei geworden ist, könnte man mir diese Lore übertragen von Harry Potter. Ich werde sie würdig weitertragen. Lieber Sneegames, ich habe das mit dem Interview alles mitgekriegt. Ich habe nur im Moment, also jetzt gerade im Moment überhaupt keine Zeit. Jetzt ist halt leider gerade Hogwarts rausgekommen. Jetzt fahre ich morgen Mittag schon nach Hamburg. Dann habe ich in Hamburg zwei Tage, dann ist Wochenende. Wir können mal nächste Woche reden. Tut mir leid, aber ich kann dir nichts versprechen. Wir können da gerne mal drüber reden und so, aber ich kann dir echt nichts versprechen. Dafür bin ich einfach im Moment zu verpflichtet gegenüber anderen Sachen. Aber an sich natürlich gerne. Würde wir gerne machen. Drei Schwestern müssten es dann nicht sechs Glocken sein. Vorsicht, Sophie. Mit solchen Witz. Und dann spielst du auch noch beim Simon. Guckst du da auch noch zu, wie der dieses Spiel spielt. Das lässt sich in keinem guten Licht erblicken. Läuft das Spiel bei dir rund? Überraschend rund. Dafür, dass es jetzt auch mal kleine Probleme hatte, läuft es jetzt überraschend gut. Beschaff und teste einen Fokustrank habe ich nicht. Oh, Flugstunde! Ja. Ja. Hat die Wahl des Hauses einen Einfluss auf die Story? Ich persönlich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mal das besser weiß, werden wir auch schon Leute, die haben 20 Stunden gespielt. Schreibt es mal in den Chat, aber ich glaube nicht. Geil. Fliegen lernen. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kugawa. Bitte begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich schluchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht geleert und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Das ist geil. Buuu. Mehr sowas. Das ist genau, was ich meine. Das ist dieses edgige, realistische. Das sind Schüler. Die labern auch mal Bullshit. Legen Sie Ihr Bein über Ihnen und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch. Danke. Los. Jetzt Sie. Hoch. Hoch, du dämlicher Schulbesen. Das klingt viel zu sehr nach meinen, äh... Betrunkenen Geschlechtsverkehrversuchen von vor 20 Jahren. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Ich find's lustig, wie vorne da so Schutzdinger dran sind an den, äh... Besen, weil ich mich immer gefragt hab, Das ist doch mega gefährlich, mit so einem spitzen Holzding in Leute reinzufahren. Landen Sie auf der Stelle. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht. Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte Sie in einem Stück zurückhaben. Okay, ich warte erstmal, bis sich die Grafik ein... eingespielt hat. Ja, endlich, endlich. Sieht man mal Dinge, die normale Schüler auch machen. Ah, ah. Ah. Moment, wir machen's ein bisschen realistischer so vielleicht. Oh. Wie. Ja, komm, reicht jetzt auch. Mein Gott, was soll ich sagen? Ich bin halt einfach 15 im Spiel. Ich brauche einen eigenen Besen. Ich glaube, langsam hab ich den Dreh raus. Ja. Super. Du bist ja ein echter Zauberer, Harry. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. So, das muss jetzt echt aufhören. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Also, es ist toll, es ist toll. Es steuert sich tatsächlich anders als erwartet, weil man mit dem rechten Stick analog hoch, runter, links, rechts steuert. Also, hier so, also die Kamera, also man stört zum Beispiel links, rechts die Kamera, aber oben nach oben und unten weiterhin den Besen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber man kann's eigentlich ganz gut machen. Mich stört jetzt gerade natürlich das Ruckeln, aber ich kenne das Problem ja mittlerweile. Und ich vertraue darauf, dass das mit dem nächsten Update besser wird. Okay, so. Jetzt fliegen wir einmal übers Gelände. Ich wollte natürlich cool darüber. Ah. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blinken. Babelhaft! Kraken gehören in jedes Spiel. Keine Kritik von mir insofern. Schneller fliegen kann ich im Moment noch nicht übrigens. Kommt aber noch. Ich hab gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Alter, wie einem da die Eier wehtun. Aber ich bin zu voreilig. Oder? Aber bringt uns das nicht Ärger ein? Kogawa scheint streng zu sein. Ich will keinen Ärger. Kogawa merkt das doch nie. Außerdem, ein Vogel lernt das Fliegen nicht, indem er im Nest bleibt. Folge mir. Also hatte ich jetzt gar keine Wahl. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Immer malerisch. Hoffentlich bringt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Hihihi. 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 Toll über den Dingen zu schweben, oder? Geil, Alter. Jetzt noch eine Gatling Gun drauf. Es ist geil. Es ist super. Die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogriff? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Ich weiß. Ey, es ist wirklich alles, was man mehr oder weniger erwartet hat. Es ist einfach wirklich auf ganz hohem Niveau gemacht. Und es macht mega Spaß. Das ist der Punkt, dass die H�-Kirche da sein. Wir sollten schnell zurück. Pew-이고, pop-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. steigt hier ab und wo waren sie beide hallo professor wir wollten nur noch etwas üben die missachtung meiner anweisungen hat einen erheblichen punktabzug zur folge mister klappen wieder egal enttäuscht von ihnen sie sind in diesem kurs weil sie sich selbst und ihren besen nicht den gebührenden respekt erweisen aber professor genug der unterricht ist beendet sollten zukünftig an ihrem urteilsvermögen arbeiten kopf hoch das war recht gut geflogen das ist richtig lieber chat es gibt gar keine bullys zu geben dass sich die aussicht gelohnt hat das ist sehr interessant es gibt keine bullys in diesem spiel was hier eigentlich zu harry potter so ein bisschen gehört zu allen schulelementen immer gehört dass immer die bullys gibt ich finde es persönlich nämlich auch nie so doll aber ich finde das auch mal sehr positiv dass man hier einfach mal unter leuten ist die können anständig sprechen die sagen bitte danke die sind freundlich das muss eine ganz andere erfahrung sein für leute die jetzt in die schule gehen ich bereue nichts dieser umweg war es wert ein paar hauspunkte zu verlieren du machst dich ganz gut auf dem besen mit einem schicken modell könntest du sicher runden um ihmelder fliegen sie ist kugavas liebling mit einem eigenen besen könnte ich ihr einiges zeigen leider muss ich den schulbesen nach dem unterricht zurückbringen vielleicht sollte ich ein besen kaufen ja wenn du das kannst würde ich auch gern ich empfehle einen besuch bei albi weeks von spin witches in hogsmeet er testet ständig neue modelle ich werde am himmel nach der ausschau halten das und das reitpferd interessiert mich enorm wenn ich mir bloß den funkel funken besen bei spin witches leisten könnte das wäre ein spaß ich habe fast alles über die kobold aufstände auswendig gelernt du kannst mich alles abfragen gegrüßt warum sollte ich hören wollen was du gut kannst ich glaube es ist ein zeichen wenn man in etwas die beste ist mir zum beispiel hat gesagt ich wäre eine gute auroren langweilig was da im unterricht passiert ist verlieren wir kein wort darüber der punkt verlust für slytherin sollte sie in zukunft von derlei unsinn abschrecken professor weasley bat mich sie ein paar zusätzliche zauber zu lehren also halten sie ausschau nach einer eule von mir sie können auch jederzeit vorbeikommen wenn sie fragen haben interessant die hippen kids fliegen mob genau die fliegen so einen neuen wie lederwisch mob diese ganze besen um man lasst uns damit gar nicht anfangen das ist wirklich einfach man muss es einfach akzeptieren und überhaupt nicht nachfragen was da was ist der ganze also alles dahinter ab wann ist es kein besen mehr irgendwann nimmt harry potter doch einfach nur noch seinen zauberstab what the fuck is happening wenn ich nicht mal mehr den besen brauche warum wir sind die besen dann so wichtig warum ist dann warum gibt es dann diesen nimbus warum warum ist es überhaupt kommerzialisiert wenn es doch magie ist wie wird dieser besen besser als ein anderer besen und warum reicht am ende der zauberstab von harry wenn sie doch ein besen haben also brauchen wir gar kein besen oder kann der zauberstab halt nicht so gut fliegen what the fuck is happening und warum denkt niemand an die eier an die hoden der jungen männer die über stunden gequetscht werden wie schlimmer noch als auf einem fahrrad beim marathon die kriegen nie wieder gesunde kinder das erklärt vielleicht die ganze schule für zauberei und alle wahnsinnigen sachen die haben sich alle ihre kinder ihre kindeskinder schon kaputt gesessen als würden sie auf den köpfen der kinder sitzen für jahre während sie diese besen geschichte versucht haben ja auf alten rädern lernt man fahren auf alten besen lernt man kehren das kannst du mir nicht verwehren irgendwas mit ehren oder scheren oder bären danke mit stühlen fliegen das ohne scheiß ich würde mir einen machen mit so einem fahrradsitz oder so einem gemütlichen sofa so ein verzauber mein ich wäre einer von diesen weirden der mit seinem verzauberten sofa einfach die ganze zeit kritisch spielt ja stimmt schon lustig ne mein charakter sieht aus als wäre frisch aus mexiko mit diesem komischen umhang und dem hut es ist aber tatsächlich sind gute klamotten aber ich werde mir auch noch mal andere holen mad i moody hat so einen halben sitz auf seinem besen ja gerade der brauchen eigentlich nicht als ob der noch zwei hoden hat also wenn irgend einer zwei holzhoden hat die eigentlich der perfekte sitz sind dann ist das mad i moody da ist doch nichts mehr echt mad i moody erinnert mich immer an den geschichtslehrer den wir früher hatten der war uns immer so spekt weil der also der hat immer geschichte gelehrt natürlich aber er hat auch ganz viele kriegs wunden also er hatte so einen arm nur noch ein holzbein und ein auge fehlte ihm also da muss ich immer irgendwie so einer fall da das ist ein bisschen denke ich da immer an starship troopers aber auch an mad i moody der hat shit gesehen und dann muss er noch schüler unterrichten und hat nicht mal stil handgranaten dabei mad i ja stimmt nach zu vielen stunden auf dem besen bist du nur noch mad i es sind einfach zu viele gute sachen hier kann die gar nicht alle verfolgen das ist wirklich wie die nebenaufgaben hier zu viel lustiges über das ich mich beömmeln könnte aber ich habe keine zeit ich muss die geschichte weiterspielen schleimer ich mag wahr sagen aber wann erzählt uns professor ohne einmal mehr über afrika mein wissen über ornithomantik reicht für ein ganzes leben ich will von der serengeti hören apropos astronomie wieso nicht die venus wo du doch ständig über amitaka redest scharp hatte wirklich schlechte laune kein einziger schüler hat das schlafmittel hinbekommen da hat er den inhalt aller kässe mit einem einzigen zauber verschwinden lassen wenn ich gegen einen professor antreten müsste dann hackett im ernst sie muss tausend jahre alt sein oder 75 oder so verteidigung gegen die dunklen künste ist wirklich schwer aber das meine ich würden schüler die ganze zeit positiv über ihre lehrer reden ich meine ich habe bisher wenig also ich ist ja nicht so als ob ich mir das wünsche dass das so toxisch ist oder so aber schüler reden doch nicht gut über ihre lehrer oder oder war das nur ich is it just me wie viel hast du damals schon gekifft diese geschichten klingen erträumt nein der war wirklich so der war so unaufmerksam als lehrer dass ich immer gameboy wir hatten so riesige erdkunde bücher die haben wir dann alle jeder hat das gemacht ganz groß vor sich gestellt und dann die ganze zeit gameboy gespielt das war teilweise so absurd aber ja ich war auch kein guter schüler aber ne das war schon wirklich so gekifft habe ich erst mit 21 ich habe nämlich zum glück abgewartet weil wer zu früh kifft der versaut sich seine persönlichkeit und macht sich sein gehirn kaputt das ist leider die eine traurige wahrheit über kiffen wenn man zu früh macht kriegt man echte probleme mit und ich kenne genug leute denen das so passiert ist und die würden das wahrscheinlich bestätigen sogar äh ok aufgabe genau ach das ist pf ich dachte schon zu langsam zu langsam allein das finde ich so geil dieser nervige pivs ich kann richtig verstehen wie sie in den büchern beschreiben wie der einem auf den sack geht oder wie manche geister einem auf den sack gehen und pivs ist scheinbar echt der schlimmste und ich kann das jetzt total gut nachvollziehen du willst da nur seinen job machen einfach gut er macht auch nur seinen job ne äh danke auf dich trinke ich professor weasley irgendwo wo wir unter vier augen sprechen können ja der raum der wünsche oder das ist der raum der wünsche ja geil verzeihung der schulleiter hielt mich an und bei merlins das war sie haben keine zeit vergeudet gut gemacht wollen wir nach ihnen professor danke kno sachs der sieht halt auch genauso aus wie man es erwartet das ist doch hammer er erscheint nur wenn man ihn auch wirklich braucht aber eine riesige besenkammer weise stößt ein schüler rein zufällig auf diesen raum wenn überhaupt ich wollte sie nur darauf hinweisen wie sie ihn finden indem sie sich an dieser wand auf ihren wunsch konzentrieren aber sie haben den raum schon selbst gefunden während ich hier bin sollten wir also den moment nutzen also wo ist dick er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein dick professor der haus elf mit dem ich an ihrem ersten tag in meiner klasse sprach er könnte ihnen doch mit dem raum helfen sobald sie ihn finden auf keinen fall kletter ich über diesen krempel damit bietet sich die perfekte gelegenheit sie evanesco zu lehren den verschwindezauber mit evanesco kann man bestimmte dinge verschwinden lassen wie diese stühle und andere dinge hier im raum sie sollten zuerst mit dem zauberstab üben danach können sie sich die stühle vornehmen da müssten wir übrigens mal drüber reden mal mit evanesco und das wissen wir leider wissen wir das ist teil der lore haben die zauberer früher ihre kacke aus dem hintern weg gezaubert ich hätte es auch gerne nicht gewusst die frage ist wann haben sie damit angefangen Toiletten zu bauen weil es gibt ja welche im schloss aber das sind echt interessante infos die ich schon immer über den twitter account von jackie rolling hören wollte neben anderen dingen die ganz wichtig sind dass sie die sagt weil sie könnte ja auch einfach die schnauze halten nein die leute müssen wissen was ich denke du hast sechs bücher sieben bücher geschrieben jeder weiß du hast genug geschrieben nein nein ich twitter ich muss die welt retten ich muss die frauenwelt retten eine bescheuerte frau aber sie hat eine geile fantasie und das ist ja auch schon was moment ach da ausgezeichnet wie sie sehen verfügen sie nun über monstein dessen verwendung besprechen wir später nun weiter wo geht die kacke dahin keine ahnung in euer klo in fremde klose so würde ich es machen zumindest Danke Maikatz und Bukiri und Kaidahai Ja Professor Landet alles im Raum der Wünsche genau im Raum der Wünsche ist einfach so eine Grube da willst du nicht rein Reveve Ah ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen als du erwartet hattest sag mir Bescheid wenn du dich wieder mit mir treffen willst ergebens T das steht dann wohl für Tumbledore aber absolute Feuergefahr meine Güte können sie nicht leiser sein einige von uns wollen sich ausruhen und im Buch werden ja auch Sachen beschrieben die in diesem Raum gelagert sind und ich finde es total schön mir das anzugucken ich fand das schon in allen Filmen total interessant mir diese ganzen gelagerten Sachen anzugehen einfach nur weil es so das ist so wie beim Opa irgendwie auf den ähm unter das Dach gehen oder in den Keller ne und irgendwie gucken was da für ein Quatsch rumsteht goldene Eulen goldene Wagen soll man mal nicht auf die Goldwaage legen hier wär sie was ist noch Bücher ne das ist keine Besenkammer das ist eine Lesenkammer Lesenkammer hier ja diese Dinger was sind die denn kann mir das einer von euch sagen waren die auch im Buch ich hab die im Buch nicht erinnert im Film nicht gesehen und hier sind die omnipräsent Nils bist du das ja wenn der Nils nicht äh das Spiel spielt dann muss natürlich ich die dummen Witze machen magische Überwachungskameras genau aber warum der arme Hund tut tut das noch eben weh mir tut das voll leid aah eine Kiste natürlich nicht äh also ich finde diese also diese Kisten Geschichte weiß nicht irgendwie ich meine es ist okay aber irgendwie fühlt das sich ein bisschen clunky an also diese Transport Platten das hat gut funktioniert aber hier mit den Kisten habe ich immer das Gefühl als wäre das so nicht gedacht als würde ich das gerade missbrauchen weil ich es auch nicht so schieben kann ne weil man es nur ziehen kann und das finde ich blöd weil wie soll ich es denn jetzt hier hin schieben ziehen oder es ist wirklich so gedacht dass man eben drauf hüpft und dann diesen Zauber macht wahrscheinlich na aber ihr seht das Problem da ist es dann auch wieder schwer ich krieg's einfach nicht nahe genug ran naja muss reichen wiii wiii nein äh lieber Space Monkey der Edis spielt es Nils spielt es nicht Edis spielt es spielt Hufflepuff Halt den Eindringling hoch Halt den Eindringling hoch Halt den Eindringling hoch Nein nicht das ist nicht hilfreich der wertlose Haufen Blech Bin ich der Eindringling? Porträt eines eitlen Fatzkes und seiner Rüsselmaus Puh keine Ahnung Die wissen wie man es macht Ab in die Stuhldimension da kommt auch die Kacke hin da wo die Stühle hinkommen ist doch logisch Bin etwas empört dass der Raum dachte ich bräuchte ein Bad freches Ding Also der Raum ist toll gemacht Wie soll sich jemand der kein Hauself ist hier zurecht finden? Gute Frage Sammelt er überhaupt noch was aus den Boxen oder ist dein Inventar voll? Das kann natürlich sein Ich habe aber eine Erweiterung mir geholt Allerdings die Sachen die ich einsammle sind ja meistens eher so ist halt so Kleinkram ne? Den ich vielleicht gar nicht genau hier seht ihr ja doch noch Platz eigentlich das sind hier alles noch freie Slots nehme ich mal an Da Spinnenfangzahn ne? Die habe ich mir erkämpft Ich glaube was ich nicht mehr sammle ist diese Ausrüstung Na vielleicht habe ich doch jetzt mehr Platz 17 13 17 Ja nehmen wir natürlich den Och Gott furchtbar Es ist falsch Franzose zu sein Al Bundy Ähm Ok warte mal Ne habe ich nicht ne? Weil man kann die Sachen ja auch unsichtbar machen Die Brille würde ich dann unsichtbar machen Also quasi Kontaktlinsen eigentlich Besser? Eine andere Art von Teppich Ah ok machen wir erstmal die Herausforderungen weiter Jetzt habe ich auch den Raum der Wünsche Da könnte ich dann jetzt auch später die Aufträge machen und Bekommen Gepanzertes Gewand Ah Entschuldigung Leute meine Nase juckt ein bisschen und schnieft Und jetzt kann ich ja nochmal neue Ausrüstung nehmen Denke ich Was habe ich denn da nochmal bekommen? Das war eigentlich genau hier so ein Outfit Ja Ne doch nicht War das nicht sowas? Dachte ich hätte das jetzt bekommen Vielleicht muss ich es auch noch aktivieren oder so Ein Talentpunkt immerhin Da will ich auf jeden Fall später hin Schlechte entdecken Klingt gut Das klingt auch gut Er soll mehr wie ein Penner aussehen Ja ich verstehe Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten sie ihren Verstand nutzen und es herausfinden Soll ich mal eine Kippe an deinem Gesicht ausdrücken? Oder in dein Wodka? In dein Whisky oder was das da ist rein? Ach meine Nase alter Juckt die ganze Zeit Tut mir leid Leute Ihr müsst das jetzt mit mir Durchziehen Hm Ah Oh 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 Okay, also die Kiste, ne? Kriege ich hier aber nicht durch. Noch höher kann ich sie aber auch nicht machen, nehme ich an. Nee, also das ist ja irgendwie ein Rätsel, aber wie kann ich hier weiter? Ach ja, klar, die zweite Kiste. Nee, nee, ich will euch hören. Ist wahrscheinlich die beste Erfindung in diesem ganzen Spiel, diese komischen... Hm, okay. Ah, vielleicht muss ich die... Hier runter. Nee, ne? Da passt sie nicht durch. Passt sie nicht durch? Ich meine, hier kann ja überall noch so eine Möglichkeit sein, drauf zu steigen. Das sieht ja schon so aus, als wäre hier einiges versteckt. Ich dachte hier irgendwie so... Okay, das war, das war genau richtig. Oh, jetzt geht er... Nee. Interessant. So wie eben, hätte ich ihn gern nochmal, dass er einfach so nah kommt. Ja, scheinbar komme ich da ja nicht drauf. Aber kann ich nicht von hier mir diese Kiste nehmen? Ich kann es jetzt nicht mehr weiter bewegen, schade. Also irgendwas hier habe ich grundlegend noch nicht verstanden. Es sei denn, man kann hier noch... Ah, Moment. Hauptsache hier erst mal weg. Damit ich hier Zugriff auf diese Kiste habe. Ah! Nein! Jetzt haben wir es doch fast. Okay. Das war ja weird. Ich habe nie gedacht, dass das jetzt am Ende so laufen wird. Kannst du bei dem Talent mal in den Raum der Wünsche gehen? Ich habe noch nichts, leider. Ich habe da noch nichts freigeschaltet. Ich hoffe, diese Hauself kann uns hier finden. Okay, da geht es weiter. Dann gehe ich nochmal schnell die andere Ecke lang. Die wollen wir ja nicht vergessen. Oder kamen wir hierher? Ja. Ja. Oh, Vorsicht! Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Deak kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deak. Wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deak hat sich angeschaut, was seit Deaks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deak. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Die kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deak, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse der Allerwunden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig. Oder gar nicht. Deaksa wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Schönen Sie sich den Raum so vor, wie er sein soll. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Er überlegt schon, ob das der Teppichboden eigentlich geile Klamotten wären für ihn. Man sollte immer bedenken, was seine Kleidung für eine Wirkung hat. Den Schreibtisch der Beschreibung. Der Beschreibungstisch. Okay, und ne Eule hab ich jetzt auch. Und Tee. Der wird nützlich sein, wenn ich was zu identifizieren habe. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Und das ist tatsächlich irgendein mieses Dreckschwein. Sieht man an der Länge des Hutes. Hier rechts. Er rechts hat gerade seine Frau umgebracht. Und denkt, oh Mann, es gibt kein Google. Also kann ich nicht googeln, wie ich die Teile entsorge. Und ganz rechts da mit den zwei... Ja, mit den zwei... Was sind das nochmal? Elfen, ne? Das ist auch komisch. Zwei von denen? Wofür brauchst du zwei? Und warum sitzen die direkt vor dir am Schoß? Das ist so komisch. Bin froh, dass diese Bilder ja nur einen Moment zeigen. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Geil. Läuft. Liebe Freunde. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Habe ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Hm. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Waage. Ich war einmal zehn Minuten drin. Beschwörung wird eingeleitet. Das hier klingt, oder? Das ist doch eindeutig dafür. Ei, ei, ei. Da sehen wir, wie viel Mondstein ich habe. Gotischer Pflanzentisch mit kleinem Topf. Elektrischer, äkletisch, äklektischer, vielleicht. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Mit kleinem Topf. Botanischer Pflanztisch. Okay, es ist, glaube ich, egal. Ich nehme den gotischen. Der hat was Slytherin-artiges. He, er ist schon geil. Es ist einfach geil. Nice. So, haben wir noch mehr. Ich will natürlich noch mehr aktivieren. Ähm, Pflanztische. Oh, haben wir keine. Wir haben nur den und die. Okay. Gibt schon eine Menge. Da seht ihr mal, was man hier alles noch bauen kann. Schneide, Komposter, große, äh, klar, für verschiedene größere Töpfe. Interessant. Okay. Alles gotisch. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten mit Proxenit oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Na, Schreibtisch habe ich ja. Okay, wir hören dir so halb zu, Lady. Äh, okay, Pflanzen, das, Dekorierung haben wir leider nicht. Okay, haben wir irgendeine Dekoration, haben wir irgendwas anderes noch? Gerade mal gucken, ne. Aber da seht ihr mal, was housingtechnisch eigentlich hier möglich ist. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Und ich dachte, wenn ich dazu komme, habe ich doch sicherlich schon was freigeschaltet. Aber nein. Danke an dieser Stelle an MyCuts und DrunkenIrish90. Können Sie mir mehr über Dek sagen? Er weiht noch länger in Hogwarts als ich und scheint auch den letzten Winkel und jedes Geheimnis zu kennen. Wir entdeckten diesen Raum gemeinsam, als ich noch Schülerin war. Also vor tausend Jahren. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Ich werde mich an Dek wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Ja, ich weiß nicht. Kann ich was erlernen? Hast du noch was für mich, Lady? Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut. Zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Nein. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Sag mal, diese Teekanne da hinten, die dreht aber auch völlig durch. Die ganze Zeit kommt der Tee aus der Tasse dann wieder zurück in die Kanne, weil die läuft doch über. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten. Jeder hier macht, was er will. Gut. Dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Oh, ich werde den mir so richtig Slytherin-artig martialisch einrichten. Okay. Was war es nochmal? So, ne? Die Katja hat noch nie so viele Pflanzen gesehen. Für alles gehört ein Teppich. Alles muss geteppigt werden. Und an die Wand auch noch. Nein, keine Wandteppiche? Ihr seid offensichtlich nicht in orientalischen Großfamilien unterwegs gewesen. Selbst meine Familie hatte Wandteppiche. Okay, dann mache ich mir den hier für später mal hin. Da kommt auf jeden Fall auch noch was dran. So, was haben wir denn noch? Noch eine. Ah, da geht schon nicht mehr. Okay. Ah, ist schön. Ich mache das voll gerne. Aber ich weiß, wir dürfen es jetzt auch nicht übertreiben. Ich mache es jetzt auch nicht endlos. Aber ich will ja schon einmal Porträt eines zerstrittenen Paares. Warum soll ich meine Eltern hier drin haben? Einer nachdenklichen Hexe. Eine Hausherrin mit Hauselfin. Ich habe die doch alle schon. Ja, das ist der Niffler. Der ist nämlich geil. Den habe ich zwar auch da schon hängen. Aber der ist wegen süß. Und der steht auf glänzende Sachen. Seht ihr? Schön den herrischen roten Stuhl in die Ecke gesetzt. Da sitzt... Ne, komm. Warte mal, wo kommen die Leute rein? Die Leute kommen da rein. Dann sitze ich hier und erwarte sie. So, wir treffen uns wieder, Herr Malfoy. Und dann für ihn muss er sich so hier in die Ecke setzen. Ah, er wird so ein richtig guter Gast. Und noch hier so einen gotischen Todes... 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 Was ist das? Umbrella... Tisch. Das gefällt mir irgendwie. Oh, das ist interessant. Hier lernen wir was. Elektrizismus. Inbegriff dafür, unterschiedliche jeweils abgeschlossene Systeme, beispielsweise Kunststile oder Denkschulen verschiedener Traditionen beziehungsweise Zeiten neu zusammenzufügen. Die Kirche St. Die Kirche St. Augustine in Paris ist ein Beispiel für El-Eklektizismus. Die Fassade mit Fensterrose und Skulpturen-Galerie folgt dem gotischen Stil, während sich die Kuppel an der Renaissance orientiert. Okay, das war cool. Ich habe ein paar Fragen zu Beschwörungen, Professor. Ja? Was haben wir doch alles gemacht? Eigentlich habe ich keine weiteren Fragen. Falls doch, bin ich hier. Ich würde sie gerne verschwinden lassen, wenn ich ehrlich bin. Hammer. Also da ist alles super. Hey, hör doch mal auf jetzt hier. Du bist hier in meiner Hütte. Da wird nicht sauber gemacht. Hör doch mal auf jetzt. Ah, der rubbelt das Muster aus dem Teppich. Das ist sehr, sehr gut. Ballerina-Trolle. Wandteppich von Barnabas, der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch, des Zauberers Barnabas, des Bekloppten dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Barnabas mag einfach eine Herausforderung. Heute wäre so ein, weiß ich nicht, Dark Souls No-Hit Speedrunner. So, wir werden jetzt hier gleich kurz Pause machen. Aber nur ganz kurz, drei Minuten. Ich muss echt aufs Klo, schon seit einer Weile. Wir sind jetzt aber wieder zurück in, also wir waren immer in Hogwarts, aber wir sind aus dem Raum raus. Das gehört noch nicht mehr zu meinem ganzen Kram, oder? Man hat hier irgendwann keinen Überblick mehr. Hey, hallo! Oh, mit seinen Ketten, ne? Quasi ein Kettenhemd. Okay, wir sind hier. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Achso, das ist hier die Figur, ne? Ähm, wir kennen den Astronomie-Turm. Aus den Büchern, meine ich natürlich. Und den Filmen. Meine liebe Satyavati, du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich ihren Verständnis der Meteoritenschau geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und beim britischer Astronom beide auf der Arbeit eines italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel wohlgemerkt, soweit ich weiß. Und vorgeschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung zwischen Meteoriten und Kometen herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in meiner Korrespondenz das Gefühl, dass ich weiterhin das Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter verwenden musste. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine geheime Identität zu haben, ärgert mich der Grund dafür. Ich freue mich so sehr auf unsere Reise nach Rejanta Manta später in diesem Jahr. Das wird ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Schwester, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Sohita. Alles eingesteckt. Ein architektonischer Traum, dieser Astronomie-Turm. Ich muss mal gerade... Einen neuen Auftrag suchen, und dann werden wir ihn gleich auch erledigen. Hier seht ihr, wir haben schon einiges. Club der gekreuzten Stäbe. Erscheinungsbilder will ich nicht. Innendekoration brauche ich nicht. Werde ich beim nächsten Mal machen. Was gibt es dafür? Belohnung, Änderungszauberer. Zauberanweisung für Beschwörung. Ja, beim nächsten Mal. Koboldsteine. Geheimnis Lager. Gold. Wenn ich nach einfacher Arbeit suche. Ja, das können wir alles machen, sobald wir Geld brauchen. Flugprüfung. Müssen wir erstmal einen Besen kaufen. Dafür brauchen wir Geld. Und das ist auf jeden Fall wichtig. Scharps Aufgabe möchte... Wenn ich teste, werde ich unter Einfluss von so einem Maximum. Okay, also ich soll einen Fokustrank mir kaufen. Und die anderen auch. Und alle benutzen. Aber dann mache ich doch... Was kriege ich hier? Belohnung. Der Pool so. Ja, der ist schon wichtig, ne? Wir müssen mal gucken, welche von den beiden wir erstmal machen. Machen wir erstmal den, weil da müssen wir nicht, ähm... Da müssen wir nicht noch irgendwelche Tränke kaufen. Und gleich machen wir ein Päuschen. Aber wirklich nur ganz kurz, ganz kurz. Ihr könnt eigentlich direkt hier bleiben. Ich will nur einmal noch schauen, was hier noch übrig ist. Ah, okay. Den Fahrradhelm. Den Fahrradhelm der Peinlichkeit. So, schön. Hammer alles. Was sagt die Ollenpost? Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen, wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst? Ja, haben wir mitgekriegt. Wir haben uns gerade gequatscht. Die sind manchmal ein bisschen zeitlich verzögert, ne? Also die... Ich kriege nicht mit, wenn sie kommen. Aber sie sind oft zu spät schon. Wenn ich... Äh... Okay, Zaubertränke. Das sind die Nebenmissionen, die dann einfach so passieren. Der Pulso, den Verscheuchungszauber. Damit können sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Okay, als nächstes kommt das. So, wir machen jetzt ganz kurz Pause, aber nur ganz kurz. Denn ich muss... Äh... Muss mir, ähm... Irgendein Zauberding, um Sachen aus meinem Inneren verschwinden zu lassen. Ähm... Den Spruch der weißen Schüssel. Wir sehen uns gleich. Nach diesem Song. Das ist ja Zuhl! Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Das ist ja Stuhl! Das hier ist ein Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das hier ist ein Stuhl! Das hier ist ein Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das hier ist ein Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das ist der Stuhl! Das ist der Stuhl! Das ist der Stuhl! Sie setzt sich auf einem richtigen Stuhl, die machen einen Fernseherabgang. Das ist der Stuhl! Da kann man drauf sitzen! Da kann man drauf sitzen! Der hat nicht einen Stuhl zum sitzen! Was für einen Stuhl dachten Sie? Oh, so zum sitzen, ne? Musik und damit wieder zurück beim spiel des monats könnte man auf jeden fall sagen das ist es auf jeden fall wahrscheinlich der größte titel hype technisch des jahres vielleicht naja gut wenn er von eldenring der dlc kommt resident 4 atomic hart es gibt schon noch auch andere klar der space war auch ein großer titel aber das schöne ist eigentlich dass es jetzt endlich wieder losgeht dass jetzt endlich wieder triple titel kommen auf die man sich freut wo man keine angst haben muss dass es vielleicht einfach schäbig wird finde ich schön ist eine gute zeit um gamer zu sein ja final fantasy und arm of core zelda tears of the kingdom starfield gibt es auch alles fifa 24 natürlich kann es kaum erwarten aber jeder hat ja seine eigenen dinge auf die er sich freut und bei mir ist das auf jeden fall hogwarts resident evil atomic hart und von dieser auswahl würde ich auch noch sagen starfield das ist doch mit dem orangefarbenen fetten kater der gerne lasagne ist oder den habe ich ja geliebt endlich kriegt der man spiel und dann Klingt hier ein bisschen wie am Hamburger Hauptbahnhof Simon K Simon K Simon K K Dies ist das Skelett Eines irischen Phönix Oder Auguri Ein äußerst scheuer Vogel Der Regenfeuer sagen kann Und dessen klagende Schreie Einst den Tod ankündigten Seinen wahrscheinlich Wenn man mal ehrlich ist Viel ist da nicht mehr übrig Nee, nee, nee Nee, 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 nee Hast du vor heute Abend Die Nintendo Direct zu gucken Ich wusste nicht mal, dass die heute Abend ist Hm Hier drüben Sebastian Lange nicht gesehen Stimmt Schön, dass du meine Eule erhalten hast Ich muss dir was zeigen Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast Natürlich Skripner wollte mich nachsitzen lassen Aber ich habe meine Mittel und Wege Du hast den Kopf für mich hingehalten Und das ist viel wert Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich Aber da fehlte etwas Vielleicht sollten wir woanders darüber reden Verstanden Wir können gleich weiterreden In der Krypta Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort Aber wenn ich das gerade sehe Weil dann würde ich die lieber morgen nachgucken Aber wenn hier jetzt wird Gregor und Ilias Die gemeinsam schauen Und Gregor auf YouTube Covert Dann guckt ihr euch doch Sehr gut verborgen Bei diesen Leuten an Das fände ich total schön Wenn ihr die bei Gregor gucken würdet Da muss ich dann ja nicht die Konkurrenz dazu noch aufmachen Das ist ja gar nicht nötig Weil wenn wir das zusammen machen Ist meine Erfahrung Dass alle dann sagen Ah ne Ihr redet durcheinander Und also einzeln Oder in diesem Fall so Finde ich es dann schon besser Wenn ihr euch zu Gregor begebt Weil der hat auch mehr Ahnung von Nintendo Also ich würde sie nicht machen Ich gucke sie morgen vielleicht nach Das kann ich anbieten Was für eine abgefahrene Geheinganguhr Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund Ominous Gaunt Er hat ihn Krypta getauft Wir haben hier immer Koboldstein gespielt Mit meiner Schwester Anne Sie liebte dieses Spiel Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren Hör zu Ich habe Ominous geschworen Diesen Ort zu schützen Also behalte das hier bitte für dich Er vertraut niemand anderem außer mir Schon seit wir uns kennen Das will ich nicht aufs Spiel setzen Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen Wir wurden nie erwischt Ich kenne Ominous aus dem Gemeinschaftsraum Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht Ja, das stimmt Ich weiß nicht wie Ominous wurde blind geboren Da hilft kein Zauber Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein Würde mich nicht wundern Ollivander sagt immer Der Zauberstab wählt den Zauberer Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon Die Gorns sind voller Geheimnisse Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören Und auch noch nie jemand anderen hier gesehen Erzähl das niemandem Besonders nicht Ominous Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig Aber dieser Ort bedeutet ihm viel Natürlich Ominous erwähnte seine Familie bei unserer ersten Begegnung Dass er für sie nichts übrig hat, ist noch untertrieben Gut, du verstehst Wie dem auch sei Die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken Und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen Genau mein Gedanke Ein Zauber wie Konfringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie Aber du solltest ihn lernen Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt Bewege den Zauberstab wie ich Die Beschwörung lautet Konfringo Also gut Du hast es raus Bereit es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele Ja Geil Ein bisschen heiß Irgendwo weint George McCrae leise in seinem Kistenlager Andererseits Nö, ist für ihn doch nur noch mehr Geld Neue Bestellungen Ich muss gleich mal nach Hogsmeade und meinen ganzen Kram verkaufen Definitiv Ich hab zu viel Was ist hier noch? Ja klar die Leuchter Aber hier sind noch Kisten Ja sind doch alle jetzt an oder? Ja Ich muss sagen das hat Spaß gemacht Als ich mit Ominus das erste Mal Konfringo übte Versenkten wir uns die Augenbrauen Das hätte ich gern gesehen Das hat uns lange verfolgt Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich Das süchtig macht Das ist genau die Art von Magie Die ich lernen wollte Ich kenne noch viel mehr Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche Allerdings habe ich Anne und Ominus nicht von jedem erzählt Ich war schon länger nicht mehr hier Ohne Anne ist es anders Das mit deiner Schwester tut mir leid Wenn ich irgendwas tun kann Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe Könntest du mitkommen und Anne treffen Sie kann Aufmunterung gebrauchen Sag mir wann und wir treffen uns Sie vermisst Hogwarts Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Salamon fest Leider musst du ihn auch kennenlernen Einen neuen Schüler zu treffen Ist genau das was sie braucht Ich freue mich darauf Prima Übrigens Was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können Wo soll ich da bloß anfangen Du sagtest bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas Es hat sicher mit dem zu tun was du mir erzählt hast Über den Portschlüssel Gringotts und Ranrock Dir entgeht wirklich nichts Und ja das ist es Wie du sicher schon vermutet hast Steckt noch mehr dahinter Ich höre Du musst versprechen Dass das unter uns bleibt Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt Du kannst mir vertrauen Harry Potter hat auch immer alles geteilt und erzählt Muss ich auch Ich kann Spuren von alter Magie sehen Alte Magie? Ich weiß nicht was ich erwartet habe Aber das sicher nicht Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher Ich weiß nur dass ich Spuren einer alten Magie sehe Die sonst kaum jemand wahrnimmt Fig und ich glauben dass Ranrock einen Weg gefunden hat Die Macht dieser Magie zu nutzen Willst du damit sagen dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberer Magie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden Und diese Fähigkeit von dir Erlaubt sie dir auch diese Magie zu nutzen? Ich... Ich weiß es nicht Nun wenn du es weißt sag es mir Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie Vielleicht können wir einander helfen Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind Denke ich du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben Bleib hier solange du willst Und denk daran Dieser Ort bleibt unter uns Es ist tatsächlich so ne Ich hab auch das Gefühl der ist ein bisschen Suspekt Aber offensichtlich ist da ja was mit seiner Familie passiert Seine Schwester und alles Also ich hab das Gefühl dass er eine echte düstere Story auch noch hat Die er uns noch nicht ganz erklärt hat Ich denke ich muss mich den Leuten ja auch anvertrauen Und wie gesagt Harry Potter erzählt es ja seinen Freunden auch immer Ich muss ja hier irgendwie auch Leuten was erzählen Kann er nicht Liebling der Lehrer werden? Genau Slytherin Bros teilen Geheimnisse Warte Du da Ich kann dich hören Oh Hallo Ominous Ich wollte gerade zum Gemeinschaftsraum Die Stimme kenne ich Du bist neu in der Fünften Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah Ich war auf Erkundungstour Und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder Lüg nicht Niemand stößt zufällig auf diesen Raum Sebastian hat dir von ihm erzählt oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst Kann dir nicht einmal dein werter Professor Fick helfen Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet Ich habe keine Scheu davor das auszunutzen Wenn nötig Mein Vater Du brauchst mir nicht zu drohen Ich behalte deine Krypta für mich Und Sebastian ist ein guter Freund Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen Schönen Dank auch Ominous ich meinte nur Ich weiß was du meintest Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein Er braucht deine Hilfe nicht Bist du nur neidisch Weil Sebastian einen Freund hat Der sehen kann Aber finde ich ganz gut Dass er nur weil er blind ist Dass er nicht automatisch Wie heißt das So Zum Megasympathen wird Und so ein Typ der nichts falsch machen kann Sondern Ne Der Leute mit Behinderung können auch Arschlöcher sein Oder Angst haben Und sich dann so verhalten wie er Ich finde das ganz cool Das ist zum ersten Mal Ja der Deke Hat auch so Dieser Elf Hat auch so Ein bisschen was Edgiges Der hat so einen echten Charakter Und hier habe ich zum ersten Mal auch das Gefühl Okay Jetzt lerne ich endlich mal die richtigen Menschen kennen dahinter Das finde ich ganz gut Ein bisschen Konflikt muss ja auch mal sein Jetzt hätte ich mal langsam wieder Bock auf einen saftigen Dungeon mit ein paar Kämpfen Okay als nächstes gehe ich nach Hogsmeade Wenn ich diese Mission hinter mir habe Was auch immer es ist Ich hatte gehofft sie zu sehen Sie sind zurück Endlich Ministers Barwin redet mehr als dass er zuhört Spricht ständig von wildernem Drachen Er wollte kein Wort über Kobolde hören Wo wir gerade dabei sind Hören Sie Es ist so viel passiert während Sie weg waren Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja das kam mir auch seltsam vor Er bat mich ihn zu treffen und sagte mir dann ich solle den Toast Warum sollten Sie Toast mitbringen? In eine Höhle unter dem See Dort fand ich Richard Jackdors Geist Wer in aller Welt ist Richard Jackdor? Er war hier vor langer Zeit Schüler Er erzählte mir von einer geheimen Höhle Ich ging dorthin und direkt neben Jackdors Skelett Fand ich die fehlenden Seiten Sie haben die Seiten Ja Und weil Jackdor der darin enthaltenen Karte gefolgt war Fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort Ob Sie es glauben oder nicht Es ist ein Raum unter Hogwarts Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft dass Sie das sagen Oh und wir brauchen das Buch Okay jetzt geht's los Diese Nummer machen wir noch Danach gehen wir noch nach Hogsmeade Ich tippe mal auf eine Stunde Und dann würde ich wahrscheinlich aufhören Mal gucken wie sich es entwickelt Im Moment sind auch noch viele Zuschauer da Und dort erwartet uns ein Vertrieb von Professor Reckham Professor Reckham Ich freue mich darauf ihn zu treffen Wie ist dieser Jackdor an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen Und Jackdor stahl sie von ihm Peeves Peeves Ja genau Oh Da lang Mir ist auch gerade aufgefallen Dass Peeves in den Filmen gar nicht vorkommt Der kommt in den Büchern ständig vor Aber in den Filmen Haben sie sich dann mit John Cleese und ein, zwei anderen Eigentlich quasi schon bedient Und hatten da keine Verwendung mehr Für so einen völlig chaotischen Geist Was eigentlich ein bisschen schade ist Weil Peeves echt einfach Der anstrengendste von allen ist Wohin sind sie unterwegs? Nein Spielt man auch Quidditch Erst mit dem DLC Und das war die ganze Zeit hier unten 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 Sieht vielversprechend aus. Eine Karte, da ist Hogsmeade und hier der verbotene Wald und natürlich Hogwarts, wie beeindruckend. Der ist mir einfach ein bisschen suspekt, dieser Typ. Der hat was, dieser Fick hat irgendwas. Vielleicht soll der auch so sein, aber der sieht schon so ein bisschen... Siehste, jetzt kommt die Backstory. Seine Frau ist tot. Er ist auf der Suche nach seiner Frau, nee, ihm? Hallo Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fick. Wie geht es Ihnen, Professor Fick? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten? Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Fünfte Klasse. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen Sie auf die Probe und verschaffen Ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariums-Erinnerung aus meinem Gringottsgewölbe? Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe. Aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, Angeborene und Erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fick. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß nicht, welches Geheimnis sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Für wahr schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie, Professor Fick. Was soll ich denn darauf jetzt antworten? Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fick darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Okay. Okay. Wollen wir nachsehen? Da, im Turm, ne? Im Eulenturm. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Eularium. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen? Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig. Und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay. Ich gehe jetzt zu dem geheimen Turm. Mit dem Ficker. Hier, dem Professor Fick. Kann ich da runter? Ich weiß es leider nicht mehr. Letztes Mal ging Ihnen nichts auf. Ich nehme an, es geht immer noch nicht auf. Nope. Ja gut. Dann gehe ich also nochmal den normalen Weg für Sterbliche zurück. Okay. Ich, ähm... Genau. Da wollte ich hin. Da wollte ich hin zum Floh-Netzwerk. Wieder mal auf Abenteuertour. Kann ich das nicht... Ach, mache ich das so einfach? Mache ich das über die Karte? So, das machen wir alles später. Ich will jetzt erstmal nach Hogsmeade. Und da erstmal einkaufen. Und verkaufen. Und kaufen generell. Ups, nee. Reisen. Da war ich schon lange nicht mehr. Alle, die jetzt erst reingekommen sind. Heute haben wir noch nicht Hogsmeade besucht. Freut euch schon mal. Weil das ist echt schön. Es ist, ey, es sieht einfach echt schön aus. Nur die Hecken könnten mal wieder geschnitten werden. Okay. Jetzt muss ich doch einmal noch gucken. In welche Richtung ich mich da am besten bewege. Genau. Was ist eigentlich das Ziel? Hier kriegen wir ein bisschen Geld. Machen wir erstmal das. Aber eigentlich will ich kaufen und verkaufen. So, das ist also Hogsmeade. Sehr schön. Aber da muss ich eigentlich gar nicht lang. Ich muss ja eigentlich hier rein jetzt. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Die heulende Hütte gibt es da übrigens auch schon. Werden, der so fähig ist wie sie, sollte die Reise nach Cambridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll denn geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt. Aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Sie klingt anstrengend. Ich habe nicht gern mit schwierigen Leuten zu tun, aber für eine Belohnung geht das schon. Nun gut. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. J. Pippins Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertränken und deren Zutaten verkauft. Da kann ich eigentlich jetzt auch gleich mal schnell was einkaufen, ne? Das wollte ich nämlich auch noch. Wie kann ich heute behilflich sein? So, ich brauche... Soll ich die alle mal... Alter, sind die teuer. Ihr spinnt doch. Alter, unfassbar teuer. Ähm, nee, dann kaufe ich nur die Sachen, die ich eh brauche. Ich glaube, das war der Edorus-Trank. Und ich glaube, der Maxima-Trank, den ich haben muss. Da muss ich tatsächlich, weil ich so wenig Geld habe, nochmal nachgucken, was die Aufgabe war, weil ich das nicht alles kaufen kann. Äh, das ist ja unfassbar eigentlich. Da wollen die hier Fokus und Fokus, Maxima und Edorus. Also auch noch drei. So viel Kohle habe ich nicht. Ist unfassbar. Dabei habe ich nichts gekauft. Seit sechs Stunden habe ich kaum was gekauft. Maxima. Okay. Edorus. Und Fokus. Okay, hat gerade so gereicht. Okay, da verkaufen wir jetzt mal richtig was. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Ich bin eine menschliche Registrierkasse und du bist meine Altkleidersammlung. Nur gibst du mir noch ein bisschen Kohle dafür. Alter, sogar richtig Fettkohle. Kleidung. Kleiderhändler. Das ist die Lösung. Dann kaufe ich mir doch gleich nochmal so. Hier, sowas. Ähm. Zauberschaden für kurze Zeit erhöhen ist an sich nicht schlecht. Aber ich brauche mehr die Halltränke. Schadenstrank. Abklingzeit. Mann. Nehmen wir halt den, ne. 1200. Unsichtbar. Dafür habe ich doch meine Geschichten. Zipfer, ein Zaubertrank. Zauberschaden. Kurze Zeit. Mag ich nicht. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Haben wir doch hier irgendwas. Vielen Dank, Lavea, für dein Stufe 1 Abo sogar. Wenn ihr ein Abo raushauen wollt, aber kein Geld ausgeben wollt, dann nehmt doch euer Prime Abo. Wenn ihr kein Prime habt, warum habt ihr kein Prime? Es sind gute Serien da. Könnt ihr eine Menge guten Scheiß gucken. So. Oh, Moment. Bevor ich jetzt hier wieder rausgehe. Ja, genau. Ich habe die falsche Mission. Äh, wir gucken erstmal, was wir noch machen. Eigentlich wollen wir vielleicht auch noch, na gut, Klamotten. Und so haben wir verkauft. Für Rezepte. Und so haben wir eigentlich immer noch genug. Gibt es hier irgendwas in Hogsmeade? Ja, machen wir wahrscheinlich die anspruchsvolle Lieferung als nächstes. Teste eine Venemosa Tentacula. Da. Spint Witches. Da habe ich jetzt aber kein Geld mehr für. So ein Besen kostet wahrscheinlich richtig viel Geld. Das können wir also gleich mal machen. Wenn wir eh kämpfen müssen, können wir das mal benutzen. Jetzt muss ich aber kurz, genau, wenn wir uns nämlich mit ihm am Turm treffen. Jetzt muss ich aber gerade noch einmal schauen. Wir machen die Unsicherbarkeitstränke, die machen wir noch schnell. Da gibt es ein bisschen Gold für. Aber hier war doch noch irgendwas anderes. Genau, ich wollte mal gucken, was so ein Besen kostet. Danke, Lil Capris. Danke. Voll nett. Lil Capris Sport Bedarf ist hier. Ach, da schon. Okay, das ist wirklich nicht weit gewesen. Ah, ein neues Rivian. Wunderbar. Ich lese das natürlich alles, weil ich will es auch wissen. Aber eigentlich mache ich das nur wegen den Karten, wegen den Handbuchseiten. In diesem Geschäft, das von dem liebeswürdigen Albi Weakis geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft. Darunter auch die neuesten Besenmodelle. Albi selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Außer Besen nix gewesen. Okay, dann gucken wir doch jetzt mal, was du zu interagieren hast mit mir. Ey, der Typ sieht wirklich fast aus wie ich rechts. Das, was ich schon anhabe. Ähm, ich habe einen Talentpunkt, machen wir gleich. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal bei Joshua und Mark. Hallo, Mr. Weakis, nicht wahr? Albi Weakis, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spindwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Albenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Ich kann mir wahrscheinlich nur ein Staubwedel leisten. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Albenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Albenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindelig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Sie mussten Spindwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher. Aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen. Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich seh mich mal um. Danke. Okay. Na, wonach suchen Sie heute? Nach einem Besen für 28 Gold. Oder für 110 wäre auch schon okay. Ich brauche ja wirklich nur das absolute Minimum. Ne, keine Chance. Was ich brauche, ist wirklich ganz dringend mal... Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ähm, Geld. Ich muss in den Wald und gucken. Sehr interessante Besenkonstruktion. Ich muss im Wald gucken, was ich da alles an Tieren fangen kann, die ich dann wiederum verkaufe. Danke fürs Vorbeischauen. Das muss ich aber, glaube ich, noch lernen. Ich glaube, wirklich, das kann ich noch gar nicht. Ach ja, Hogsmeade ist toll. Ich würde auch gerne mehr Zeit verbringen. Aber ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir jetzt wieder auf die eigentliche Story zurückkommen mit dem Turm. Weil dann werden wir im Verlauf ja den ganzen Scheiß auch lernen, den wir hier noch brauchen. So, hier habe ich doch irgendwas freigeschaltet. Gucken wir mal, was und wo. Das macht mich irgendwie traurig, dass ich so wenig bei Erkundungen habe. Ein Prozent. Ich bin schon wirklich gut rumgekommen. Wahrscheinlich habe ich keine großen Geheimnisse entlockt oder so. Ja, scheinbar gibt es nichts. Genau, diese Augentruhen, die gibt es. Und so, und jetzt werde ich mir direkt, Entschuldigung für die Verdopplung, jetzt werde ich die Aufträge aussuchen. Und werde diese Prüfung machen und dann auch direkt dorthin laufen. Die Augentruhen muss man so öffnen, wenn man nämlich unsichtbar ist. Und ich habe schon einige Augentruhen gesehen am Anfang. Jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, sie zu öffnen, habe ich keine mehr oder eine nur gesehen. Aber muss man einfach häufiger hier suchen, ob man nicht irgendwo was findet. Und es gibt eigentlich immer irgendwas. Hier liegt ein Sack rum. Auf geht's nach Hogsmeade. Macht es Spaß. Oh, die tränke nicht, ey, die tränke nicht erst. Ja, ihr habt recht, ne? Entschuldigung, ich war schon wieder, war schon wieder zu weit. Stimmt, wir haben ja eine ganz einfache Aufgabe, die wir wirklich schnell machen sollten hier. Unsichtbarkeitstränke. Es tut mir leid, Leute, ich war kurz abgelenkt. Aber das ist der bessere Weg. Der führt nämlich dann auch woanders hin. Das ist, glaube ich, um die Ecke. Das machen wir schnell. Ich meine, das Schnellreisesystem ist auch sehr cool. Man kommt wirklich super easy von einem zum anderen. Ich bin aber noch an dem Punkt, wo ich sehr gerne einfach durch diese Welt laufe. Weil noch ist das für mich alles neu. Hier jetzt mal wieder der Scherzartikelladen, Zonkos. Man kennt es halt alles, ne? Man kennt das alles so. Wie geil. Weil es die ja auch schon so lange da gibt. Das sind ja alles so Traditionsläden. Klar. Würdest du hier deinen Laden aufgeben? Bei so viel Laufkundschaft? Direkt neben so einer Schule? Bist ja bekloppt. Gibt es ein Trage-Limit? Jaja, es gibt Inventory-Plätze. Und durch das Lösen bestimmter Aufgaben von Merlin, von denen ich eigentlich nur zwei bisher gesehen habe, kriegt man am Ende neue Inventarplätze. Klar, irgendwie muss man den ganzen Loot ja auch tragen, den man hier häufig bekommt. Wie jetzt zum Beispiel. Weil man ja auch für sämtliche Zaubertränke und alles seine eigenen Ressourcen braucht. Was war da gerade? Oh, jetzt ist gerade das Licht einmal dunkler geworden. Oh, es ist wohl nicht um die Ecke. Aber das ist doch gut. Dann laufen wir. Ich war an der Stelle noch nicht. Das heißt, da kann ich mich auch nicht hin teleportieren. Wie sieht es mit den Lags aus? Es gab so ein paar Lags. Also eher, wenn du in einen großen Raum gekommen bist oder vom Wald in das Schloss oder so immer, wenn du gemerkt hast, jetzt rechnet der Rechner gerade irgendwie alle Texturen, schaufelt die nochmal shadermäßig alle zusammen in den Cache, in den RAM oder so. Da hat man das dann schon gemerkt. Da hat es dann derbe geruckelt für eine Weile. Auch keine Mikroruckeler, sondern schon eine halbe Minute geruckelt. Aber es hat sich jetzt zum Beispiel wieder gelegt. Ich glaube, das hängt wirklich immer damit ab, damit zusammen, dass man einmal überall gewesen sein muss und dann irgendwann kommt das nicht mehr. Aber wenn es passiert, ist es schon auffällig. Hat es mir den Spielspaß irgendwie verdorben? Nö, bisher nicht. Also dafür ist es dann doch zu selten und die meiste Zeit läuft das halt wirklich gut. Wenn das jetzt regelmäßiger aufkommen würde, dann wäre das sicherlich störend. Aber so wie es im Moment ist, kann man es eigentlich als so typische Startschwierigkeiten, sage ich mal, abtun. Und dann finde ich, ist das auch okay. Vielleicht habe ich aber auch Glück. Vielleicht habe ich einfach Glück. Also ich kann auch nicht sagen, wie es bei Twitch rüberkommt, aber ich habe bei mir hier legere 60 Frames. Es läuft wirklich super. Um die Frage zu beantworten, was denkst du, wie das auf der Switch laufen wird? Gar nicht. Es sei denn, die legen der Spielepackung einen PC bei. Also ich kann mir das schwer vorstellen, aber sie machen es ja. Also muss es ja eine Möglichkeit geben, aber meiner Erfahrung nach müsstest du das Spiel doch dann eigentlich doppelt entwickeln. Oder sie machen so etwas wie ein Witcher, dass das halt nur gestreamt funktioniert. Ich kann es offengesagt mir nicht vorstellen. Aber wenn die sagen, die machen es, dann wird es halt auch schon so sein. Aber das muss dann ja mega reduziert sein. Also in allem. Weil die Switch ist nun mal auch echt jetzt keine besonders leistungsstarke Konsole mehr. Spiel doch wenigstens so weit, bis du einen Besen hast. Dann musst du nicht ständig laufen. Äh, ich habe einen Besen schon. Nein, keinen eigenen. Okay. Aber ich habe Besenfliegen schon gelernt. Ich mache das alles. Ich bin aber wirklich im Moment noch an dem Punkt, wo ich mir gerne diese Umgebung angucke. Ich meine, ich laufe jetzt zum ersten Mal lang. Warum sollte ich das mir nehmen? Weil früh genug wird mir langweilig beim Rumlaufen. Und dann ist ja klar, nimmt man irgendwann die kürzeren Wege. Und der Besen wird schon noch häufig genug zum Einsatz kommen, denke ich. Ja klar, fährt natürlich automatisch. Oh. Und plötzlich ist es nur noch ein Straßenköterfell. Das ist aber gut, weil dafür kann ich Geld, ähm, also für die eingefangene Tiere kriegt man 100. Das ist schon richtig cool. Aber für Fell kriegst du halt ein bisschen was, ne? Nicht so viel. Oh, Spinnenfell vielleicht. Ja. Guten Morgen. Fatsch. Das ist der allerbeste und absolut demütigendste Move, dass man diese Spinnen wieder auf ihre normale Größe zurechtschrumpft, ähm, so. Und sie dann zertritt, so wie es Brauch ist in diesem, unserem Land. Wobei ich sagen muss, dass ich ja Spinnen nicht zertrete. Ich hasse sie. Aber selbst, selbst da versuche ich sie lebendig irgendwie rauszubringen, damit sie dann draußen erfrieren. Aber das ist dann ja nicht mehr meine Schuld. Aber ich möchte nicht am Ende meines Lebens von all den Insekten und Tieren und monströsen, kleinsten Lebewesen, die ich zerstört habe, äh, quasi zur Rechenschaft gezogen werden. Wer weiß, was dann passiert. Ich gehe das Risiko nicht ein. Oh, shit, die Frösche. Die sind stark, aber mittlerweile vielleicht... Man kann die halt schwer treffen mit ihren ganzen, ähm, also, man kann die quasi nicht so einfach in die Luft gefördern. Das geht gar nicht so einfach. Und die sind sehr stark, aber jetzt vielleicht bin ich ein bisschen stärker schon wieder als am Anfang. Und man kann ganz gut mal ein bisschen das Kampfsystem zeigen. Ah, das ist, glaube ich, der erste Frosch, den ich erlegt habe. Lässt der was liegen? Nein! Noch ein bisschen enttäuschend. Nicht mal ein Froschfell oder ein paar Schenkel. Ich finde es übrigens richtig schön, jetzt, wo ich die HOD-Elemente alle ausgestellt habe. Ich finde, so sollte man ernsthaft... Das Spiel ist nicht so schwer, dass man die ganze Zeit die Menüs braucht. Manchmal stören sogar die extra Texte, die eingeblendet werden. Ich würde es euch empfehlen, einfach so zu spielen. Das hat schon, äh, noch mal, noch mal ein etwas Ticken immersiveren Flair. Oh, da hinten liegt was lilafarbiges. Das weiß ich doch von hier schon. Wer hier wohl wohnt? Mir egal, er wird jetzt beklaut. Oh, geht gar nicht. Shit. Ich habe eine Lieferung von J. Pippins Zaubertränke. Ha! Schickt ein Kind vor, um seine Arbeit zu erledigen, was? Er nimmt immer den einfachsten Weg, um es sich leicht zu machen. Mussten Sie die etwa auch für ihn brauen? Spielt keine Rolle. Sie können das vermutlich ohnehin besser als er. Warum bestellen Sie bei ihm, wenn Sie mit der Qualität nicht zufrieden sind? Anscheinend versuchen immer mehr meiner Kunden, sich vor mir zu verstecken. Ich verurteile das nicht. Sie wissen ja nicht, welchem Druck ich ausgesetzt bin, hochwertige Produkte zu liefern. Das ist so genial. Im Gegensatz zu anderen Verkäufern bemühe ich mich um zufriedene Kunden. Unsichtbarkeitsstränke nur mit Vorkasse. Das ist so geil, weil diese Ökonomie, Ökonomie, Ökologie, Ökonomie, in der Zaubererwelt, die ist ja total irre. Also alles ist da weird, ne? Und so richtig verstanden habe ich es immer noch nicht. Ob die jetzt, die haben Geld. Warum haben sie Geld? Ist, äh, eigentlich kannst du doch alles zaubern. Egal. Ist ja nicht mein Problem. Aber das ist geil. Dir einen Unsichtbarkeitstrank zu kaufen. Mit der Hoffnung, den dann nicht mehr bezahlen zu müssen, weil die dich ja nicht finden. Das ist einfach brillant. Das perfekte Verbrechen. Glauben Sie, dass das so einfach ist? Ich weiß, dass Pippen seine Kunden ständig hinters Licht führen will. Er tut alles, um auf Kosten der Qualität einige Galleonen für sich zu sparen. Sie sehen keinen einzigen Knut, bis ich weiß, dass die Zaubertränke funktionieren. Trinken Sie. Klingt einfach. Das mache ich. Das hoffe ich doch. Also Fatima, was hast du denn sonst noch? Nix, ne? Okay, ich dachte, da geht hier vielleicht jetzt. Ne, ich habe die Mission erledigt, dafür ein bisschen Gold bekommen. Das ist ja auch gut. Aber ich hätte gerne mit ihr nochmal irgendwelche Nebenmissionen oder so gemacht. Jetzt muss ich zurück wahrscheinlich. Gerade nochmal gucken. Die Quest habe ich ja scheinbar noch nicht erledigt. Ah. Sie möchte, dass ich ihre Wirksamkeit unter Beweis stelle, bevor sie den Kauf abschließt. Trinke einen Unsichtbarkeitstrank. Wenn ich mir jetzt extra einkaufen muss, werde ich da aber ganz schön wütend. Ich habe dir doch gerade welche vorbeigebracht. Muss ich jetzt echt nochmal zurück? Das glaube ich nicht. Du bist ja wahnsinnig. Die Frau ist völlig verrückt. Was soll ich denn jetzt? Wie soll ich das denn? Soll ich das jetzt machen? Das ist doch... Ich komme mir verarscht vor. Ich habe dir die doch gerade gebracht. Gib mir halt einen davon. Ich kann es einfach nicht glauben. Die verarschen mich. Moment, wenn... Ich gucke hier nochmal hier. Ich gucke nochmal hier. Ne, ach. Das nur sortieren. Auf dem Tisch vielleicht? Ja, guter Gedanke. Danke, MCP3RRY. MC Perry. Ne, ich muss original nochmal zurück. Aber ich habe die dir doch gerade geliefert. Mann. Die macht mich echt fertig. Auch schön, wie der Nebel hier so deutlich dichter schon ist. Das macht mich irgendwie irre. Einfach über LB auf Tränke zugreifen. Ach, danke. Ich wäre jetzt echt nochmal zurückgelaufen. Ich habe die gerade die ganze Zeit gesucht. Da ist er doch. Ich wusste doch, dass ich diese Tränke habe. Die wird zum Anlegen loslassen. Und dann lege ich sie... Wo lege ich sie denn an? Und dann? Ja, ich habe natürlich jetzt mein HUD nicht, ne. Deswegen sehe ich das natürlich nicht. Ich drücke jetzt mal alle Buttons. So. Sie scheint zu wirken. Hm. Nun? Ich vermute, das genügt. Wenn die Nachfrage nach Tränken so groß ist, wäre es da nicht einfacher, mit anderen zusammenzuarbeiten? Sie könnten ihre Rezepte und Fähigkeiten kombinieren. Ha! Keine Chance. Dieser Nichtsnutz hat seinen Laden geerbt. Wir anderen mussten unseren eigenen Weg gehen. Er soll nicht von meiner harten Arbeit und meinem Verstand profitieren. Wenn er scheitert, dann soll er nur. Unsympathisch. Sie erwähnten, dass immer mehr Kunden versuchen, sich zu verstecken. Warum eigentlich? Nun, ich kann nicht für alle sprechen, aber meine Erschwinderinnen-Kundschaft hat sicher ihre Gründe. Aber das würde ich an ihrer Stelle ganz schnell wieder vergessen. Ich lasse Mr. Pippin wissen, dass ich die Tränke wie gewünscht geliefert habe. Tun Sie das. Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Ach, egal. Das kann ich gut gebrauchen. Vielen Dank. Die blaue Vier-Augen-Brille. Ne, die behalte ich. Danke für den Besuch. Ich dachte, Moment, ich will noch mal kurz gucken, ob sie was zu kaufen hat. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Was verkaufen Sie hier? Wonach suchen wir heute? Sie hatte nicht viel, ne? Zutaten und dann den Powertrank. Ja, komm. Eine gute Wahl. Genau das hätte ich auch ausgesucht. Du hast ja auch nur die eine Sache. So, jetzt nochmal zurücklaufen. Das war doch eine schöne, angenehme Mission hier. Nicht so schwer. Schön, äh, szenische Route. Und danke, El Volko, für dein Prime. Du schaltest ein in einem tollen Moment. Gleich geht's nämlich zum Turm. Es gibt immer einen Turm. Und es gibt immer einen Mann, der davor steht und auf mich wartet. In diesem Fall ist das der Professor Fik-ge-ge-ge-ge-ge, der mit mir, äh, eine weitere wichtige Mission versucht zu lösen. Aber nur ich bin das auserwählte Kind. Und das ärgert ihn bestimmt auch. Aber er nimmt es hin, denn er will die Belohnung haben. Ich bin ja ein Fan der Reihe, großer Fan auch aber ich weiß natürlich es gibt noch so viele größere Fans und Leute die das super feiern, sich in dieser Welt endlich mal umgucken zu können und das ist ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für solche Leute ist, die wirklich so also die halt jetzt Quidditch in echt nachspielen oder die sich wirklich dann zu Cosplay Events dann anziehen, wie einer aus dem Haus Gryffindor oder so ich glaube für die ist das einfach, da geht wirklich ein Traum in Erfüllung oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, wie die das Spiel einfach so spielen, ohne da völlig drin aufzugehen weil du ja wirklich einfach alles hast aus der Quidditch ja der Besen muss warten, wir machen jetzt erst noch mal diese Aufgabe, mit dem Geld kaufen wir eventuell den Besen, wobei 600 ist schon echt viel, das kriege ich nicht so schnell aber der Besen kommt als nächstes oh, jetzt sind aber gerade noch mal einige dazu gekommen, danke NJ Smeko und Lajelot und Kateyagi diese ganzen Namen irgendwann müssen die sich doch mal doppeln scheinbar nicht Grafik Grafik eine 6 von 10 also mein Herr jetzt schauen sie vielleicht im falschen Moment, schauen sie gerade auf die falsche Szene, aber das ist doch keine 6 von 10 wo haben sie denn Grafik gelernt das ist doch also ich meine jetzt mal ernsthaft das ist doch voll schön oder bin ich da einfach mittlerweile doof ich weiß es nicht also ich finde es ist sehr schön es ist jetzt vielleicht wegen dem Nebel und der Lichtstimmung dass es dir irgendwie nicht gefällt aber das ist schon ganz schön gut oh danke auch Honey 510 Honey See you sehr generisch und detailarm also ich glaube da haben wir jetzt gerade unterschiedliche Wahrnehmungen weil es aber auch daran liegt dass wir jetzt hier in einem Gebiet rumlaufen das natürlich viele aus anderen Spielen kennen so Wälder, Gebirge irgendwie eine Bahn aber spätestens wenn du Hogwarts siehst kann man eigentlich nicht mehr davon sprechen dass das detailarm ist ich meine was willst du hier machen du kannst ja jetzt auch nicht auf jedem dritten Grashalm irgendwie noch einen Wurm platzieren damit es irgendwie noch detaillierter ist du kannst jetzt hier ja weiß nicht hier könnte man jetzt sagen gut die Texturen hier sind wirklich ein bisschen arm das stimmt das fällt aber offengesagt gar nicht auf aber ja jetzt wenn ich es mir angucke stimmt das da kann man sicher auch noch was machen aber ich habe jetzt qualitativ nicht mehr rumgestellt kommt das auf YouTube? natürlich danke auch an die Tasten und Balerion ihr beide seid auch gerade nochmal rein abonniert ja es ist jetzt halt wirklich nicht die schönste Ecke diese Bahngleise hier aber ich wehre mich gegen die Behauptung dass das Spiel eine 6 von 10 ist also jeder hat seine eigene Meinung aber ich finde dann habe ich das Spiel euch nicht gut genug gezeigt wenn das das Fazit ist dann müssen wir uns nochmal jetzt den Turm angucken und dann seht ihr nochmal ein paar andere Sachen oh der Mantel buggt ja stimmt das ist aber extra so es ist ein Zauberermantel der geht ineinander es ist kein Bug es ist ein Zauberermantel oh das ist so ein Merlin Ding okay erstmal muss ich die aktivieren aber das ist auch gut zu wissen da ist noch einer hm das könnte man sogar als erstes mal machen und was machst du? ach es auch? es freut mich dass Arn seine Sachen wieder hat Renrock und seine Anhänger werden so etwas nicht nochmal probieren ah dem habe ich nämlich seine Waren wieder besorgt seinem Freund gab es am Anfang vom Stream ein politisches Statement nein gab es nicht braucht das jedes Spiel ein politisches Statement sind wir schon so weit? ich erkunde nur etwas die Umgebung ja es ist gut ab und zu etwas zu unternehmen auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt Leopold Babcock der Name und ja ich verkaufe Waren nun für eine wanderlustige Person wie sie ist es natürlich ungemein wichtig immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen na was sagen sie? eine kleine Sicherheitsmaßnahme für ihren weiteren Weg? ich denke drüber nach vielen Dank für die Hilfe Mr. Babcock gut sagen sie Bescheid wenn sie etwas finden diese Namen was verkaufen sie hier? ich will mal gucken ob der bessere Preise hat oder wenigstens eine andere Auswahl vielleicht finden sie etwas das sie brauchen ah ok ja nett ok hier genau das ist doch mal interessant ich habe die Kohle nicht aber hier kriege ich also eine Alraune und ja die habe ich schon chinesischer Kaukohl habe ich ein paar schon Venemosa Tentacula schießt Säure auf nahe Gegner ne nicht die Brille es war mir ein Vergnügen ok jetzt will ich gerade nochmal weil jemand meinte hier gäbe es ein Goodie was ich verpasst hätte kann das sein? ich suche ja eigentlich gerade hier diese ähm Merlin Aufgaben also da da ist zum Beispiel der wir machen das mal schnell das dauert überhaupt nicht lang wenn ich jetzt noch was von dem Kraut habe machen wir das schnell weil die sind wichtig diese Aufgaben die bringen unter anderem Inventory Plätze so und ich weiß ja eigentlich auch schon wie es geht es ist jetzt auch nicht so schwer shit ok ich brauche noch mehr ne das hat nicht gereicht da ist einer da ist einer äh wir suchen den Rest mal man hat dann so ungefähr 10 Sekunden Zeit ja das sind diese Ruggler Momente immer wenn irgendwas Unerwartetes nachgeladen wird hm ok also vielleicht suche ich auch falsch aber hier sind keine von den von diesen längeren ähm moosüberwachsenen Säulen aber ich brauche mehr als zwei hier sieht man es ganz gut dass es am Anfang ruckelt und sich dann komischerweise wieder einfindet nein ich schwöre ich werde ihre Zeit nicht verschwinden sicher noch gelöst irgendwann glaub ich könnte ich mir vorstellen was Privé wo kommt genau wo kommt das denn ach so damit ich mir das hier einmal angucke dieser Bahnhof steht seit Anfang des 19. Jahrhunderts hier als die Zauberministerin äh Ottaline Gambol eine Dampflokomotive erwarb um Schüler nach Hogwarts zu befördern der Bahnhof entstand in Hogsmeade praktisch über Nacht kurz nach der Ankunft des Zug kurz nach der Ankunft des Zuges bei der Operation wurden viele Vergessenszauber auf Muggelarbeiter angewandt ach die haben die Scheiße gearbeitet die haben für euch gearbeitet die habt ihr einfach als ja als unbezahlte Arbeiter benutzt und der größte Massentarnungszauber der je in Großbritannien durchgeführt wurde moralisch generell fragwürdig diese Zauberei Ministerien mhm dann wahrscheinlich mehr im Wald klingt jetzt als wäre es eine müßige Arbeit aber eigentlich sind diese Rätsel ganz cool da ist auch noch einer man muss halt nur einmal suchen wo die sind und dann kommen die auch erst glaube ich ach der steht sogar nur unten ja ok klar ich probiere mal vielleicht sind ja drei schon ausreichend aber wahrscheinlich muss ich auf die Höhe der Töpfe anpassen damit wäre das erledigt ok hat doch gereicht hat man erwartet irgendwie dass man noch was kriegt wenn man da reingeht aber ich hab ja schon alles bekommen so weiter geht die eigentliche Mission schön dass wir kurz die Zeit uns genommen haben so müsst ihr das machen Kinder einfach über die Gleise springen lasst euch den Eltern nichts erzählen was wissen die schon unmöglich da nicht kurz anzuhalten inne zu halten und zu kraulen was die Finger hergeben so lang bis die Katze einen attackiert und man weiß ok genug gekrault für heute Zeit für ne Pause manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade ist so geil weil er ist halt genau zwei Tage oder so da und er tut schon als wäre er so ein ganz alteingesessener Bewohner das sind aber auch immer so geile Katzen das sind so Siam Katzen oder so ne die haben so diese komischen also die sind das sind keine normalen langweiligen Hauskatzen das sind schon besondere Katzen Kratzkatzen Zauberstäbe Zauberstäbe aus verschiedenen Hölzern und mit allerlei Flexibilität jeder mit einem von drei magischen Kernen suchen sich ihre Besitzer in diesem gemütlichen unübersichtlichen Lagen aus Laden aus der von dem freundlichen und sachkundigen Gerbold Ollivander geführt wird die Familie Ollivander ist seit 382 vor Christus als Zauberstabmacher tätig und gilt als die beste Großbritanniens wenn nicht sogar der Welt so wie jede Pizzeria für sich selbst auch das Recht rausholt zu sagen beste Pizza der Welt ist das bei Ollivander auch nicht anders was macht der schon der verkauft kleine Holzstäbe an dumme Kinder die keine Ahnung haben was sie da eigentlich kaufen als ob die wissen als ob die das beurteilen können ok den hier haben wir ja schon mal gelöst das war der genau ah leider finde ich jetzt ne ich finde das jetzt nicht mehr aber ich habe das schon gesehen da müsste ich halt hin und dann könnte ich den Schmetterling sozusagen hier unten finden und das würde dann dieses Rätsel lösen aber da habe ich jetzt keine Zeit ich höre ja gleich auf danke Yeti Mann 5 5 5 ist trümpf das ist ja lustig er macht so diese ne er kennt das ne wenn Leute an der Straße stehen und mit so einem Schild so akrobatische Aktionen machen wo man sich immer denkt warum kann er mit diesem Talent nicht mehr machen und hier haben sie dasselbe nur dass der arme Kerl 8 Jahre in der Zaubererschule damit irgendwie verbracht hat damit er dann hier jetzt das dumme Schild die ganze Zeit und alle so naja es bewegt sich halt brauche es wirklich eine Person die dieses Schild hin und her wackelt oder könnte man nicht auch dieses Schild verzaubern da sind wir beim Automatismus und Maschinen von heute dass dieses Schild einfach von alleine spektakulär rumwackelt ich meine hier ist jeder Magier das ist doch nichts besonderes was der da macht danke Cloud Xentro ich habe die Tränke Fatima Lawong gebracht sehr gut und hat sie ihn Ärger bereitet kein Problem ich habe mich darum gekümmert ich bin ja ein bisschen auf ihrer Seite vielen Dank nochmal für ihre Hilfe komm ich brauch die Kohle ja ist mir doch egal das ist so einfach merkt euch das für euer Leben Leute einfach am Ende nochmal erzählen wie beharrlich schwer der Weg war wie viele Leute ihr auf dem Weg ich wollte gerade sagen umgerempelt habt aber das geht gar nicht und dann kriegt ihr vielleicht nochmal extra Kohle es ist ja ganz einfach ihr müsst nur lügen so jetzt machen wir aber die einzige wirklich wichtige Mission die hier und die ist aber weit weg da muss man eigentlich viel laufen ja aber ist okay ich laufe ich laufe dahin ich laufe dahin aber ich hole schnell noch eine Herausforderung ab Amphibienschutz weil ich dieses einen Frosch erledigt habe ne ok kurz die Ausrüstung ändern ich habe nämlich auch noch die Brille die ich nicht benutze die bringt aber auch nochmal Schutz Alter geht es noch hässlicher ich weiß es offen gesagt nicht aber an sich eine coole Sonnenbrille weil die auch von der Seite das Auge schützt aber dafür sieht man halt aus wie ein Depp und wird verprügelt in der Schule muss man abwiegen und hier wird man zurecht verprügelt mit dieser Brille muss ich ganz ehrlich sagen da würde ich auch einmal reintreten ist die so eine gute Tür muss man einfach eintreten hatten wir hatten wir hatten wir hatten wir ok ich weiß immer noch nicht wie man die Verzauberung so aufhebt dass der einfach trotzdem normal aussieht jetzt sieht er halt aus wie der Ultraschmock aber es ist wirklich ok ich kann damit leben so ein langer Weg steht uns bevor schon sind wir durch das Hogsmeade Tor ja noch nicht ganz aber gleich gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade wie der aussieht also warte im Moment ich kann das Erscheinungsbild von jedem Gegenstand ändern mit der X-Taste das machen wir schnell nochmal das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht bisher ah ok ich verstehe ja aber warum dann überhaupt Klamotten kann man doch durchaus fragen eigentlich ne das ist schon ein bisschen komisch hier so Fahrraddinger so Nanotechnologie Handschuhe Edelsachen na ne mit denen ok so den will ich weg haben der sieht einfach dumm aus sorry ähm die Brille das ist mit das hässlichste was ich je gesehen habe kann ich da eine andere Maske für draus machen ne ach Gott ach Gott ach Gott eyes wide shut wenn du sowas siehst hier ähm ne ok das haben wir soweit Umhänger Mantel ich mag den Umhang offengesagt auch nicht irgendwie das sind interessante Mantel ich mag auch dass sie so unterschiedlich sind dass das nicht einfach nur dass der hier so ein bisschen so zeremoniell wirkt so ein bisschen wie das was Dumbledore haben würde auch mit diesen kleinen Hieroglyphen äh oder den Zeichnungen drauf das finde ich sehr schön das ist halt eher ein günstiger oh ne ist ein königlicher Umhang ok äh und das hier ist auf jeden Fall ein edler Langmantel und was das ach das ist ja geil kann ich original in so einer Rüstung spinnenschlechter Rüstung das ist schon ein cooler Mantel oder bisschen cool ist schon Cape ne komm nehmen wir den Mantel ok ähm jetzt müssen wir nur noch schnell die Kopfbekleidung muss ganz weg ähm oder haben wir noch irgendwas besseres mir fällt nichts ein ne alles nur hässlicher Shit alter ich meine es sind Zauberer insofern sind diese Hüte jetzt auch nicht besonders schlimm aber ich meine alter nix davon ist hübsch ne dann lieber die Standardfrisur komm bringt doch nix ähm so wir haben noch eine Sache die geändert werden muss und zwar das Outfit Edward mit den Scherenhänden oh ja ähm Tanz der Vampire machen wir das geil danke für den Tipp jetzt sehe ich doch gleich besser aus das sieht schon bedrohlicher aus finde ich oh man ist das hier die Geschichte wo ich das Bild eben aus dem ihr wisst schon was ich meine das Bild aus dem Spiegel der einem ein Bild zeigt da gibt es genau da gibt es nämlich genau sowas so eine kleine ein kleines ich glaube das ist es das Törchen hier müsste also eigentlich irgendwo vielleicht der Schmetterling zu finden sein na lass das kurz mal machen kann aber auch noch ein anderes Törchen sein aber das hier sieht richtig aus ne zumindest so im Moment scheint sich hier nichts zu zeigen ne bring mir ein Dutzend Menschen zum kämpfen die erledige ich alle Menschen laufen immer weg wenn sie mich sehen so ein Schwert habe ich doch nie gesehen Petrifikus Totalus abkriegst und dann landest du mit Nase und Mund in so einer Pfütze jetzt mal ernsthaft die fallen irgendwie immer auf die Schnauze nach vorne keiner kümmert sich drum da frage ich mich manchmal kann da nicht trotzdem was passieren kann der nicht an seiner eigenen irgendwie Zunge ersticken oder so während er da geil Ha! Zweifellos schon lange verlassen. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin, ne? Aber plötzlich ergibt sich hier irgendwie ein Abenteuer. Und ich lasse kein Abenteuer an mir vorbei. Rebellion. Achio. Ne. Da hoch. Oh, hier. Ach, ist nur ein Sack. Ne. Wir probieren's mal hiermit. Intendium. Achio. Idiose. Keine Ahnung wofür. Hätten wir jetzt das HOD an, würden wir natürlich erkennen, was sich hier jetzt... ...getan hat, was wir dadurch bekommen haben, aber... Okay, da unten ist irgendwas krasses. Wie kommen wir da runter? Oh, da ist ja noch was. Ich mein, man könnte dieses Seil natürlich abbrennen, ne? Ja. Punkt. Oh. 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 Das war gar nicht so schwer. Okay, jetzt habe ich also die Kapazität meiner alten Magie erhöht. Das ist nämlich echt wichtig, weil ich bin ja der Einzige, der das kann. Und dadurch ist das natürlich eine Waffe, die ich sehr häufig einsetze. Immer, wenn ich kann. Man hat sie aber auch nicht die ganze Zeit zur Verfügung. Kann ich das nicht einfach hochheben? Genau. Irgendwie so... Ne. Levioso nicht? Ah. Also jetzt erzähl mir doch nochmal, während ich hier einmal rüberschwenke, dass das nicht ein schönes Spiel ist. Sechs von zehn, das will ich so nicht gelten lassen. Also, du musst mindestens sieben machen. Acht wäre meine Entscheidung. Und eigentlich, wenn man Art Design und Lichtstimmung noch dazu nimmt und Harry Potter-eske Realitätsabgleichungen, also wie sehr ist es Harry Potter, dann ist es noch mehr, würde ich sogar sagen. Aber ich will auch nicht sagen, dass du kein Recht auf deine eigene Meinung hast. Ich sage nur, dass es irgendwie mir schwerfällt, von sechs von zehn mir das noch hochzudenken, wie das dann bei zehn von zehn aussehen würde. Meinst du, das ist auch was für Nicht-Harry-Potter-Fans? Ja, würde ich sagen. Es ist ein sehr solides, echt schönes Open-World-Zauberei-RPG. Er hat gar nichts mitgekriegt. Der arme Kerl wollte eigentlich nur Hallo sagen und mir einen Tee anbieten. Aber alle Goblins hier sind, die meisten sind hinterhältig scheinbar. Also sie alle wollen kämpfen, sie alle belagern die Transportrouten und die Handelsrouten und sie alle gehen den normalen Zauberern auf den Sack. So, also schön ist jetzt aber, jetzt habe ich auch so eine Duelleistung erreicht, die ich brauche, um die Aufgaben meiner Lehrer zu vervollständigen. Das ist immer gut. Und man lernt auch die ganze Zeit neue Zauber dazu. Es ist wirklich schön gemacht. Oder rechts sieht auch irgendwas interessant aus, ne? Wo das grüne Gewusel ist. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Ich geh mal kurz pinkeln und lass das laufen. Ich muss einfach kurz pinkeln. Aber ich bin in zwei Minuten wieder da. Viel Spaß mit Stuhl. Du passt auf dir auf, ne? Du passt schön auf dir auf. Das könnte auch nur dies. Ja. Jetzt würde ich mir eine Gold investments. Du? 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 Das könnte für ein neues Instrument reichen, wenn die Dinge weiter so gut laufen. Jetzt könnte ich mir eine neue Verzauberung leisten. Ich werde auf Tour gehen. Das könnte reichen. Das könnte für ein neues Instrument reichen. Das könnte auch so leben. Das könnte für ein neues Instrument reichen. Das könnte für ein neues Instrument reichen. Da-da-da-da! Da-da-da-da-da! Kann ich gar nicht interagieren? Oh, hör doch auf, mir so ein schlechtes Gewissen zu machen. Mit eurem Drama. Och Mann, jetzt soll ich auch noch der Oma hier helfen. Aber wir kennen uns noch nicht. Ich bin Dorothys Prottle. Ich sorge mich nur um Claire Beaumonts Bruder Bardolph, denn er ist verschwunden. Er wurde im Wald gesehen, wie er schwarze Magie praktizierte. Ich selbst sah ihn in der Nähe einiger Ruinen mit Rockwoods Leuten. Ich fürchte, er hat Ärger mit den Erschwinderinnen, vor allem wenn er Versprechen machte, die er nicht halten konnte. Ich würde selbst bei der Suche helfen, aber niemand will riskieren, auf Renrocks Anhänger zu treffen. Sie scheinen überall zu sein. Ich kann gern nach ihm suchen. Jede Hilfe ist gern gesehen. Sie könnten zuerst mit Claire sprechen. Vielleicht weiß sie etwas, das ich nicht weiß. Bardolph wurde zuletzt im Wald gesehen und trug dabei einen ganz bestimmten Wollpullover. Einen, den Claire selbst gestrickt hat. Claire wird in ihrem Laden sein, wenn sie mit dir reden wollen. Na gut, das machen wir jetzt aber auch nur, weil es wirklich gerade auf dem Weg ist. In welchem Laden? Wo ist denn der Laden? Ist das hier der Laden? Bist du Claire? Ja. Ich konnte nicht, um hinzuzuhören. Erwähnten Sie Renrocks Anhänger? Ja. Ich hätte nie gedacht, dass sie so blutig vorgehen. Ich bin übrigens Claire Beaumont. Sehr erfreut. Renrock und seine Anhänger haben hier ein Lager aufgeschlagen. Ohne Rücksicht auf unser geliebtes Dorf und unsere Existenz. Einfach skrupellos. Mein Bruder Bardolph wagte es, sich gegen sie aufzulehnen und landete dafür im St. Mungo. Ich weiß einfach nicht weiter. Ich kenne Renrocks Anhänger leider sehr gut. Vielleicht kann ich etwas tun. So sehr ich sie auch loswerden möchte, will ich nicht, dass sie verletzt werden. Achso ich. Weil die werden definitiv verletzt. Sie versuchen das schon einem so aufzudrücken, dass man auf jeden Fall auch versteht, dass die ein echtes Problem sind. Ich sehe mich besser vor. Nee, jetzt gehen wir aber die Hauptmission. Das machen wir alles später. Das ist nur für später. Ich habe die Mission mir nur mal getaggt, damit ich sie habe. Wir wollen jetzt endlich zu dem Turm. So, diese goldene Fahrt. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Der ist natürlich recht subtil. Ich kann aber auch ohne ihn. Aber in diesem Fall, ähm, ja, war ich mich, kenne ich mich ja nirgendwo aus. Deswegen habe ich den jetzt aktiviert. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ist auf jeden Fall schöner als Map und HOD aufzuhaben noch. Kamst du gut durch die Spinnen? Ähm, ich fand sie schon ziemlich eklig. Aber sie sind zum Glück nicht ganz so spinnig. Sie sind so, halt so Sci-fi, nee, nicht Sci-fi, Fantasy-Spinnen. Und dadurch geht's noch. Da finde ich die Spinnen in, ähm, in den Filmen deutlich schlimmer. Die sehen mehr aus wie Spinnen. Ja, ich bin eigentlich schon Fan von Sidequests. Aber wir haben jetzt schon einige Sidequests auch gemacht. Und haben insgesamt, oh ja. Halt auch schon viel... Wie ihr wisstest, das ist beinahe zu alt. Äh, äh... Potetius, hast du vor. Negliose, Archeo, Incentium. Incentium. Oh, zu gut. Ich muss kurz mal meine Zauber an das, äh, Dingsen. Ah, okay, Expelliarmus, das. Den will ich nicht mal ausprobieren. Und Feuer, aber eigentlich ist der Expelliarmus schon sehr wichtig, ne? Expelliarmus. Dann. Genau. Ah, ich dachte, ich kann ihm jetzt so'n Zauber aus nächster Nähe. Aber, ne. Expelliarmus. Expelliarmus. Achier. Konfekt. Lebiose. So, leider hab ich jetzt keine alte Magie bekommen, als, ähm, als Fähigkeit hier. Ich kann die normalerweise verwenden. Dann könnte ich das jetzt hier die Duelleistung erbringen, aber, ne. Hier ist halt auch nirgendwo was zum Werfen. Na gut, egal. Ich will dein Fell, du Sau. Habe ich ihn direkt entkleidet, oder was? Ich hab's auf jeden Fall schon eingesammelt. Ein sehr interessantes Gebiet hier gerade. Okay, da lang, also. Okay, da lang, also. Danke, Bad Wolf. Die sahen auch schon mal besser aus. Ich was. Ich bin's. Okay, geil. Oh, danke. Feliek. Feliek 92. Du bist jetzt auch erst vier Monate da. Und dank deinem Abo haben wir sie hochgeschafft. Das war ein langer Marsch. So, der Turm. Hier drüben. Ich finde es sehr schön, dass die nicht so ein Zeitenmodell haben, wo man zu einer bestimmten Zeit dann da sein muss, sondern dass es dann automatisch zu der Zeit wechselt. Wir sind nicht allein. Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl, hier entlang. Und? Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Kommt mir vor, als wären es schon Stunden. Nein. Den. Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Hier hätte ich gern so ein lustiges Klimpern, das Geräusch irgendwie verwendet. Das wäre lustig gewesen, wenn die so wie Porzellan zerbrechen. Hä? Ich dachte schon gerade. Es war wohl nur der Wind. Schmart sind sie nicht, ne? Weg mit ihm. Ach, der macht das schon. Oh, da ist ja doch noch einer. Also das Kämpfen überrascht mich am meisten, weil ich nicht erwartet hätte, dass das Bock macht, weil das irgendwie für mich nicht gut genug aussah in den Trailern und Szenen, die man gesehen hat. Aber, das ist super nice, das macht voll Bock, man switcht da so ganz fluffig durch und kann halt irgendwie eine Menge Kram machen, der sich auch wunderbar zusammenpasst. Also dieses, ne? In die Luft heben, zu sich holen, mit einem Explosiven wieder wegschießen und so. Oh, der ist wichtig, der hat eine Baskenmütze auf. Ich werde looten. Das ist das Einzige, was sicher ist. Okay, okay. Oh, jetzt muss ich ja auch eigentlich die anderen Tränke mal nutzen, ne? Weil, die muss ich ja nutzen, damit ich, ähm, meine Schulanforderungen erfülle. Alter, den Typ hat's aber weggezwirbelt. Ah, das hat nichts gemacht. Oh, Moment. Hier muss ich kurz mal gucken, ähm, das will ich dann nach unten. Und, was ist das nochmal? Bestellungszauber, Verwandlung, ähm, und der andere, äh, Mondstein. Achso, ne, das hatten wir schon. Ich, ja, ne, das war's jetzt leider von den neuen Sachen. Ne, eigentlich ist's doch schon besser. Hm, und jetzt muss ich kurz nochmal gucken bei den Tränken, dass ich die anderen mal benutze. Oh, ich hab eigentlich... nach unten gedrückt, aber... irgendwie hat's nicht funktioniert. Lass mich grad mal gucken, hab ich den jetzt... Ja, ne, den nicht, ähm... Donnergebräu, Fokus, Maxima, Ederus. Verteidigung, okay. Ich muss ihn noch mit LB trinken. Vielleicht sind die ja auch irgendwie beeinflusst. Vielleicht sind die ja unter, unter bösem Einfluss oder so. Weil eigentlich ist ja später auch alles wieder okay, ne. Die Kobolde sind ja weiterhin in Gringotts und... Klar, vielleicht ist das in der Historie dann irgendwann wichtig. Ich glaube nicht, dass die Kobolde von den Prüfungen wissen. Aber sie wissen, dass dieser Ort besonders ist. Also man fragt sich, wie das historisch zum Rest passt. Aber das wird schon irgendwie zusammenpassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist hier irgendwas versteckt? Nope. Okay. Okay. Das dürfte der Eingang sein. Sie ist verschlossen. Okay. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt. Ja, es gibt auch diverse Entriegelungszauber für die ganzen verschiedenen... Die ganzen Schlösser gibt es einige, kann man aber auch eben nach und nach alle eröffnen. Ja, die sehen halt alle gleich aus, ne? Die, äh, Zauberer. Langer Bart, Alt, Hut und Mantel. Könnte einfach jeder einzelne Dödel von Hogwarts sein. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Willkommen in Sandbarkars Turm. Ah, Percy. Danke, der Baron. Sagten Sie Sandbarkars Turm? Ja, Professor Bacar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich, aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Das Kobolde von meinem Gewöllbewussten ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt. Wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fick Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren, auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Wie findest du das Spiel bis jetzt? Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Ich find's toll, überraschend gut und je mehr ich spiele, desto mehr werde ich Teil dieser Welt, was ein gutes Zeichen ist. Ich verstehe, wie die Welt funktioniert. Ich verstehe eigentlich im Moment alles. Trinkt ihr jetzt einfach tausend Jahre alten Tee? Das verstehe ich nicht. Aber ansonsten verstehe ich vieles und ich fühle mich hier doch sehr wohl aufgehoben. Es ist sehr holzhaft, das Ganze. Ich verstehe, wie die Welt in der Nähe des Eingangs. Ja, haha. So, das war's mit den Schulaufgaben. Gemacht. So läuft das bei Behörden. Da guckt euch das an. Der eine Bücherwurm ist noch da. Okay, komm. Ja, gut. Ich mag das jetzt mal, um mal kurz einen Punkt nochmal bei diesem Schusswechsel zu machen. Ich mag, dass das so aus der Hüfte kommt, so. So. Und die Bewegung, die Bewegung des Charakters hat so ein bisschen Schmackes. Und dadurch, dass es noch leicht vibriert und dass dieses, die Einschläge und die Partikeleffekte und das alles so eigentlich ziemlich, ähm, ziemlich schnell passieren und Wucht haben, äh, ist das wirklich toll. Also, ich kann's gar nicht genug loben, weil ich da null mit gerechnet hätte. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Dieses Zeichen haben wir jetzt auch schon mehrfach an Türen gesehen, ohne genau zu wissen, wofür es ist. Das kannst du nie heizen. Das kriegst du nie warm im Winter. Das ist doch mal. Ja, ich weiß auch. Naja, da ist jetzt halt eine Brücke, aber nur in der einen Welt. Ah, okay, sie ist jetzt auch hier. Okay, das ist ganz geil. Eine Brücke, also ein Tor, das zur Brücke wird und gleichzeitig ein Stock nach unten. Interessant. Eine Treppe hätte es auch getan, aber Zauberer sind Poser. Wenn wir eines wissen, dann dass Zauberer die ultra schlimmsten aller Poser sind, die mit allem angeben. Und dann so tun, als wäre es nix. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Also wenn der nicht irgendwann kommt. Danke, Move by Wire. 230, 219, 20, 19. Was lese ich da? Shit. Jetzt wird gekämpft. Ich will gerade nochmal gucken, welche, was kann ich denn gleich noch. Das können wir gleich mal ausprobieren, ja. Ähm, anlegen, loslassen, okay. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Oh nein, nicht Lumos. Der eine Scheiß, den du jetzt nicht brauchst. Äh, oh ne, oh ne, oh ne, Achtung. Y. Ne, hat sich zum Glück erledigt. Durch die Pause. Interessant, dass man das so kann. Ich muss ja mit digital rechts, muss ich hier alles kurz erstmal einstellen. Also das Explosive nach oben. Expelliarmus ist wichtig, damit er das Ding wegkriegt. Ähm. Eventuell könnte ich das mit der Feder lassen. Ja. Ich wollte seine Waffe, nicht die von dem anderen Typen. Ja, so. Und die eigene Waffe noch. Au, das wird geil. Als nächstes werde ich die eigene Waffe gegen ihn einsetzen. So. Na, ich komm gar nicht dazu. Also ich hab doch die Waffe eingesetzt, aber auf ne andere Art, als es geplant war. Hier, bei dir machen wir das jetzt mal. Geil. Ja. Es ist toll. Was wäre ich gerne ein Zauberer? Ich würde mit der Macht so gut umgehen. Ich würde nur jeden zweiten oder dritten, der mir auf den Sack geht, umbringen. Die anderen würde ich vielleicht, keine Ahnung, die würde ich arm zaubern. Aber ich würde nicht jeden umbringen. Ich schwör's euch. Ich wäre so ein guter Zauberer. Ich würde die Welt besser machen. Vertraut mir doch einfach. Gib mir die verdammte Macht. Wie komm ich da hin? Da will ich hin. Wer würde als erstes sterben? Nix so. Guck mal in den Spiegel. Sicher denkst du irgendwas, was mir nicht gefällt. Du hast sicher schon mal irgendwas gedacht, was ich nicht gut fand. So, jetzt habe ich natürlich hier die Möglichkeit, auch da rüber zu kommen. Also ich will ja eigentlich das Ding bewegen, ne. Ist ja klar. Und zwar dahin. Aber es geht nicht, weil das hier so festhinkt. Ah, vielleicht muss ich es nochmal anders machen. Also, ähm, die helfen einem schon viel. Aber ich habe natürlich alles schon verstanden eigentlich. Also ich meine, ich will nur einfach den Extrakram haben. Ah, nix mehr. Okay. So, dann gucken wir doch mal, was hier noch ist. Ähm. Ist das hier unten relevant? Sieht geil aus, aber... Könnte auch einfach nur ein sehr teurer Fußboden sein. Wenn ich durch den Torbogen trete. Interessant. Ja, das ist durchaus interessant. Aber jetzt bin ich ja einmal durchgetreten. Also kann man ja jetzt nochmal gucken, ob sich hier irgendwas verändert hat, ne. Und hier hört die Bubble auf, nehm ich an. Ah, hier ist dieser Torbogen. Ah, hier geht es aber nicht weiter. Okay. 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 Okay, da hat sich jetzt auf jeden Fall was verändert, oder? Okay. Okay. Vorbogentrete ist er versperrt. Nee. Ja, aber ich kann doch von der anderen Seite über den Torbogen kommen. Eigentlich. Also halt hier so rum und dann wieder hier hin und dann aber hier ist nirgendwo was zum Festkrallen. Also ich kann mich quasi nicht auf diese Seite transportieren mit der Plattform. Also eigentlich zeigt er uns doch Ah, nee, okay. Das ist schon eine andere Seite. Aber hier ist die Kiste von eben, oder? Ja, genau. Das ist nicht das, was ich suche. Ich würde halt gerne von hinten durch diese Geschichte. Es sei denn, die haben einen anderen Torbogen. Aber jetzt ist ja auch diese Geschichte hier weg. Okay, dann vielleicht so. Okay. Ja, doch geht. Aber da ist jetzt nix. Okay. Nee, also gehe ich hier weiter. Alles nochmal. Also, experimentieren wir uns okay. Explosiv ist gut. Feuer ist irgendwie bei denen nicht so gut. Wurde ich es mal so. Bringt auch nix, ne? Einfach zu schwer. Okay, schnell nochmal. Schnell nochmal die anderen Sachen trinken. Die soll ich ja im Kampf ausprobieren. Also kann da ja eigentlich nur alles richtig dabei sein. Okay. 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 Scheiße. Ich bekomme hier nichts geschenkt. So, jetzt werde ich nochmal kurz den Edos-Trank anlegen. Den brauche ich später. Nein, der hat nix. Der kann gar nix mehr. Okay. Bringt gar nix, ne? Ich kann mich da nicht mal irgendwo hin transportieren. Vielleicht später. Okay, da ist gar nix, ne? Okay. Ah. Ah. Moment. Ja, da ist ja eins jetzt. Ah. 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 Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Ja, ja, klar. Na. Okay. Sag mal, bist du blind? Etwas muss jetzt anders sein. Alles ist anders. Ah. Oh, vielleicht. Ah. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich es verstanden. Das war noch nicht das Ende. Danke, Yves, Rio, for fire. Heute seid ihr abotechnisch wirklich on fire. Ich komme gar nicht hinterher. Danke, danke. Okay, kann ich jetzt immer noch durch das Tor neu? Ja, ne? So, jetzt ist das Ding hier. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Die Frage ist doch, warum checkst du das nicht, was ich hier mache? Alles ist anders dieses Mal. Genau so. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Es ist ganz schön gut gemacht. Man fühlt sich wirklich die ganze Zeit wie in einer Welt der Magier. Hier ist alles magisch. Alles. Jeder kleine Scheiß. Ich bin hier. Das war's für heute. Leider krieg ich keine gelben Attacken. Die müsste ich jetzt eigentlich, wie man rechts sieht, wirke Stupor. Das geht eigentlich, sobald ich eine Attacke abgewehrt habe oder ja doch abgewehrt, dann macht er als Alternativangriff, wenn ich gedrückt halte, Stupor. Jetzt gleich komme ich wahrscheinlich dazu. Genau, da haben wir es ja. Der Arme kriegt's ab, ne? Alle anderen hauen auf mich ein und er kriegt die Stupors ab. Ach, diese Steinstatuen kann man so schön... Ach, diese Steinstatuen kann man so schön... ...mitleidsfrei zerstören. Das ist gut gemacht. Nee. Komm, reparieren muss halt wieder. Irgendwie trau ich dem nicht. Geil sind auch seine Augen gerade. Irgendwas ist da weird. Ähm, es hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Scheiße. Jetzt ist es für immer kaputt, ob man mich dafür belangen kann. Ich... Ja, okay, es hat einfach nicht... Es soll einfach nicht sein. Gut. Lumos. Revelyon. Ich schätze, ich suche noch Spuren alter Magie. Aber wo? Ach hier! Ah, okay, der geht hier nicht durch, ne? Aber vielleicht so an der Seite vorbei? Ja, das wäre ganz geil, ne? Wenn das gehen würde. Ja, du sollst dich mal runter zu mir begeben. Oh, seht ihr, es geht. Scheiße, irgendwie das Ding hier so durch. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Und dass ich jetzt auf der anderen Seite bin. Das sieht aber aus wie der Anfang. Das sieht halt echt aus wie der Anfang. Bin ich jetzt wieder am Anfang? Bin ich gerade zurück? Nein. Mein Gott. Hier ist auf jeden Fall eine Endboss-Area. Das gefällt mir gar nicht. Lumos. Nein. Ja, wobei. Schon besser. Nee, lass mal so. Okay. Okay. Ah, seht ihr, da habe ich auf jeden Fall irgendwas, das habe ich quasi erlernt und ich habe gerade vergessen, wie es nochmal geht. gesagt. Das ist definitely, da ist es ein Teil aus. Haben sie jetzt viel treadmill auch unter? Danke. Das hier ist wieder. Und ja, das wäre, da sind ungefähr, die sich, sogar mehr auf jeden Fall sein. Da sind ja. Das wird auf jeden Fall mehrere messy. Denk sausages solange bakerieren, das war. Okay, kurz mal gucken, wo ich hier nochmal, ich hab halt noch nicht so viele Zauber freigeschaltet, deswegen kann ich natürlich jetzt noch nicht die spektakulären Kombinationen machen, aber zumindest sowas hier mach ich halt schon ganz gern mal. Problem ist, dass die einfach zu stark sind, meine ganzen Zauber bringen bei denen nix, nur bei den kleineren. Okay. Genau, ich hab ja noch Tränke, die ich ausprobieren muss, jetzt hab ich sie glaube ich alle einmal. Oh, die kann ich auch mal wieder mehr benutzen, die kleinen Wesen. Ähm, also ich hab jetzt alle Tränke einmal benutzt, im Kampf auch. Ich frag mich nur gerade, oh, da rechts seht ihr, da gibt's noch mehr Sachen. Den Greif und ein Reittier und ein Besen. Vielleicht sind es drei verschiedene Flugtiere. Mehr als Kohlköpfe hast du nicht verdient. Oh. Hätte ich mir die Kohlköpfe lieber mal aufgehoben. Das war krass. Der hat ja gar keine Waffe, die ich ihm wegnehmen kann. Nix kann ich machen, nur das. Okay, dann muss ich mich mal mit meiner Taktik um... umswitchen. Feuer und was ist das nochmal? Nee, das bringt gar nix, leider. Bringt nix, bringt nix, bringt nix. Keine wirklichen Angriffszauber. Die beiden bringen bei ihm halt aber nix. Nee. Nee, Moment. Er hat keine Waffe. Na gut. Welche Sphäre eigentlich, während sie sich auflädt? Ah, das ist die Sphäre. Ich verstehe. Okay. Mach die Sphäre. Komm, hast du Ehre? Machst du die Sphäre. Nicht geschafft. Mach. Mach die jetzt. Mach die jetzt. Ich hab gerade angefangen. Ich wollte gerade dir das Ding dahin schießen. Ich muss hier natürlich jetzt erstmal wahrscheinlich die Sphäre zerstören und ihn dann mit alter Magie treffen. Jetzt ging's nicht mehr. Scheiße, doch. Mit dem will ich diese Sphäre treffen. Echt schwer. Die Sphäre geht einfach nicht kaputt. Ich hab gedrückt. Ich hab so viel auf das Ding gefeuert. Schade. Alte Magie. Oh. Puh, okay. Vielleicht muss ich die Sphäre irgendwie anders. Ah, Akio. Ich dachte, ich muss sie zerstören, aber ich muss sie einfach nur auf ihn schießen. Also ich muss sie auf ihn schießen. Okay. Uiuiui. Okay, ich verstehe. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab Y gedrückt. Na, endlich. Da brodelt sie weg, die alte Sau. Na, endlich. Ja. Das kannst du echt laut sagen. Also ich bin froh, dass ich von schwer auf normal runtergestellt hab, weil es, äh, die Kämpfe dauern dann teilweise echt schon zu lange auch. Geil. Noch ein Denkarium. Ah, ich mag diese, diese völlig übertriebenen, mega lunischen Bauten, oder wie das heißt. Mega, tropol, oder mega, mega Bauten. Ja. So, ab ins Denkarium. Da gucken wir mal. Danke, Ifreo. Und danke, Move by Wire. Okay. Na, wie gesagt, Basic One. Ich habe zwar runtergestellt, aber die Kämpfe laufen eigentlich genauso ab auf schwer. Man hat halt nur weniger Energie. Beziehungsweise die anderen sind einfach stärker, haben einfach mehr Energie. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen. Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her, aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen? Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen, Professor Rookwood. Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Hm. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Vielen Dank an Hu Solini. Danke für das Abo. Also das war toll. Megalomanisch ist das Wort, was ich meine. Heißt größenwahnsinnig und trifft eigentlich ganz gut, finde ich, über solche Bauten. Das ist halt bei der Magie, in der Magiewelt kann man sagen, naja, es ist halt einfach ein ganz normaler, es ist ein relativ kleines Zimmerchen. Aber als Mensch wäre das definitiv völlig megalomanisch. Ähm, geil. Und die, die das gebaut haben, habe ich auch gedacht, alter, willst du nicht wenigstens vorher den Bart rasieren? Da sparen wir mindestens drei Tonnen Gestein. Nö, der Bart bleibt dran. Bau die Scheiße. Ähm, okay, wir hauen jetzt ab. Und dann sind wir auch fertig. Wir müssen aber natürlich noch mit Professor Fick reden. Der gibt nämlich deutlich mehr als das auf unsere Erfolge. Ja, und nun? Ihr könnt schon mal gucken, wo ihr heute hinwollt. Nein, ich gucke Nintendo nicht. Ich verrate euch aber, wer guckt. Nämlich unter anderem der Gregor, der Ilias. Und weiß nicht, wer noch dabei ist. Aber auf jeden Fall genug Leute. Noch ein kristallisierter Stein. So, wir gucken kurz noch die letzte Sequenz. Und dann schicke ich euch gerne irgendwo hin. Ihr könnt gerne schon mal sagen, wo. Vielen Dank heute für diese schöne 7-Stunden-Sitzung. Ich habe sogar richtig viele Abonnenten jetzt wiederbekommen. Ey, das war für uns alle ein großer Erfolg. Das ist wirklich toll. Ich hatte schon, glaube ich, seit einem Jahr oder so, hatte ich keine 1.666 Abonnenten mehr. Die Zahl des Teufels. Zufall? Eddie oder Wirth? Ja, könnt ihr euch gleich überlegen? Wen haben wir denn da? Ich bin Schüler in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fick. Professor Charles Rookwood zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Ey, Leute, ihr seid so durch, ey. Philipp beschreibt Professor Fick in seinem besten Film. Auf Schloss Bums klappern die Nüsse. Das ist schlimm, weil ich es mir wirklich gut vorstellen kann. Also, Nils ist da. Ede ist da. Wirth ist da. Das Problem ist, wollt ihr weiter Hogwarts sehen? Ach, Flungenthin ist auch da. Ich habe etwas schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Ich verstehe. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Der Schüler hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Er und sein Mentor, Professor Fick, sind nicht nur vor Sandbarkars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Hm. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn... Halt, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie... Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor die Hexe aus dem letzten Denkarium, Isadora, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hm. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Renrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe eine Idee. Ich habe Sirona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut. Sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Mein Stoff. Ja, Sir. Ach, den leeren Stoff. Bevor Sie gehen. Ja, sagte er, während er ging. Gebe ich Ihnen noch 300 Gold. Gebe ich Ihnen eine Million Gold. Rede ich nicht mehr mit Ihnen. Hä? Ernsthaft? Der geht einfach raus? Sagt, bevor Sie gehen? Ja, und... Achso, der. Entschuldigung. Wusste ich nicht. Auch nicht? Die gucken nur. Wusste ich doch. Professor, sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich werde danach Ausschau halten. Ein paar davon habe ich auch schon gefunden. Oh, jetzt haben wir eine Saison hinter uns. Neue Saison. Also neues Quartal. Ha! Also ein Viertel des Spiels haben wir ungefähr. Denn es ist ja ein Jahr. Plus Finale, nehme ich an. Und das ist ein perfekter Moment. Ein wirklich bester, ausgewählter Moment, um jetzt aufzuhören und dann morgen weiter zu spielen. Morgen habe ich allerdings nur eine kleine Session. Irgendwann morgens, mittags, weil ich um zwei schon wieder nach Hamburg muss. Und dann bin ich erst mal in Hamburg. Ich werde aber auch hier, neun Stunden haben wir, eher zehn, würde ich sagen. Ich glaube, ja, ich glaube, dass wir hier ganz gut vorankommen. Und dann werden wir die nächsten Tage auch in Hamburg spielen. Und vor allen Dingen aber dann am Samstag, wenn ich zurückkomme, bin ich hier mehr oder weniger ganz alleine. Der Hund ist weg. Und das bedeutet, ich kann durchzocken. So wie heute auch. Das wird richtig nice. Da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, morgen und übermorgen gibt es dann halt noch eine Menge zu sehen, zu tun. Wie sollte Sirona in den drei Besen nach dem Kobold fragen, mit dem sie am Tag des Treuhandals gesprochen hat? So. Okay. Hier hören wir jetzt aber auf. Und ich schicke euch gerne alle mal zu Florentin. Danke an der Stelle an Procoli und an Popschmecker. Du bist ein O vom perfekten Namen entfernt. Florentin, da schicken wir euch jetzt hin. Also ich mache auf jeden Fall weiter. Ihr findet jeden Tag bei mir etwas. Und jetzt ist erstmal nur Hogwarts. Ihr werdet bei mir keine anderen Spiele finden, außer vielleicht mal eine kleine Session von diesem neuen Spiel, was sie auch gerade alle spielen, zusammen mit Ede und Nils. Mal gucken. Wie heißt das nochmal? Dark and Darker. Genau. Das werden wir demnächst auch nochmal spielen. Da ist ja noch dieses ganze Wochenende, die Beta verfügbar. Das kommt sicher nochmal die Woche. Aber ansonsten könnt ihr gerne Florentin jetzt einfach mal beim Spielen mit Nils zugucken. Ist mal was anderes als Hogwarts. Und hoffentlich sehen wir uns dann morgen wieder. Ich würde mich sehr freuen. Und subbt ruhig mal, weil es gerade im Chat gesagt wird, subbt ruhig mal. Hier der Beweis. Ich habe es nicht gesagt. Da steht es unten. Subbt ruhig mal bei Montauk rein. Da haben nämlich im Moment noch nicht viele Leute gesuppt. Aber das ist ein sehr schönes, sehr schöner neuer Kanal von mir. Ein Talk-Kanal. Und da gibt es jetzt die nächste Zeit, morgen, übermorgen, ein 3-Stunden-Sahne-Shitstorm-Video. Wenn ich danach nicht gecancelt werde, dann weiß ich auch nicht. Ich habe alles versucht. Ich sage es euch. Guckt es euch an. Und euch schicke ich jetzt rüber. Viel Spaß. Danke. Und damit sind Sie alle beim Florentin Will. Und ich freue mich sehr. Und ja, ich hoffe, dass wir alle Spaß haben mit diesem Spiel. Die Probleme unseres Alltags, der Gesellschaft ein wenig vergessen können. Und eintauchen können in eine friedliche, naja friedlich nicht, aber doch relativ friedliche, warmherzige, schöne Welt voller Fantasie und Abenteuer. In der wir, wie gesagt, die Last des Alltags ableben, ablegen und andere ihr Leben ablegen können. Seid dabei beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Bis dann. Bis dann.